Musik Bevor dieser Tech Talk startet, noch ein kleiner Hinweis. Bei dieser Folge handelt es sich um eine Live-Aufzeichnung vom Live-Tech Talk 34 Anfang des Jahres. Den wollten wir euch nicht vorenthalten. Das war ja ein Rückblick auf das vergangene Jahr, versprochenerweise auch mit sehr, sehr wenig Corona und mit euren Zuschauerfragen. Da ist uns ein kleines Malheur passiert, nämlich der Ton ist ein bisschen asynchron zum Videostream. Und wir haben das leider jetzt nicht ganz hinbekommen, das wieder in Ordnung zu bringen in der Post-Production. Deswegen werdet ihr das jetzt hier auch noch live sehen. Aber wir wollten euch das nicht vorenthalten, weil es gab sicherlich den einen oder anderen, der eben nicht live dabei sein konnte. Und deswegen wird das Ganze jetzt als Aufzeichnung veröffentlicht. Und da noch der Hinweis, das ist ja jetzt die Folge 34. Wir versuchen jetzt diese Woche noch die Folge 35 zu veröffentlichen. Das ist auch eine Spezialfolge. Folge 35, die war zwar nicht live, aber dafür ist sie sehr brisant. Da geht es um das Thema Messenger-Wechsel. Also was kann ich tun, wenn ich weg von WhatsApp möchte? Die haben mir jetzt vor, ihren Datenschutz ein bisschen anzupassen. Und viele sind da jetzt ein bisschen sensibilisiert. Und wir haben uns einfach mal angeguckt, was können wir machen, wohin können wir gehen, welche Lösungen gibt es. Und diese Folge wird es dann auch noch geben. Und die Folge 36 wird wieder ein altgewohnter Tech-Talk sein mit den ganzen Jungs. Und da geht es dann wieder um aktuelle Themen. Jetzt viel Spaß, spamt die Kommentare mit weiteren Fragen oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, freut uns natürlich immer. Und dann hören wir uns hoffentlich auch in der 35 wieder und eventuell auch bald nochmal in einer Live-Folge, weil das Thema haben wir nicht aufgegeben. Wir haben jetzt auch eine technische Lösung gefunden für diese Asynchronität. Aber das gibt es dann eben auch erst im nächsten Livestream zu sehen. Vielen Dank für euer Verständnis und jetzt viel Spaß. So, wir warten, bis der Delay rum ist und dann können wir unsere Zuschauer begrüßen, würde ich sagen. Ach, David. David, das denkt wieder nur ans Essen. Das ist unglaublich. Also, schönen guten Abend hier live. Heute mal ganz was Neues live aus Ebersdorf bei Coburg. Aus einem Dorf. Wer hätte es denn gedacht, dass wir nochmal hier live gehen. Und zu unserem Jahresrückblick-slash-Wunsch-Stream. Ich würde sagen, wir fangen mal oben links an. Mit dabei ist heute der... Hi, Servus, David Sondermann natürlich. Dann der Steffen Kolb und drunter ist der Tobi. Aber warum bin ich gefreezed? Tobi ist gefreezed. Warte mal, ich starte mal deine Spur neu. Ja, es ist begeisternde neue Technik bei uns hier im Haus. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich Georg ausgeschaltet. Nein. Gibt genug Gnome. Tobi ist irgendwie gefreezed gerade. Ja. Tobi ist sehr nachdenklich. Ich glaube, Tobi sollte mal kurz seinen Stream neu starten. Jo, ich reiß nochmal neu an. Genau, reiß nochmal neu an. Und wir werden jetzt trotzdem schon mal starten. David. Was denn? Gibt es Probleme? Noch ein bisschen weiter runter. Genau. Ja, ich bin da noch am Rumprobieren. Also, Leute, ihr merkt, wir sind heute ziemlich zum Scherzen aufgelegt. Das ist heute, glaube ich, ein lustiger Stream. Ich habe sogar eine zweite Cam. Ja. Was im Namen? Warum? Warum nicht? Ich meine dich. Es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich sehe auf dem Regie-Panel sehe ich zum Beispiel keinen Stream, äh, kein Chat. Und also irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Wir machen das Beste draus. Warum bin ich freeze? Ihr habt doch eine Leitung. Äh, sendet dein OBS, oder? Ja, natürlich sendet OBS. Warte mal, ich starte mal hier auf der Regie, starte ich nochmal neu. Diesmal auch den richtigen. So faszinierend einfach, an David zuzuschauen. Ach so, wenn ich die Szenen umschalte, schaltet der jetzt auch im Stream um. Ach. Ich dachte, ich muss das erst aktivieren. Ach was, du Quatschkopf. Ah, super genial. So, äh, wir haben natürlich heute eine, ähm, kleine Agenda, solange wie jetzt hier der Stream neu startet vom, äh, Tobi. Wir wollen, jetzt ist er wieder da. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen unseren Jahresrückblick mit euch begehen. Natürlich auch, äh, interaktiv. Das heißt, ihr könnt auch im Chat kommentieren. Seid ihr dazu herzlich eingeladen. Ähm, wie gesagt, ist heute alles so ein bisschen Beta. Wir probieren ein bisschen rum. Das kann mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal nicht so funktionieren. Das ist halt einfach so. Und, ähm, ja, an dieser Stelle, falls wir es noch nicht gesagt haben, frohes Neues noch. Ich glaube, das kann man noch sagen jetzt, oder? Ich denke auch. Ja, definitiv. Ich sage es jetzt einfach mal, frohes Neues. Das ist sowieso so eine Wissenschaft für sich. Wo sagt man frohes Neues? Wo heißt gesundes Neues? Wahrscheinlich eher in Bayern bei uns, gesundes Neues. Aber, ähm, ja, wie gesagt, frohes Neues von unserem ganzen Team. Auch von den Leuten, die jetzt hier nicht mit dabei sind. Und, ja, wir haben heute hier eine illustre Runde zusammengestellt. Nur das Beste für euch. Ja. Und ihr habt uns ja, ähm, Zuschauerfragen eingeschickt und auch Zuschauerthemen. Ähm, die haben wir noch ein bisschen gespickt mit unseren üblichen Jahresrückblickskategorien. Ähm, zum Beispiel halt auch sowas wie, äh, Podcast des Jahres, YouTuber des Jahres, Spiel des Jahres, Album des Jahres und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem einen Zuschauerthema an. Ähm, und zwar, ähm, SolarWinds. Das war ja noch vor, ähm, Silvester. Eigentlich, glaube ich, sogar im November noch. Ähm, da wurde ja FireEye gehackt. Das ist ein bisschen her. Und, ähm, jetzt hat sich rausgestellt, also es wurde vom Zuschauer eben, äh, geschrieben. Wir haben darüber ja noch gar nicht berichtet. Naja, wir haben über FireEye berichtet. Über den Data Breach bei FireEye. Ähm, letztendlich ist das Ding aber ein bisschen größer geworden. Ähm, dadurch, dass dann rauskam, ähm, dass zum Beispiel durch diese Software SolarWinds, also von SolarWinds, die machen so ein bisschen, ähm, Verwaltungssoftware. Ja, also mit der kannst du dann dein großes Netzwerk besser administrieren, Patches einspielen. Ich glaube, ein Remote Control haben sie auch noch mit drin. Ähm, ja, und mit dieser Software kannst du halt deine Netze managen und die Firma wurde einmal gehackt. Und über diese Firma wurde eine manipulierte Firmware oder manipuliertes Update an Kunden verteilt. Da waren natürlich dementsprechend auch viele, ähm, ja, viele Hürden dabei. Aber eben auch große Unternehmen, zum Beispiel auch Microsoft, ähm, oder eben auch FireEye. Und so kamen die dann bei FireEye rein. FireEye nochmal, äh, was machen die? Das ist so ein IT-Security-Bude. Die bringen Endpoint Protection. Die machen Sie im Systeme, also Log-Analyse und solche Geschichten. Ähm, und wollen dich dann warnen, wenn irgendwo was knallt. Also wenn irgendwas gehackt wird oder so, dann wollen die dich, ähm, über FireEye praktisch, ähm, ja, einfach schützen über die Software. Ähm, und die haben rausbekommen, hey, wir sind gehackt worden. Ist natürlich ein Riesenaufstand gewesen damals. Wir haben ja drüber berichtet im Podcast. Und, ähm, ja, und dann kam am Ende eben raus, ähm, dass der ursächliche Part eigentlich dieses Update war von SolarWinds. SolarWinds ist bei uns in Deutschland jetzt, glaube ich, nicht so der Begriff. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ich bin mal durch Zufall drüber gestoßen oder draufgestoßen, weil, ähm, SolarWinds so ein paar Tools rausbringt, wie zum Beispiel einen Syslog-Analyser und solche Geschichten. Äh, und da bin ich draufgekommen und das halt kostenlos. Und jetzt kam auch raus, dass die wohl ziemlich große Security-Probleme haben. Ähm, also die sind irgendwie durch einen Investor aufgekauft worden und haben dann am Ende, äh, mehr oder weniger, ähm, zu wenig Ressourcen gehabt, finanzieller Natur. Oder es war sehr auf Gewinnmaximierung aufs Äußerste getrieben, das ganze Modell. Und ich glaube, die haben auch ihre Entwicklung nach Osteuropa outgesourced und solche Geschichten. Also ganz wilde Geschichten um SolarWinds. Ähm, und letztendlich hat so vieles dazu geführt, dass vielleicht eine früher sehr, sehr gute Firma, ich kann es nicht beurteilen, ich hatte kein Produkt von denen, ähm, mittlerweile halt, äh, ziemlich, ja, ziemliche Schwierigkeiten hat. Und, äh, das kam jetzt eben dadurch raus, durch diese ganze Geschichte. Die ganzen Details dahinter, wie die das geschafft haben, weil dieses Update-Paket war auch signiert, kam dann am Ende raus. Keine Ahnung. Also, das wird sich noch rausstellen. Also, da gibt es, glaube ich, noch, äh, sehr viel Redebedarf und sehr viel Nachforschungen. Ähm, letztendlich ist es halt schwierig, wenn du irgendein Produkt, einsetzt und dann über den gehackten Update-Server des Herstellers dir irgendeine Malware oder irgendwas reingedrückt wird, ist schwierig. Also, ich wüsste auch gar nicht, wie man sowas sehr einfach und effektiv verhindern kann. Also, das ist, ähm, sehr, sehr schwierig. Ja, ich glaube, äh, wir haben darüber jetzt genug verloren. Also, ich glaube, mehr gibt aktuell dazu gar nicht zu sagen. Ähm, nur, dass es halt, ja. Genau, der User Googlefisch hat auch geschrieben, dass es, dass sie es als Remote-Lösung einsetzen. Ah ja, Grüße gehen raus, den, äh, Googlefisch, der ist Stammzuschauer, so wie ich das aus den Kommentaren entnehme. Aha. Ja, ja, der ist öfters bei uns. Das stimmt, ja. Der schreibt sehr regelmäßig. Kann ich mich auch erinnern. Und, genau. Also, das ist halt sehr beliebt. Ich, wie gesagt, ich kannte die Software nur, dass ich da durch Zufall mal draufgekommen bin. Und ich habe ein SIEM-System damals auch gesucht und, ähm, bin dann aber relativ schnell außenrum gegangen um SolarWinds, weil irgendwie hat dieses SIEM-System jetzt nicht so, ähm, gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr, keine Details aktuell, aber es war auf jeden Fall nicht so mein, mein Lieblingssystem. Gut, ähm, dann kommt die erste Zuschauerfrage. Und die war, woher kommt eigentlich der Name QSO4U? Das erkläre ich ganz gerne. Ähm, wir haben uns 2008 mal gegründet. QSO4U kommt aus dem Funkbereich. Also, Sprachfunk, CB-Funk, Amateurfunk und sowas, was man da alles kennt. Und da steht QSO für das Gespräch, for you, also für dich. Äh, und wir haben das halt, früher war das halt hier eine reine Voice-Server-Plattform. Also, das früher war jetzt schon über zehn Jahre her. Also, für die Leute, die sich fragen, was ist eigentlich früher weiter? Damals. Damals, genau. Ähm, ja, und da kommen wir eigentlich her aus dem Bereich und haben dann irgendwann unsere Plattform weiterentwickelt und haben dann eben läuft. Leute dazu bekommen, äh, die jetzt, sag ich mal, nicht primär das Funk-Hobby zum Hobby hatten. Und so hat sich das halt weiterentwickelt. Plus, dass wir halt dann irgendwann sehr viele von uns in die IT-Richtung gegangen sind, ähm, mit Ausbildung und so weiter und so fort. Und dann hat sich das thematisch eben so entwickelt, wie es jetzt aktuell, äh, der Stand ist. Also, das ist eigentlich die ganze Historie von, von QSO4U. Wo kommt der Name her? Ja, und wir sind halt mittlerweile so frei und sagen einfach, das QSO4U steht nicht nur für Gespräch, sondern für Unterhaltung für dich. Und, äh, ja, deswegen passt es immer noch. Es ist auch immer schwierig, wenn du dann mal einmal so eine Brand hast, wie es so schön heißt, äh, die dann einfach umzustellen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. So, jetzt wird's ganz kurz musikalisch. Ähm, Album des Jahres war ja eine Kategorie aus unserem letzten Jahresrückblick. Äh, wollt ihr, will einer von euch anfangen? Soll ich anfangen? Mir ist es egal. Meldet sich keiner. Dann fange ich an. Ich hab nämlich die Alben sogar mitgebracht. Ich hab hier, ich, übrigens, ich bin hier gerade auch in meinem, neu, oder in unserem neuen Büro. Das ist allerdings noch Baustelle, also nicht wundern, diese Erich Honecker Gedächtnistapete, die kommt noch weg. Und das ist alles ein bisschen noch sehr spartanisch. Ähm, ja, also einmal Album des Jahres ist Cannibal für mich von Bury Tomorrow. Ich halt's mal hier in die Kamera, man kann's, glaub ich, erkennen. Ähm, ich bin ja noch so ein verrückter Sammler von CDs und, äh, ich hab mir die natürlich gekauft. Und ist für mich auf jeden Fall das Album des Jahres. Ich hab, ehrlich gesagt, äh, Befürchtungen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaub, der Tobi hat mir das zuerst geschickt, Bury Tomorrow, und hat gesagt, hey, hör mal rein, ist voll geil. Und, ähm, dann hab ich's getan und ich war wirklich begeistert. Also, einige Hits sind auch in unserer, äh, Spotify-Playlist, die wir in den nächsten Tagen noch launchen werden, oder in der nächsten Woche, getrennt von dem Podcast hier, gelauncht. Und da haben wir mal unsere Top, äh, 100, 160 sind's, glaub ich, Songs reingeballert. Ähm, und, ja, wie ist die gemacht? Also, ihr könnt euch, ihr sollt euch die natürlich nicht komplett anhören, weil, könnt ihr natürlich, aber ich glaube nicht, dass die euren Mac 100% entspricht. Aber ihr könnt euch die als Vorlage nehmen, könnt da Songs rauskopieren, wo ihr sagt, hey, cool, die hätte ich ohne euch vielleicht gar nicht kennengelernt oder gar nicht angelangt, die Songs. Und deswegen haben wir das gemacht und, äh, das kam auch nach dem letzten Tech Talk oder nach der letzten Jahresrückblick-Geschichte, wo wir über Musik geredet haben, äh, kam auch so die Geschichte, dass es hieß, mach doch mal eine Spotify, äh, Playlist. Ähm, ja, dann hab ich noch das andere Album, das wär jetzt von, äh, Bleed From Within, äh, Fractures heißt es, oder Fracture. Und das ist eine, ähm, Death Metal Band eigentlich, Melodic Death Metal. Aber irgendwie, also ist eigentlich nicht direkt mein Genre, muss ich ganz ehrlich sagen, aber irgendwie haben die geile Songs, die gehen gut ab, die gehen gut mit. Äh, wichtig ist für mich halt auch immer, dass so ein bisschen eine Melodie noch zu erkennen ist, also, äh, reines Grunze oder so, das ist jetzt nicht unbedingt meine, äh, favorisierte, äh, Musikrichtung. Ähm, aber gut. Ähm, also so ein bisschen Metal muss sein, aber es, es muss halt auch noch zumindest was Erkennbares sein und ein bisschen eine Struktur drin sein und so. Ne, das sind meine, äh, Alben des Jahres, so viel war's ja dieses Jahr gar nicht. Also viele Bands haben ja gar keine Alben rausgebracht, äh, sondern hauptsächlich Songs und Singles und so. Aber das war definitiv ein Highlight. So, wer möchte denn weitermachen? Oder wer hat überhaupt was? Würde ich gleich weitermachen. Und, äh, zwar einmal auch, äh, wie bei Steffen Schauer, Cannibal. Und, ähm, dann auch noch, was ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, äh, äh, ängstlich gegenübergestanden hab, die neue Scheibe der Ärzte, weil ich bin, äh, leidenschaftlicher Ärzte-Fan von früher noch. Ja. Und, äh, was jetzt hervorkam, war ja eher so ein bisschen, meh. Aber, ja, also die, die, die neue ist wieder, äh, denke ich, ganz solide. Ja, ja, Ärzte bin ich auch sehr skeptisch gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist jetzt, ja, wie du sagst, also da hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung und man kennt die Ärzte, man weiß, äh, was auf einen zukommt im Prinzip. Und ich muss ja ehrlich sagen, bei Rock in Park war ich ja sehr enttäuscht von den Ärzten, bin ich ganz ehrlich. Also ich hab, wir haben nicht viel gesehen damals, Georg und ich, aber das, was wir gesehen haben, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugt, ganz ehrlich. Jo. Ja, kann auch an den Regen gelegen haben. Ja, nee, also, eher weniger. Also ich fand, ich fand das allgemein, ich fand auch diese, also sie haben versucht, die ganze Zeit zwanghaft irgendwelche unlustigen Gags einzubauen, also schlimmer als hier im Podcast. Und, ähm, das hat halt einfach irgendwie nicht gezündet. Also es war halt so, so Altherrenhumor und so, ah, guck mal, wie alt wir sind und, hör, wir trinken jetzt Tee auf der Bühne anstatt Bier und so. Fand ich jetzt etwas anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Das ist, äh, man hat halt so eine gewisse Erwartungshaltung und das waren ja auch viele da, das war ja proppenvoll und wir waren dementsprechend auch weit hinten. Aber irgendwie hat mich das nicht wirklich abgeholt. Aber persönliche Meinung. So, dann, wer hat noch was? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Also Album hätte ich nicht, aber ganz kurz, weil es gerade im Chat gekommen ist. Der Franklin hat gerade im Chat geschrieben. Ah, servus. Äh, da muss ich jetzt auch nochmal kurz, äh, schöne Grüße hin ausrichten an Julian. Vielen Dank auf jeden Fall. Der, äh, hat unter anderem gerade ein bisschen mitgeholfen, dass, äh, mein Bild so crisp ist. Ja, die Technik steht. Und hat mir ein bisschen, bisschen Equipment, ähm, sag ich mal, klar gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Schöne Grüße nach München, genau. Genau. Aber Albentechnik muss ich sagen, also ich bin nicht so Alben fixiert und, äh, hab da jetzt auch nicht konkret was, wo ich sagen würde, yo, das ist mein Album des Jahres. Ja, verstehe ich, ist schwierig dieses Jahr. Ja. Georg, hast du denn irgendwie was Albentechnisches? Nee, also ich bin genauso wie der David, bin ein anderer zu Albentechnisch. Ich höre alles kreuz und quer. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Also wir haben sehr viele Fragen, deswegen nicht wundern, dass wir uns jetzt nicht so lange an irgendwelchen Sachen aufhalten. Ähm, Zuschauerfrage, welches Smartphone habt ihr im Einsatz? Ich fange mal an. Ich habe immer noch das Samsung Note 9, Galaxy Note 9. Bin immer noch sehr zufrieden. Das ist mein sozusagen Daily Driver. Mit dem arbeite ich ganz gern. Muss allerdings sagen, dass diese Stiftfunktion völlig überschätzt ist. Also ich verwende die nie. Aber, ähm, ich hätte sie drin, wenn ich sie, äh, möchte. Aber, wie gesagt, äh, ist aktuell mein Daily Driver, bin sehr zufrieden. David, Smartphone. Ja, aktuell noch ein Huawei Mate 20 Pro, ähm, als ich da im Einsatz habe. Ich kann es auch mal zeigen hier, als es nicht rausgekeyt wird. Aber auch nichts, nothing special. Ja. Schwierig. Genau. Ähm, habe ich jetzt aus dem Vertrag, wie gesagt, jetzt ist es halt knapp an der Grenze zu zwei Jahren. Also der Vertrag läuft jetzt aus. Also mal schauen, was da Neues kommt. Bin mir noch nicht sicher. Ich hätte eigentlich schon wieder Bock auf Huawei, aber irgendwie, nachdem die jetzt keine Google-Apps dann mehr drin haben, ähm, ist es halt so ein bisschen ein, ja, No-Go-Kriterium für mich, weil ich ja dann doch auf Google-Apps angewiesen bin. Und, ähm, ja, also ich tendiere ja so zu so einem OnePlus 8 Pro oder sowas. Mal schauen. Ja. Also aktuell für mich auch so ein bisschen Grund gewesen, die ganze Geschichte mit Huawei, warum ich noch da geblieben bin mit meinem Samsung. Ich meine, ich bin zufrieden und, ähm, aber das andere war halt einfach diese Google-App-Geschichte und du bist halt doch irgendwie drauf angewiesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, wie sieht's bei dir aus, Gag? Daily Driver, Smartphone. Ja, ich hab mir jetzt das zu Weihnachten mal Neues gegönnt. Das ist das Xiaomi D-Note 10 Lite. Das ist ein bisschen ein komplizierter Name. Aber ich bin relativ zufrieden. Ich hab's mir halt, äh, gekauft wegen der Kamera. Da muss ich aber sagen, bin ich nicht so mit dem Autofokus, äh, zufrieden. Also der Autofokus zieht noch ein bisschen rum. Also es ist nicht oftmals so, dass es nicht das scharf gestellt ist, was scharf gestellt werden sollte. Hm. Aber ansonsten, so von der Auflösung ist es top. Ja, ja. Cooles Teil. Bobi, bei dir könnte es doch interessant werden. Ich hab' mittlerweile dasselbe, äh, wie du, Steffen. Oh. Ähm, aber jetzt auch schon über ein halbes Jahr mal, äh, mindestens. Ja, gut, wir haben uns ja schon Ewigkeiten immer gesehen durch die ganze Situation. Eben, durch die ganze Situation. Ähm, ganz am Ende letztes Jahres hatte ich ein Huawei, das hat aber dann irgendwann mal, äh, hatte ich ein Aschrelief lang, das, äh, hat dann mal der Akku die Grätsche gemacht. Mhm. Und dann hab' ich so ein bisschen, äh, das, wie man's halt so in der Familie macht, das alte, äh, Arbeitshandy von meinem Vater noch rumgezerrt, bis, äh, dann mal die Kohle da war, sich ein Neues zu kaufen. Und ja, also, äh, es ist dann doch, ähm, Samsung, auf den Samsung gefallen, äh, hat preisliche Gründe gehabt, weil es, äh, in der, ich sag jetzt mal, in der, ähm, in der Klasse von dem, was ich wollte, mit das Beste war. Hab' ich ja noch das Neue hatte und jetzt die Szene rausgekommen ist, oder zu der, die Szene rausgekommen ist, ich prakt, hab' ich's praktisch zum Auslaufpreis gekriegt. Mhm. Und, ja, ich wollte mir ursprünglich, äh, ja, ein nachhaltigeres, beziehungsweise eins mit einem längeren, äh, unterstützten und offeneren OS holen. Stimmt, du hast ja sogar mal in einem Podcast drüber geredet, über die ganzen Smartphone-Geschichten. Ähm, allerdings das Problem ist, dass du, äh, gefühlt für den Preis, ja, okay, es wird länger unterstützt, aber es ist halt zum Beispiel, ein bisschen, äh, veraltete Technik zu überteuerten Preisen. Mhm. Wenn man sich da ein bisschen näher beschäftigt. Es gab eine Marke, die sich, für die mich jetzt noch interessiert hätte, aber, ähm, da ist dann schlussendlich auch nichts geworden, weil die auch nur in kleinen, oder in so Mittelserien produzieren. Also, äh, das ist dann teilweise, entweder du kaufst sie es, wenn sie es da haben, oder du finanzierst praktisch den nächsten Run mit und kriegst dann das Gerät. Und, ähm, ja, es war mir dann auch, äh, mit Covid und so weiter, weil dann das Gerät, das ich hätte haben wollen, für dieses Jahr, äh, angekündigt gewesen wäre. Und es war mir dann auch ein bisschen zu risky, da auch, äh, da Geld reinzubutter. Es ist jetzt, äh, nix, dass ich die Firma nicht unterstützen würde, dass, äh, dass ich auch sagen würde, die ist irgendwie shady oder so. Und dann einfach, äh, bevor ich dann da irgendwie Geld rein tue, mir das, äh, Telefon verreckt und ich benutze hauptsächlich halt das Smartphone zum Telefonieren. Ja. Äh, ja, und dann versuchen wir, ohne Telefon zu leben. Also, dazu, wie sehr, dasselbe wie der Steffen, ein Samsung Note 9. Genau. Ja, ist ein solides Gerät, ist jetzt nicht mehr das Aktuellste, aber letztendlich, ähm, ich habe noch keine Performance-Probleme gemerkt, das macht noch alles, was es soll. Und die Kamera ist auch keine schlechte, ist halt relativ groß. Also, viele sagen, boah, so ein Riesensmartphone, das würde mich ja stören und keine Ahnung. Aber letztendlich, also, ich kann damit gut umgehen und ich habe vielleicht große Hosentaschen. Dadurch, dass ich jetzt nicht der kleinste Mensch bin, passt da auch ordentlich was in die Hosentasche. Aber, ähm, es klingt so falsch. Es klingt so falsch, ich weiß. Ist das ein Note oder freust du dich einfach nur, uns zu sehen? Ja, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Zuschauerfrage. Ähm, und die ist, oder die lautet, woher kennen wir uns eigentlich? Also, geht ein bisschen einher mit unserer Gründungsgeschichte. Ähm, ich fange jetzt hier oben einfach mal an. Also, ich habe das ganze Ding ja damals gegründet mit ein paar Schulfreunden zusammen. Ähm, letztendlich ist durch den einen Schulfreund ja dann auch der Tobi dazugekommen. Und, äh, der David ist ja damals durch unser FRN, das war so eine Funksoftware, ist er damals auf den Server gestoßen, wenn ich mich recht erinnere, ne? Richtig. Das ist so, ja, doch 2009. Ja, ich glaube, mit einer der ersten damals auch, ne? Einer unserer OGs sozusagen, der David. Und, ja, und, äh, Georg, du bist, glaube ich, durch Minecraft zu uns gekommen, oder? Ja, ich bin doch Minecraft, weil, äh, das war der erste Minecraft-Server, den ich, ähm, dann, wo ich drauf mitgespielt hab. Ja, weil zuvor war ja die Sache, dass ich eben das super lamsame Modem noch hatte. Und dann habe ich dann DSL bekommen und hab mir gedacht, boah, jetzt will ich auf irgendeinem Server spielen. Und ein Kumpel hat mich dann, ja, und dann ein Kumpel, ja, und dann ein Kumpel, ja, und dann ein Kumpel, ja, und dann ein Kumpel hat mich dann auf, äh, den, euren QSU4U-Server aufmerksam gemacht. Und dann habe ich halt dann eine Weile drauf gespielt. Und dann hat man sich dann im Laufe der Zeit irgendwie kennengelernt. Ja, genau. Ja, das war ja damals so ein Server, da, da war nicht viel los. Also, äh, das Ding war jetzt nicht riesig. Und, äh, ja, letztendlich war das dann damals die, die Community, die war recht klein. Und man hat sich halt dann relativ schnell kennengelernt. Und, ja, seitdem bist du dabei. Ich kann kein Jahr benennen, aber ich glaube, das war 2014 oder so. Weil ich glaube, 15 warst du ja dann auch schon mit auf eine Gamescom gewesen. Also, es ging ja dann relativ schnell, wo du dann auch messend mit dabei warst. Also, irgendwie so um den Dreh müsste es gewesen sein. Oder weißt du das noch genau? Ähm, ich glaube, ich bin erst dann 2017 mit auf die Gamescom. Oder lass mich mal schnell schauen, weil ich habe ja auch Fotos gemacht. Ich habe das erste Mal Gamescom, haben wir 2012 oder 2013, ne? Also, ich weiß auf jeden Fall, du warst auf der ersten Gamescom mit dabei, wo Felix auch dabei war. Das, ähm, weiß ich noch. Genau, doch war 2015. Hast du recht. Ja, genau. Ja, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Ach ja, vielleicht noch, woher kenne ich Felix? Felix, lustigerweise, Felix ist ein Freund eines Zuschauers gewesen damals. Also, äh, der Sepp, Grüße gehen raus, falls er hier zuguckt oder zuhört, ähm, der hat damals ein Video von uns gesehen. Das war wirklich einer der ersten, auch nicht von dem Channel hier. Das war der aller, allererste Kurs-of-you-Channel. Ähm, und das war ein Tutorial, da hat er sich irgendwie gemeldet, keine Ahnung, wir haben hin und her geschrieben. Irgendwann habe ich gesagt, komm doch mal auf unseren Teamspeak-Server. Und, ähm, ja, letztendlich hat man sich dann verstanden und hat auch irgendwie so außerhalb von Kurs-of-you-Hobbys zusammen oder Interessen. Und dann hat er gemeint, hey, ich habe hier noch einen Kumpel, der passt hier ganz gut mit rein, ich bring den mal mit. Und so hat sich das dann halt alles entwickelt. Und ich, boah, ich glaube, Felix ist auch schon seit 2010 oder so mit dabei. Und ist, ähm, auch wenn er hier selten zu sehen ist, aber er ist halt praktisch die Vertretung von, von mir als Projektleitung bei Kurs-of-you. Und, ähm, mit dem und mit Georg habe ich damals ja auch die, die Firma gegründet. Und, ja, das sind so die ganzen, so hängt das alles zusammen, die ganze Story of Kurs-of-you. Ähm, ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie aus unserem Jahresrückblick. Ähm, Podcasts des Jahres. Habt ihr da welche? Mhm. Also mir fällt jetzt schon mal spontan ein, der Podcast von Herrn Drosten. Also muss ich mal ganz ehrlich, wir wollten zwar wenig über Corona reden, aber den muss ich jetzt einfach erwähnen. Äh, David, du hast Podcasts, dann gucke ich mal weiter in meiner Liste. Ja, äh, ich hätte einmal Geld ganz einfach, der Podcast mit Saidi von Finanztipp. Äh, echt super coole Podcast, wenn wir nicht zu viel drauf gekommen, die haben auch dieses Jahr erst angefangen. Es gibt auch erst 21 Folgen. Aber es ist so ein bisschen einfach zum, ich sag mal, eigenen Finanzfluss optimieren, ähm, wie man da am besten mit dem, mit dem Geld umgeht und haushaltet. Das finde ich ganz interessant. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht eins zu eins alles gemacht, was da so vorkommt, aber auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Und, äh, zart wie Kruppstahl natürlich von unserem, wir schätzten Kollegen, äh, Alexander. Genau, vom Alex. Alex, ja, vom Alex, genau. Richtig, genau. Der einzige, was mich daran immer stört, ist, dass der da Alex, äh, echt gutes Mikro hat und der Mike halt echt, also wo ich mich frage, das war Musiker und dann klingt das manchmal echt wie durch eine Blechbüchse. Ich, ich, ich glaube, der hat einfach nur Handy und Skype auf und der Alex, äh, nimmt das dann mit auf. Ja, auch, auch witzig, Alex, äh, haben wir damals beim YouTuber Camp in Berlin, hab ich ihn zum ersten Mal persönlich damals kennengelernt. Äh, genau. Ne, kann ich auch empfehlen, den hatte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, aber, ähm, unterschreibe ich so. Ähm, ich fande den, äh, Podcast, dieser Podcast ganz cool, äh, hat mich ein Kollege draufgebracht, ähm, ist von zwei YouTubern, also einmal von dieser Oscar, den könnte man vielleicht kennen, und von dieser Dad, das ist der Vater von ihm. Und man denkt vielleicht hier, naja, Vater-Sohn-Podcast, äh, naja, aber, ähm, der hat teilweise schon echt coole Themen, also so auch Thema Elektromobilität, ist da, mit drin, die fahren auch Tesla, ähm, und auch so allgemeine Geschichten zum Thema Influencer, Social Media und so, und wie es halt ist. Ich meine, sein Sohn verdient sein Hauptgeld damit. Ähm, da ist es manchmal ganz interessant, einfach mal ein bisschen, äh, mit reinzuhören. Ansonsten, ähm, möchte ich den Podcast, ich glaube, es hackt nochmal, äh, oder hackt, ähm, erwähnen. Das ist von einem Kollegen von F-Secure, vom, ähm, wie heißt der, Rüdiger Grost, und, ähm, der ist echt schon cool. Und vom Tobias Schrödel, den könnte man vielleicht kennen von Stern TV, ist der ab und zu zu sehen. Der ist halt Journalist, IT-Journalist, und, ähm, die machen einen relativ amüsanten, äh, Podcast, und da geht es halt wirklich hauptsächlich um IT-Sicherheit und Hacking und so weiter. Ähm, das ist eine, eine ganz coole Geschichte. So, dann gehen wir mal in die Runde. Hat jemand von euch noch einen Podcast, den er hier droppen möchte? Nee, äh, ich, äh, ich nicht. Also, ich halte mich da mal raus, ich bin kein, so der, nicht so der große Podcast-Hörer, beziehungsweise vielleicht ist mir auch einfach nur noch kein Untergekommen, äh, der sich da anbieten würde. Georg? Ähm, ich habe jetzt vor der Sendung noch einen per Zufall gefunden, den ich irgendwie bescheuert bin und lustig. Äh, das ist der Skyrim Book Club. Da hat sich jemand die, äh, Mühe gegeben, alle Bücher in, äh, Skyrim zu vertonen. Hm, das ist doch mal für Skyrim-Fans auf jeden Fall, ne, ähm, zum Einschlafen sozusagen. Dann kannst du dann da den Podcast hören. Ja, ansonsten letztendlich die Empfehlungen, die ich die letzten paar Mal rausgehauen habe, die gelten eigentlich uneingeschränkt noch weiterhin. Ich habe da, ähm, eigentlich keine größeren Sachen, die ich zu bemängeln habe, bin ich ganz ehrlich, die höre ich weiterhin eigentlich. Ähm, ein Podcast, da muss ich noch, der ist noch auf meiner To-Do-Liste, da habe ich noch nicht reingehört. Also, dass es der Update verfügbar heißt, der, der ist vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, ähm, könnte sehr special sein. Also, ich muss da noch reinhören, aber ist auf meiner To-Do-Liste. So, dann kommen wir zur nächsten Zuschauerfrage und die war, was war euer peinlichstes Erlebnis beim Dreh? Ja, äh, bin ich, habe ich lange überlegen müssen, aber es gibt schon, also eine Geschichte, die ist aber auch nie veröffentlicht worden. Und es war ein Interview mit, ähm, jemandem von Scene-Take-V, wer die noch kennt, der ist auf jeden Fall ein YouTube-OG. Und da habe ich damals auf den Video-Days den, ähm, wie heißt der nochmal, David, weißt du, weißt du, wen ich meine? Ähm. Den, ähm, den dünnen von den beiden. Ja, ich komme auch gar nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich den interviewt und das war halt wirklich Chaos, weil, das war Zufall, also ich habe nicht, Lars, genau, Lars. Doch, Lars Fricke war das, glaube ich, ja. Lars Fricke, genau, und ich wusste nicht, dass der da ist, beziehungsweise ich war nicht darauf vorbereitet, dass der uns vor die Kamera hüpft und dass wir so schnell ein Interview bekommen und das Ding war einfach eine Katastrophe. Das Einzige, was wir dann lediglich verwendet haben, ist, äh, so, ja, das wird ein cooles Event und so und dann Daumen hoch in die Kamera, das ist, glaube ich, das Einzige, was wir dann verwendet haben aus dem ganzen Interview, ähm, und das ging halt rundher drüber und ich halt dann so, ja, und du warst ja sicherlich auch auf der Academy und so, dieses Jahr war dann gar keine Academy und so, das war noch vom letzten Jahr die Information. Ich habe halt versucht, mir da irgendwas aus den Fingern zu saugen, äh, letztendlich war das halt wirklich, äh, dann nix. Naja, und was mir noch einfällt, da sind wir drei, ja, also David, Georg und ich mit beteiligt gewesen, das war die Geschichte letztes Jahr mit dem Jahresrubik, die, äh, technisch dann irgendwann in der Katastrophe geendet ist und wir haben es dann auch nie veröffentlicht, äh, aus gutem Grund, ähm, weil das einfach nix wurde. Also Location war geil, an und für sich war auch alles cool, aber... Deswegen hat mich das auch so geärgert, bin ich ganz ehrlich. Es ist halt irgendwie einfach nicht rund gelaufen, weil technisch hat es ein bisschen Probleme gegeben mit, mit Mikros und dann irgendwie hinten raus wäre das dann so viel gewesen und das dann irgendwie noch hinzubiegen und was dann auch qualitativ unseren Ansprüchen entspricht. Genau, ich habe ja auch stundenlang probiert, das wieder hinzubiegen, also es war auf jeden Fall sehr schwierig und letztendlich mussten wir dann kapitulieren, das hat mir sehr leid getan, wir hatten ja auch einen Location Sponsor, das hast du ja auch gerade mit erwähnt. Ich denke mal, wir werden das nochmal, wenn die Lage sich in Deutschland ein bisschen ver... oder weltweit ein bisschen verzerrt, werden wir sicherlich nochmal das Ganze angehen, hoffentlich auch mit dem gleichen Location Sponsor und dann wird es da nochmal was geben. Aber letztendlich war das eine coole Location, wir hätten sogar theoretisch das Ganze mit Publikum machen können, aber das ist natürlich bei unserem kleinen Kanal aktuell ein bisschen oversized und ja, das musst du halt auch erstmal handeln können. Ich kenne das ja von anderen Podcasts, die dann wirklich live produzieren mit Publikum und allen Pipapo und Karten verkaufen, da gehört schon was dazu, also da musst du wirklich was auffahren, personell. Gut, wen würdet ihr mal interviewen? Also auch eine Zuschauerfrage oder im Podcast haben? Puh, da gibt es einige, also es gibt bei uns, das ist vielleicht ein kleiner Interner, bei uns gibt es eine Liste mit Leuten, die wir gerne interviewen würden und so weiter, die sind da alle drin. Zu manchen Leuten haben wir ja auch schon Kontakt aufgenommen oder ich habe Kontakt aufgenommen. Ja, also es gibt einige YouTuber, sag ich mal, aber so natürlich, wenn es jetzt wirklich darum geht, wer wäre da oder was wäre so die größte Persönlichkeit, dann natürlich so jemand wie Bill Gates oder der Elon von Tesla, Elon Musk oder so, dass man solche Leute halt einfach mal in einem Interview hat, das wäre natürlich schon das Geilste. Oder halt auch in Deutschland irgendwelche hochrangigen Tech-Leute. Ja, ein paar Leute habe ich mir ja schon so ein bisschen erfüllt, also Sebastian Schreiber zum Beispiel, war ja auch ein Wunsch von mir, dass wir den mal vor die Kamera bekommen und das war ja auch eine super Geschichte und hat auch super geklappt. Ja, ich weiß nicht, was habt ihr, ach ja, Gronkh ist noch so ein Kandidat, den hätte ich beinahe vergessen, der ist uns ja mal auf einer Gamescom durch die Lappen gegangen und hat dann gemeint, ja, er muss schnell weg, hier Pizza essen. Also dann, er muss schnell weg, das war die Aussage und dann hat man gesehen, er wollte einfach eine Pizza essen, gut, kann man verstehen, aber ja, letztendlich, Gronkh ist natürlich auch jemand, es ist halt einfach unsere YouTube-Kindheit, mal so sagen kann. Ja, David Hain habe ich mir ja auch erfüllt, also den wollte ich ja auch unbedingt mal interviewen, also ehemaliges Giga-Gesicht. Ja, dann fehlen halt noch so ein paar von den Rocket Beans oder so, wo ich auch gerne mal ein Interview machen würde, weil das halt früher auch noch aus der NBC-Giga-Zeit oder so, sind da halt einige dabei. Ja, wen würdet ihr mal interviewen wollen oder soll ich mal interviewen bei Curse of You oder so, habt ihr da noch Ideen? Ich habe eher für die Frage mit dem peinlichsten Erlebnis bei mir noch was. Ach ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, ich sage jetzt mal OG, Curse of You oder hier dabei sind, aber die werden ja auch sicherlich wissen, dass ich früher mal Gaming-Videos für den Gartenverein hier gemacht habe. Und dass in meiner Zeit lang nichts kam und dass ich da mal mit anderen Leuten ein Projekt gemacht habe, ja, und so im Nachhinein, glaube ich, waren das so ein bisschen Jugendsünden. Ja gut, den Kanal gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, den hat dann ein Besagter. Nee, der wurde eingestampft. Genau, jemand hat den ja dann einfach gelöscht. Also, ich will jetzt hier keine alten Sachen aufwärmen, aber da gab es ja irgendwie so die Geschichte, dass dann auf einmal der Kanal weg war, weil einer keine Lust hatte aus dieser Konstellation. Also, Leute, die wissen, was es war, die werden es wiedererkennen und die anderen Leute brauchen es jetzt nicht mehr wissen, was es war, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt noch Material davon, es gibt auch noch ein Interview. Falls du das noch schon verdrängt hattest, ihr habt ja damals ein Interview gegeben. Ja, das habe ich auch, glaube ich, noch so halbwegs im Hinterkopf. Genau. Ja, peinlich. Ja, ich hätte auch noch ein peinliches Erlebnis, das betrifft auch dich, Steffen. Ähm, kannst du dich 2013 noch an die Demo erinnern in München? 2013? Ja, das mit der NSA-Demo, glaube ich, war das. Da, wo so sehr wenige da waren. Ach so, ja, ja, genau, ja. War das die, warte mal. No, no, nee, wie ist die? Yes, we scan, die war das. Die habe ich organisiert, ja. Genau, die hat Arbeit mit einem Schulkollegen damals organisiert, ähm, Videos auch noch online. Also, wobei, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich stehe nach wie vor dazu, weil die Messages davon sind immer noch gut. Also, da ging es halt für alle, die es damals natürlich nicht mitbekommen haben, da ging es um die Überwachung durch die NSA und so weiter und da ging es halt auch um Datenschutz und so. Also, also, der Grundgedanke von dieser Demo war ja eigentlich wirklich gut. Also, auch viele Leute aus meinem Bekanntenkreis haben alle gesagt, hey, das ist cool, was ihr da macht. Aber letztendlich ist es dann halt auch ein bisschen an den Leuten gescheitert. Gut, das war wahrscheinlich eure erste Demo, David. Ja. Ähm, und dann war ja auch noch das Thema, dass sich da Parteien, das ist ja immer der Teufel, eingeklinkt haben. Das war das größte Problem. Wo man sich im Nachhinein vielleicht sagt, oh, also wir reden jetzt nicht von der AfD oder so, aber da waren halt auch Gruppierungen dabei, so Kleinstparteien, ähm, die halt schon sehr fragwürdige Messages dann mit verbreitet haben. Und im Nachhinein würde man, oder jetzt, wenn man sowas nochmal veranstaltet, ich glaube, da würde man nochmal genauer hinschauen, wen man da einlädt und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, du warst, glaube ich, noch in der Schule und der, wie hieß der, Marco, glaube ich. Der Marco, ja. Marco, der war ja auch noch in der Schule. Der war sogar noch eine Klasse unter mir. Genau. Und wir haben das alleine auf die Beine gestellt. Wir hatten Hilfe von einem, der ein bisschen, ja, ich habe eine Demo-Forgung gehabt, der ist ja auch den LKW gefahren. Das war halt einfach, ja, ist halt schwierig. Man muss ja auch dazu sagen, dass ursprünglich wir eine andere Route geplant hatten und dann kurz vor knapp uns dann auf einmal einen Tag vorher oder so die Route umgeändert wurde und dann standen da, ja, super, was machen wir jetzt? Wo geht's jetzt lang? Das war halt ziemlich uncool, die ganze Geschichte. Ja, mei, ich meine, ich stehe auch voll dazu. Klar, im Nachhinein würde ich auch vieles anders machen, aber man muss überlegen, wir haben damals die Technik aus der Schule genommen, wir haben uns irgendwie das ganze Zeug, da musst du ja auch erst mal Geld aufbringen, deswegen hatten wir auch unter anderem Parteien mit drin, weil die das ja mitfinanziert hatten, weil es anders gar nicht ging, weil wie willst du als Schüler das Geld aufbringen, siebeneinhalb Tonner zu mieten, die ganze Ordnersache zu machen? Das war halt nicht so einfach. Ja. Ja, das ist halt auch oft die Geschichte. Du brauchst halt Leute, die das finanziell auch mittragen und dann bist du halt auf Sponsoren angewiesen und wenn du Pech hast, hast du halt dann Sponsoren dabei, die jetzt ein bisschen fragwürdig sind und das ist halt immer das Thema bei der ganzen Geschichte. Ja, aber Georg, was fandest du da so peinlich bei der ganzen Geschichte? Naja, erinnere dich an den Koffer und das Schloss. Ach, ja, ja, okay. Ich habe jetzt gerade das Bild vor mir und das war halt einfach die beste Aktion, wie du mit dieser kleinen Metallsäge dann dieses Schloss aufsägst. Ja, okay, das muss ich jetzt noch erzählen, stimmt, also das habe ich schon ganz verdrängt. Ich habe das Schloss aber noch hier, also das wird im neuen Büro hier, wenn das dann fertig ist, einen Ehrenplatz bekommen, in der Vitrine oder so. Oder ich will da so ein Regal machen mit Purs of You Sachen und wir haben damals von der Demo ja auch mit einem Video berichtet. Ich habe ein paar Interviews gemacht mit Demogängern und so weiter und wir haben auch die ganzen Vorträge, auch wenn es Politiker waren, haben wir das auch mitgefilmt und so. Und wir haben damals einen Equipment-Koffer gehabt und den haben wir mit einem, so einem ganz normalen Bügelschloss einfach verschlossen oder Vorhängeschloss nennt man das, glaube ich. Und ja, letztendlich, irgendwie war der Schlüssel da nicht mehr offen, aber die Kamera war im Koffer und ich weiß gar nicht, hast du da eine Säge besorgt irgendwie von, von irgendwie jemanden, der, also von der Polizei oder von THW oder irgendjemand, der die Straße mit abgesperrt hat? Ich weiß gar nicht, wie sind wir an die Säge rangekommen? Ich weiß es gar nicht mal. Das ist eigentlich im Nachhinein eine sehr gute Frage. Die gute Einbrecher haben hier natürlich immer eine Einstecken gehabt, ne? David, oder vielleicht kam das aus dem Werkzeugkasten. Das kann sein, wir hatten, stimmt, wir hatten einen Werkzeugkasten dabei. Auf dem Demo-Fahrzeug, also auf dem LKW, wo die Bühne dann drauf war, habt ihr, glaube ich, nicht. Wo du das gerade erzählst, eine Sache, die ich da viel peinlicher fand, war, dass uns genau, als wir losfahren wollten, der scheiß Stromversorger verreckt ist, weil er sich nämlich verschluckt hat und dann war der Strom weg. Und dann haben wir versucht, diesen blöden Stromerzeuger wieder anzubekommen und der ließ sich halt nicht starten, weil er halt Luftzogen hatte. Und die Polizei hat dann natürlich die halbe Innenstadt geschwert. Und dann stehst du da so und die so, ja, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt los. Ja, aber wir können nicht los. Dann haben die dann eine Viertelstunde gewartet, bis wir das Ding wieder anhatten. Natürlich mit Verzögerung. Ja. Ja, das fand ich was peinlicher. Ja, ich meine, das sind alles so Geschichten, aber letztendlich war die Demo schon mehr oder weniger berechtigt gewesen und so. Aber gut, dass du das alte nochmal aufwärmst, Georg. Ja, ich habe es jetzt auch hier auf meinen Feed mal hergetan, die Bilder. Genau, also da sieht man dieses Schloss und die Säge und damit haben wir damals dieses Vorhängeschloss von einem Equipment-Koffer, wo halt unsere große Kamera drin war. Aber die haben wir damals dann befreit. Genau. Mir fällt auch noch eine Sache ein. Yes. Gamescom damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Steffen, als wir da draußen bei dem Video, das glaube ich, rumgelaufen sind, da saß so ein Typ und hat Autogrammkarten unterschrieben und wir dachten so, was ist denn das für ein Typ? Ja, scheißegal. Irgendwann später so, ups, das war ja Unge. Das war ja Unge. Und der ist ja jetzt auch in unserem neuen Intro. Ihr habt vielleicht, wenn ihr von Anfang an geguckt habt, habt ihr unser Intro gesehen, was wir ja seit, ich glaube, Sommer diesen Jahres, letzten Jahres hatten. Und da sieht man dann halt eben auch den Unge, wo er einen Flyer hält von uns. Und ja, das war damals die Szene und wir kannten den halt nicht. Ich war damals nicht so Minecraft-addicted, also mittlerweile schon, aber damals irgendwie nicht. Das hat mich irgendwie nicht so ganz gepackt. Minecraft ist, glaube ich, auch so ein Ding, was Felix damals irgendwie zu uns gebracht hat. Und ja, letztendlich war dann Unge dort und hat Autogramme gegeben. Und wir haben uns sogar noch, oder ich habe mich mit ihm unterhalten. Er hat gefragt, was wir machen und so weiter. Er hat einen Flyer bekommen und alles. Und ja, letztendlich, Unge damals nicht gekannt. Was auch zig ist, damals der, einer der Praktikanten war ja damals auch der Felix von der Laden, der damals den Presse-Akkreditierungsgeschichten mitgemacht hat. Das ist auch ein ganz witziger Fakt. Ich meine, mittlerweile Riesen-YouTuber und so, eigene Firma, ATT. Und ja, hat damals dafür gesorgt, dass die Pressevertreter beim Video Day akkreditiert wurden. Und war auch damals verantwortlich für diese Festival-Bändchen, also die damals verteilt wurden. So, der Georg hat wieder irgendein Bild eingeblendet. Ich wollte gerade sagen, das ist der Marco. Beim Georg fliegen da so die Frames durch den Kanal. Ja, das ist bloß ein bisschen schwierig zu skalieren in den UBS. Ja, genau. Aber das war David und Marco. Da war ich noch jung. Jung und knackig. Tatsache. Da war ich auch kein ITler und habe den ganzen Tag nur voll rumgesessen. Da hat man sich noch bewegt. Da hat man sich noch bewegt. Stimmt, da habe ich ja dann noch den Marco nachträglich interviewt. Stimmt, ja, genau. Aber das, also ihr seht auch mal, wie halt Kurs O4U, also wie wir gewachsen sind und was wir halt früher so gemacht haben und was wir halt teilweise dann jetzt auch noch machen. Aber ich würde, also mittlerweile würde ich natürlich auch nicht mehr so weit gehen, dass ich eine Demo selbst veranstalten würde oder so. Das ist, glaube ich, nichts mehr für uns. Wir sehen uns, glaube ich, als Medienleute, die dann halt drüber berichten oder so oder vielleicht auch mal sprechen. Also bei einer Artikel 13-17-Demo, da würde ich auch zum Beispiel mal ein bisschen was erzählen auf der Bühne oder so oder wenn es um IT-Sicherheit geht. Aber letztendlich, ich glaube, dass wir jetzt nicht so die sind, die Demos veranstalten. Nee, die sehe ich auch nicht. So, das sehe ich mich nicht, würde Montana Black sagen. Genau, dann gehen wir mal weiter. Oder habt ihr noch Leute, die ihr interviewen wolltet? Also Interviewpartner, wo du es gerade sagst, wenn mir noch eingefallen wäre, ist jetzt nicht so IT-bezogen, aber mich würde, weil ich es halt einfach selber privat sehr verfolge, JP Performance mal, also der JP echt mal interessieren zu interviewen, weil ich meine, der hat sich ja was riesiges aufgebaut, denn jetzt in den letzten acht, knapp neun Jahren eine riesen Firma, inzwischen noch ein Gebäude, jetzt ein eigenes Automobilmuseum aufgemacht. Das ist halt schon krass. Größten Respekt davor und einfach, weil ich es halt sehr, sehr interessant fände ich. Das ist eine interessante Persönlichkeit und das würde mich mal reizen. Aber dann halt auch nicht so fünf Minuten, sondern schon was Längeres mit gescheiter Vorbereitung, weil es mich einfach wirklich interessiert. Ja gut, du weißt ja, also wenn wir Interviews, also wenn wir uns mit Leuten getroffen haben für Interviews, dann war das ja meistens auch länger. Ja, klar. Also ob das jetzt auf der ITZ war oder so, das waren dann schon immer ein bisschen längere Interviews und die Leute, die staunen dann auch immer, weil letztendlich sind die das halt nicht gewohnt. Wenn jetzt ein normales Kamerateam kommt von irgendeinem Fernsehsender, die machen da irgendwie, die brauchen vielleicht zwei, drei, ja, Wörter oder Sätze, die sie hören wollen, irgendwelche O-Töne, wie es so schön heißt, und dann hauen die wieder ab. Aber dass sich jemand wirklich so intensiv damit beschäftigt, damit rechnen halt die wenigsten. Und dann kommt es halt auch mal vor, und das ist halt sehr skurril, weil wir ja relativ klein sind, dass dann halt auch mal ein, jemand, der interviewt wird, nervös wird bei uns, wo ich dann denke, okay, warum bei unserer Reichweite und so. Aber das kommt halt dann vor, weil die halt nicht damit rechnen, dass die Leute so vorbereitet sind und dass das Interview halt dann vielleicht etwas länger dauert. Weil es gibt Interviews, ach, da fällt mir noch ein, apropos Interview. Das ist halt immer echt scheiße, wenn da was schiefläuft. Und das ärgert mich auch im Nachhinein sehr, wirklich sehr. Wir haben mit Ansgar von Nordrhein-TV ein sehr langes Interview geführt. Und das war auch wirklich sehr nett, also weil wir uns halt auch so verstehen und so. Wir hatten natürlich dann auch so noch einen Takt aus anderen Gründen. Möchte ich jetzt hier nicht öffentlich machen. Aber wir stehen mit ihm in Kontakt sozusagen mit Nordrhein-TV. Und das Interview ist halt einfach tonmäßig eine Katastrophe, weil wir da Funkstörungen drauf hatten, haben es aber damals nicht gemerkt. Und ja, das ist immer noch online. Und ich bin mir sicher, wenn mal wieder sich was ergibt, dann würde ich dieses Interview gerne nochmal neu drehen. Apropos Tonstörungen, wo du es übrigens sagst, Demo in Nürnberg. Ach ja. Das wäre auch so bitter. Ich meine, es war das erste Mal Livestream für uns mit Kamera und über LTE. Dafür war es eigentlich eh ganz okay. Wir hatten ja dann ein bisschen Tonprobleme, aber an für sich. Also war es echt, ja klar. Aber an für sich war es echt gut. Ich war danach nur total im Arsch und mein Rücken auch. Ja, also da muss man dazu sagen, das war wirklich eine sehr, sehr spontane Geschichte. Ich glaube eine Woche vorher, das war ja wo Artikel 13, Artikel 17 damals alles so hochgekocht ist vor, ich glaube schon mittlerweile fast zwei Jahren oder so. Und da war dann so der Entschluss gefasst, hey, am 16. März ist Demo in Nürnberg. Das weiß ich noch so genau, weil es eben mein Geburtstag war damals. Und dann habe ich gesagt, hey, wer hat Zeit? David hat Zeit gehabt. Felix war damals in der Regie, hat den Streaming-Server betreut und gemacht. Und ja, und dann hat er eben irgendwann gemerkt, hey, das ist tonmäßig, geht das nicht so ganz zusammen. Aber das Bild war noch da. Das stimmt. Und in München war ja das Problem, dass das komplette Mobilfunknetz, also alle Netze, das Telekom-Netz, das ging noch einigermaßen. Aber ansonsten ist alles weggebrochen. Und das war schon sehr schlecht, muss man wirklich sagen. Aber ja. Genau. Sonst stabil. Dann kommt eine Frage, die kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Sind eure, was sind eure Jugendsprache-Wörter dieses Jahr? Könnt ihr damit was anfangen? Ich glaube, die Frage ist damit schon beantwortet. Ich kann wenig damit anfangen. Also manche Sachen, die habe ich schon ein bisschen übernommen. Das kommt halt durch auch YouTuber-Konsum. Ganz schlimm, wenn du irgendwelche YouTuber guckst hier und sowas oder Streamer. Aber irgendwie so, naja, das fühle ich, das ist ja so dieses Jahr, so mit das Jugendwort oder was halt oft verwendet wird. Keine Ahnung, was war denn noch so Jugwörter dieses Jahr? Ich schaue jetzt hier gerade nach. Also Schabernack war eins. Schabernack? Ach du Scheiße. Das hätte meine Oma auch sagen können, ehrlich gesagt. Ja, das hat, so wie ich das mitgekriegt habe, wahrscheinlich Reddit ein bisschen mit reingeschaufelt. Okay. Dann Mittwoch war noch ein Kandidat. Also das geht ja auf diese Mittwochskröte hinzu. Also ist zurückzuführen. Bin da komplett lost. Ich kann mal schnell ein Bild davon googeln. Also das ist jetzt kein richtiges Jugendwort, aber was mich extrem nervt, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass irgendwelche Leute das Wort eine mit N-H abkürzen. Und ich finde das absolut schrecklich. Ich sehe keinen Sinn darin, ein oder eine mit N-H abzukürzen, weil es ist nun ein kurzes Wort und es liest sie einfach auch nur grausam. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also irgendwie, ihr merkt, wir sind jetzt hier nicht so die Zielgruppe für Jugendwörter und keine Ahnung. Aber ich weiß, woher es kommt, weil ich bilde mir ein, dass ich das bei irgendeinem YouTuber in so einem Jahresrückblick auch mal gesehen habe. Und deswegen glaube ich, dass da ein Zuschauer von uns den gleichen Podcast oder irgendwas gehört hat. Ja, ansonsten schwierig. Also ich bin da auch ein bisschen weit weg teilweise, wenn ich irgendwie Azubis höre, was die da so von sich geben, schwierig. Und das ist halt echt krass, wenn du überlegst, ich bin noch keine 30, aber ich kann teilweise damit überhaupt nichts anfangen. Also ist irgendwie eher komisch. Ja gut. So in etwa würde ich jetzt auch mal in die gleiche Kerbe mit reinschlagen. Also ich habe auch keine Jugendsprache Wörter des Jahres. Jetzt in dem Sinn, wie es vielleicht jetzt darauf angespielt ist, auch Sache vom Duden oder Langentscheid, ist es eins von beiden, die das hier immer wählen. Na klar, halt, was man so selber verwendet, jetzt irgendwie durch YouTube oder weil man halt einfach selber damit irgendwie aufgewachsen ist und für einen selbst nur irgendwie Jugendsprache ist oder keine Ahnung, zum Beispiel so Zeug wie Alter oder so. Das ist halt, oder, ja. Digga. Yo, Alter, Digga, Digga mich nicht, Alter. Und so. Ja, läuft. Oder was mir jetzt noch so aufgefallen ist, ist dieses Moin Meister, das ist jetzt irgendwie mittlerweile, zumindest bei Leuten, die ich so kenne, sehr im Umlauf. Ja, hat es dann wieder den kompletten 380-Grad-Wende vom guten alten Werner geschafft. Stimmt, ja, das ist ja eher von, ja, das ist schon ein bisschen her. Werner, das kennen ja viele gar nicht mehr so wahrscheinlich, das ist schon. Ja, an alle, die jetzt hier zuschauen und Werner nicht kennen, schaut euch Werner an. Ja, das ist, also, das ist Kulturgut aus Ostfriesland, das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Jo, dann, also, außerdem, ich würde dann weitergehen zu den Spielen des Jahres, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, gerne, gerne. Was sind denn eure Spiele des Jahres? Also, mir fällt jetzt, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin dieses Jahr, war verrücktes Jahr, aus diversen Gründen bin ich kaum zum Zocken gekommen, aber für mich ist trotzdem immer noch, auch wenn ich es noch nicht habe, dann, aber Cyberpunk, denke ich, schon eines der Spiele des Jahres. Und ansonsten gebe ich jetzt mal das Mikrofon ganz schnell in die Runde. Ihr habt da sicherlich mehr zu erzählen über Spiele des Jahres. Ja, da fange ich jetzt einfach mal an, weil ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr zu erzählen. Einmal, was eher offline-mäßig ist, bin ich zwar weniger zum Spielen gekommen, da Pandemie und körperliche, bzw. menschliche Nähe da eher etwas schlecht ist, und zwar Warhammer Tabletop. Bin ich zwar viel zum Bemalen gekommen, aber ich hätte halt mal wieder gern Bock auf eine Runde. Und ja, Cyberpunk 2077, wie es hier wahrscheinlich schon manche Leute bei mir ab und zu auf Steam gesehen haben, dass ich das die letzten paar Wochen doch ein bisschen rauf und runter genudelt habe. Ja, ich muss sozusagen, ich bin jetzt wieder auf dem Linux-System zurück, nachdem es Windows zerschlossen hatte. Und das war dann so der endgültige Sagnagel, dass ich vom Fenster weg bin. Und, äh, also es läuft in Proton mit ein bisschen, also ganz am Anfang, äh, mit ein bisschen Trickserei. Also man muss dann, äh, ein Ex-Radeon, äh, Radeon sag ich schon, Radon, äh, Radeon, ja. Radeon, äh, Reiber runterladen, der nur über GitHub verfügbar war. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, halt Linux-Game, wie es ist. Mhm. Und, ja, also ich hab jetzt, äh, nicht so die groß krassen, äh, Sachen gemerkt, wie es jetzt manche andere Leute, aber das ist halt auch wieder Heulen auf hohem Niveau. Also auf jeden Fall ein Spiel, das auch bei mir hoch im Kurs steht, äh, dann noch diverse Pen & Paper, zu denen ich auch nicht gekommen bin zum Zocken, weil, äh, ich ein Mensch bin, der eigentlich dann immer sich, ja, komm, lass mal irgendwie, und dann entweder, der, der, die, die eine Runde ist dann nicht zustande gekommen, wegen Pandemie auch wieder. Und, äh, theoretisch können wir dann irgendwie über Online, aber da ist dann auch wieder so ein Online-Digrupp befinden, dann auch wieder planen, das ist alles eine riesige Haufen Arbeit. Und, äh, was ich dann noch dazu sagen wollte, wären die zwei zusätzlichen Spiele, die ich mich noch ein bisschen eingelesen hab, eben auch Cyberpunk Red, also sprich die Pen & Paper-Variante von 77, beziehungsweise die Brücke zwischen 2020 und 77 und, äh, D'Genis. Das ist ein deutsches Pen & Paper, wer das nicht kennt und sich dafür interessiert, kann er theoretisch auch mal reingucken. Also, äh, ist cool, man kriegt die Regeln auch gratis bei denen auf der Seite. Hm. Hm. So, da hast du aber auf jeden Fall, ähm, mehr Erfahrung dieses Jahr gemacht mit Gaming als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, außer natürlich das Pandemie-Game, was wir, was wir alle, ähm, seit letzten Jahres kennen und spielen jeden Tag, äh, in Real Life. Ähm, ja, krass. Ähm, gut, weiter geht's in der Runde. Äh, Georg, was hast du denn so? Also, mein Spiel des Jahres ist, glaube ich, Animal Crossing. Also, das hat am Anfang, äh, der Pandemie, das hat mich echt gut durch die Zeit gebracht. Also, es ist halt einfach so entspannt gewesen. So, wirklich so, war das so eine Beschäftigung, während die Schule drunter und drüber geht. Hm. Ja. Na ja, gut, äh, ich glaube, du hattest das Spiel schon mal irgendwo gepickt. Ich weiß es nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich glaube, du hattest das Spiel schon mal. Da ist ja cool, dass du immer noch, äh, dabei bist, sozusagen. Joa, äh, David, was hast du denn so? Ja, es ist kein aktuelles Spiel. Also, ich muss sagen, ich bin dieses Jahr auch eigentlich gar nicht groß zum Spielen gekommen, irgendwie. Nur gearbeitet und keine Ahnung. Ähm, wenn ich dann mal gespielt hab, dann war's irgendwie immer noch, ja, immer irgendwie Need for Speed in der Playstation. Oder, ähm, was ich durch einen Arbeitskollegen, ähm, ja, empfohlen bekommen hab, war Hollow Knight. Äh, gibt's ja auch schon ein bisschen länger, ähm, aber ich find's halt ein super, super geiles, süßes Spiel. Und, ähm, ja, da hab ich mich irgendwie auch ein paar Stunden schon drin verloren. Weil ich bin eigentlich auch so ein Dark Souls-Fan. Und ich sag mal, das ist ja so ein bisschen, ähm, Souls-like in, ich sag mal, zweidimensional. Und, äh, das macht schon echt viel Spaß. Kann ich so unterschreiben? Sehr schön. Also, das Spiel war, ich hab's arg gespielt, ich hab's noch nicht komplett durchgespielt, muss ich leider zugeben. Aber es war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Ja. Also, die Spielwelt ist relativ groß, ist relativ viel erfunden, ähm, und ist auch sehr, sehr an-, also, sehr fordernd. Das stimmt, ja. Also, man verliert sich auf jeden Fall drin. Mein Kollege hat mir das nur grob gezeigt, so, ja, das ist die Map. So, jetzt ist das nicht so groß. Bisschen rausgesumt. Ja, ein Teil davon. Ja, macht schon echt Spaß. Gut, gut. Ähm, dann würd ich sagen, gehen wir über zur nächsten... Das Skript gerade schon wieder weg. Ähm, außer ihr habt noch ein Spiel des Jahres, was euch spontan noch einfällt. Ansonsten gehen wir zu den Zuschauerfragen. Eins wäre mir noch eingefallen, das, äh, aber, war das noch letztes Jahr? Nee, es war dieses Jahr, ähm, auch so ein Bugfest, beziehungsweise auch so ein richtig schlecht, eigentlich richtig schlechtes Spiel, äh, und zwar Ghost Recon Wildlands. Oh ja. Hab ich ja hier auch auf dem, äh, auf dem Mumble-Surfer mit ein paar Leuten rauf und runter gespielt. Äh. Ja, es macht halt im Sinne Spaß, dass man sich's halt selber spaßig machen muss. Mhm. Sehr gut, schwierig. Ähm, gut. Dann kommen wir zu einem Zuschauerthema und da geht's jetzt, also Thema, es ist wirklich ein Wunschthema, da geht's um die Paketabgabe für Online-Händler. Ähm, das ist ja gerade so eine, ähm, Sau, sag ich mal, die durchs Dorf geschrieben wird, von unseren bayerischen Politikern, glaub ich, hauptsächlich. Und da geht's da drum, ja, mei, die Innenstädte, die sterben aus und so weiter. Und, ähm, wir müssen da was tun. Ähm, lasst uns doch mal lustig, ähm, eine Art Steuer auf Pakete, ähm, erheben. Ähm, und, ähm, das war so der, der Aufhänger von dem Thema, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Wir haben's im Podcast bisher noch nicht thematisiert, äh, deswegen passt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie ihr dazu steht, also ich, vorneweg schon, ich bin da kein Freund von, ähm, aber letztendlich, wie, wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, fragen wir mal so, glaubt ihr, unsere Innenstädte werden dadurch gerettet, dadurch, dass man dann für ein Amazon-Paket, äh, Geld abdrücken muss? Ähm, da fange ich jetzt einfach mal an, da würde ich ganz einfach mal sagen, nein, äh, das Einzige, was ich nicht dadurch passiert ist, äh, dass halt die arme Amazon-Angestellten nur noch mehr getriezt werden. Ähm, ja, die Selle ist die, ich bestelle halbwegs viel, ich gehe aber auch in so manchen, äh, Äh, in so manchen Einzelhandel, je nachdem, was ich halt eben brauche, wenn ich eine Möglichkeit hätte, oder hab, Dinge, äh, die ich normalerweise bestellen würde, im Einzelhandel zu kaufen, zum ähnlichen Preis, ja, äh, Herrgott, ich wohne, äh, kurz, vielleicht, zehn, fünf Minuten in die Innenstadt, also, von daher, ähm, kein Problem, äh, auch Land, okay, ist das auch wieder was anderes, aber das ist auch wieder, ist das halt auch wieder so ein Ding, okay, äh, äh, uns geht, wir, wir haben keine, äh, wir wissen nicht, wo wir das Geld mehr herkriegen sollen, uns stirbt alles zusammen, weil, äh, sich halt unsere Gesellschaft verändert und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir noch, äh, das Geld da wieder reinholen. Ja, ja, aber, ähm, also letztendlich muss man ja so sagen, ähm, dass ja, wenn man das rein mal, äh, wissenschaftlich betrachtet, ist ja, der, ähm, Versandhandel hat einen gewissen Vorteil, ähm, dadurch, dass er ja, ähm, sag ich mal, direkt zum Kunden, äh, geht, verschickt, wie auch immer, fallen ja schon mal diese ganzen Zwischenwege weg, also er ist eigentlich per se, muss man wirklich so sagen, umweltfreundlicher, weil erstens mal hast du nicht diese Geschichte, dass es dann vom Großhändler noch mal, ähm, 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 zum, ähm, ja, zum, zum Geschäft geht und dann vom Geschäft zum Endkunden und der Endkunde fährt dann mit seinem Diesel-SUV in die Stadt und holt sich da, äh, seine, was weiß ich, keine Ahnung, seine zwei Seifen ab für einen Euro oder so, jetzt nur mal so als Beispiel, ähm, und da hast du eigentlich schon mal einen ökologischen, umwelttechnischen Vorteil, deswegen, ähm, also jetzt mal nicht nur durch die grünen Brille geguckt, sondern auch wirklich einen Vorteil, dadurch, dass halt da weniger Verpackung gebraucht wird und so weiter und so fort, ähm, ist es vielleicht ein Riesenvorteil, ähm, und vor allem, man muss ja auch sagen, der Postbote, der fährt sowieso, so, und es ist einfacher, dem Postboten ein, ähm, umweltfreundliches Auto zur Verfügung zu stellen oder irgendwie Fahrzeug eben, ähm, ähm, ist es, das ist einfacher als, äh, jetzt zu sagen, okay, Leute, jetzt, äh, fahrt ihr mal nicht mehr mit eurem Diesel-SUV da durch die Gegend. Es ist bequemer, ähm, so, das ist schon mal ein Kundenpunkt, ähm, und zum anderen, glaubt doch nicht, ähm, dass wenn jetzt diese Abgabe fällig wird, die wird ja dann auch fällig, äh, abhängig von der Gebühr, äh, von dem Paketinhalt, ähm, also nicht, dass du sagst, pauschal pro Paket, so, und so viel, sondern was da drin ist. Ihr glaubt doch nicht, dass wenn die Online-Händler teurer werden, dass dann die Einzelhändler in, in den Innenstädten, die ziehen dann auch nach, weil die sagen sich, ach, da kann ich ja die Preise auch erhöhen. Also im Endeffekt, letztendlich sind wir als Verbraucher sowieso die Gelackmeierten, weil wir zahlen den ganzen Spaß, nur dass es halt überhaupt nichts bringt. Und jemand, der sich neben seinem Laden noch ein zweites Standbein mit einem Online-Shop aufgebaut hat, dem wird ja praktisch, äh, sag ich mal, sein zweites Standbein wieder weggeschossen, dadurch, dass er ja dann trotzdem die Abgabe bezahlen muss. Also lauter solche Geschichten, wo ich glaube, da hat man nicht so Ende gedacht. Und letztendlich trifft's dann hauptsächlich auch die deutschen Versandhändler, weil eine Firma wie Amazon, die bedient jetzt schon einen Großteil der deutschen Empfänger aus dem Ausland. Ich bekomme hier teilweise Sachen, wenn die Amazon Prime sind, aus Tschechien hier reingeschickt, weil das einfach geht. Und ihr glaubt doch nicht, dass die dann weiterhin sagen, okay, wir schicken das weiterhin lustig aus unseren eigenen Depots, sondern wenn es möglich ist, gerade wenn halt jemand kein Prime oder Overnight oder wie auch immer was hat, dann wird er das wahrscheinlich aus dem Ausland bekommen, damit sie diese Geschichte umgehen können. So, und Kunden von Online-Shops, die zum Beispiel in Österreich wohnen oder in der Schweiz, gut, Schweiz ist nochmal vielleicht eine Extra-Geschichte, aber in Österreich, die profitieren natürlich davon, weil letztendlich da muss keine Abgabe bezahlt werden. Also ich glaube letztendlich nicht, dass es was bringt und ich finde es sogar noch schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so eine Partei wie die CDU, CSU, die ja angeblich auch mit Umwelt zu tun haben und so weiter und so fort, dass die jetzt im Endeffekt auch noch den Versandhandel bestrafen wollen, dafür, dass er teilweise umweltfreundlicher ist. Und was ich ja noch ganz gegessen habe, energetisches Problem, wenn ihr einen Laden habt oder ein Einkaufszentrum oder so, was glaubt ihr, was da für Energie, für Beleuchtung, für Beheizung im Winter, die Türen gehen ständig auf und zu, Kälte kommt rein und so weiter, was da für Energie verballert wird, letztendlich schwierig. Also ich finde das so ein bisschen bedenklich, diese ganze Geschichte, merkt ihr schon. Aber, weißt du, wie steht ihr denn noch dazu, zu dem ganzen Thema? Also ich sehe das eigentlich auch so wie du, muss ich sagen. Vor allem, wenn du jetzt mal überlegst, wie du schon gesagt hast, der Postbote, die DHL oder wer auch immer, die fahren ja trotzdem, die fahren ja so oder so schon. Und wie du schon sagst, es ist halt deutlich einfacher, wenn ich die eine Seite, sag ich mal, die einfache zu lösende Beziehung, wo ich sage, okay, wir kriegen elektrische Postautos oder was auch immer, also wir finden da eine Möglichkeit. Also wenn ich irgendwie schaue, ja, keine Ahnung, jetzt muss ich die Innenstädte, wo soll dann eh Auto freigemacht werden? Also ich meine, dann funktioniert es sowieso schon gar nicht mehr so richtig, gerade in München drin. Und ja, keine Ahnung, also auch, weil es dann heißt, ja, und die ganzen Rücksendungen, ja, aber der fährt ja so oder so trotzdem, wenn er trotzdem Sachen verschickt. Und nur weil der jetzt 500 Gramm Paket mehr dabei hat, ist der Drops trotzdem gelutscht. Ich meine, das ändert ja nichts an der Ursache. Aber das ist ja auch wieder die Geschichte zum Beispiel mit den, weil du sagst Rücksendungen, da kann ich ja dann auch wieder ansetzen bei dem Transporteur, also bei der DHL, bei DDD, wie sie alle heißen. Man kann sagen, okay, die bekommen halt dann ein gutes Fahrzeug und können damit dann eben halt auch, ja, für die Umwelt eintreten. Und ja, ich kann sowieso dieses Ganze, ich meine, ich weiß, es gibt viele Leute und vielleicht auch unter unseren Hörern und Zuschauern Leute, die riesen Fans sind, da irgendwie shoppen zu gehen. Ich kann da nicht so viel abgewinnen. Also gerade auch so der Besuch vom Supermarkt, der gibt mir halt persönlich relativ wenig. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, boah, das ist so geil, mich da jede Woche da reinzustellen. Und ich bin ganz ehrlich, also wenn es hier die Möglichkeit gäbe, zu bestellen bei einem Supermarkt und man könnte das dann wie Neuseeland zum Beispiel einfach mitnehmen oder so. Also ich glaube, in München gibt es das teilweise auch schon oder in den größeren Städten. Das wäre für mich echt, wo ich sage, okay, dann hast du so deine Einkaufslisten, sagst, ach, diese Woche nehme ich mal die Variante 1 bestellen, nächste Woche die Variante 2 oder ich lasse mir das direkt vor die Tür liefern. Aber so Lebensmittel, ganz ehrlich, einkaufen, wo ist denn da das Einkaufserlebnis? Also wenn dann Leute argumentieren nach, wie toll doch das ist. Das Einzige, was das fördert, dass du irgendwelche Sachen kaufst, die du eigentlich gar nicht brauchst, weil du da an dieser, sag ich mal, Quengelmeile für Kinder da irgendwie kleben bleibst und dir dann irgendwelchen Scheiß mit rein shoppst, den du eigentlich gar nicht brauchst. Also da, Stef, will ich jetzt mal ganz kurz einhaken, weil da habe ich ein bisschen Gegenargument dagegen. Also zumindest war es jetzt, also derjenige, der jetzt sagt, oh geil, Lebensmittel einkaufen, bin ich jetzt auch nicht. Aber was ich halt zum Beispiel beim Lebensmitteleinkauf immer öfters mal habe, dass man sich dann doch mal ein bisschen Variation kauft. Also anstatt jetzt, keine Ahnung, okay, da gibt es mal den neuen Käse, dann nehme ich halt anstatt mal den, ansonsten habe ich mal den neuen und schauen, wie der schmeckt, so auf die Art. Okay, ist jetzt natürlich auch mit dem, dass man es sich dann packen lassen kann, auch wieder so eine andere Sache, aber ja, also es ist für mich noch mal so ein bisschen, oder die Sache ist die, wenn man sich zum Beispiel mal ein Bier oder was kaufen möchte, was dann auch mal ein bisschen anders schmeckt, kann man ja auch, misst man sich ja auch mal die Flasche und so weiter, und also wenn es eher an die Genussmittel geht, zum Beispiel jetzt. Und was auch noch ist, zum Beispiel Hobby-mäßig, habe ich auch gesagt, Warhammer-mäßig, gibt es ja auch so Hobby-Stores und so weiter, und da ist dann auch das ganze Einkaufserlebnis noch ein bisschen. Das kann ich ja nachvollziehen. Also ich glaube auch, ich glaube, dass das halt auch die Zukunft der Innenstädte wird, mehr oder weniger, dass du weniger so zweckgebundene Geschichten hast, also zweckgebunden, so bedarfsgebunden, so sage ich es vielleicht mal, den täglichen Bedarf, sondern dass es eher in Richtung Erlebnis geht. Wie du sagst, Erlebnis-Stores für irgendwelche bestimmten Sachen, vielleicht auch Pop-Up-Stores für irgendwelche speziellen Sachen, vielleicht Leute, die werben wollen für irgendwelche neuen Produkte oder so, die haben dann halt mal für ein paar Tage einen Pop-Up-Store irgendwo aufgebaut. Ich glaube, das ist eher Zukunft und weniger, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt da irgendwie aus Spaß an der Freude mal durch ein Rewe bummeln oder so. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Aber es gibt wirklich Leute, die haben da Spaß dran. Und bei den Genussmitteln gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also egal, was es jetzt ist, ob das jetzt irgendwelche ganz besonderen Alkoholgeschichten, Spirituosen sind oder ob das jetzt irgendwie vom Edelbäcker irgendwas ist oder was weiß ich. Klar, da gebe ich dir recht, das ist noch ein Erlebnis. Aber so dieser klassische tägliche Bedarf, ich glaube, also wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, würden wahrscheinlich viel mehr Leute da auch irgendwie umstellen. Und vielleicht ist es sogar wirklich was regional, dass vielleicht mal der ein oder andere Supermarkt nachdenken könnte, wenn er dann überhaupt so eine Möglichkeit hat aus rechtlichen Gründen, weil das sind ja so Franchises und so weiter schwierig. Aber dass er vielleicht sowas mal ausprobiert. Also wenn es hier sowas gäbe, ich würde es ausprobieren, definitiv. Also ganz ehrlich. Da kann ich ja auch ein bisschen aus der Erfahrung sprechen, weil sowas ähnliches hatten wir bei uns hier in Weiden auch schon bei den Edeka. Wir haben das auch so aufgebaut ungefähr, wie man es von der Deutschen Post kennt. Quasi so einen riesen Kasten mit so Schließfächern drin. Und da konnte man dann online quasi sich Essen zusammenstellen und dann dort abholen. End vom Lied war, dass es nach einem Jahr abgeschafft worden ist, weil es fast keiner verwendet hat. Also ich habe da die ganze Zeit, wo ich da einkauft habe, nie jemanden an diesen Automaten gesehen. Gut, vielleicht denkt man jetzt durch die Pandemie mal ein bisschen anders. Nee, selbst in der Pandemie. Das ist ziemlich aktuell. Schade. Ja, also finde ich wirklich schade. Vielleicht muss es halt bei den Leuten noch ein bisschen mehr ankommen. Aber klar, ich meine, ich bin jetzt nicht im Maßstab der Welt. Also das ist einfach so. Aber ich kann da halt nicht viel abgewinnen. Deswegen tue ich mir da halt auch leichter, auf dieses Erlebnis zu verzichten. Und vielleicht muss man den Leuten es dann erst noch schwackhaft machen. Ich weiß es nicht. Dann kam noch ein Kommentar rein, habe ich gerade gelesen, auch von Google Fisch. Da ging es jetzt darum, dass die Steuer dann halt auch wirklich ankommen soll im Einzelhandel. Und was er so mitbekommt, sind auch die Novemberhilfen noch nicht mal angekommen bei vielen Betreibern. Das habe ich auch schon gehört. Also das ist auch so ein Ding. Und man darf ja auch nicht vergessen, in dieser Verwertungskette sind ja auch immer noch Beamte, die ja auch bezahlt werden möchten. Und je nachdem, wie viele Beamte der Staat da drauf wirft, auf dieses bürokratische Monster, sage ich mal, könnte das halt auch nochmal ausarten in richtig fette Personalposten. Das ist vielleicht auch so eine andere Befürchtung, die ich da habe, wenn es um diese Paketsteuer geht. Und das Erheben ist halt auch wieder schwierig und so. Also es hat so viele Nachteile. Ich glaube, dass es halt einfach mal wieder von unseren bayerischen Politikern irgendwie so eine Schnapsidee war. Irgendwie mal bei einer Mastbier ist man da auf die Idee gekommen, man könnte doch mal was machen. Aber letztendlich so wirklich glaube ich nicht, dass das attraktiv wird. Gut, ich würde sagen, wir haben die Zuschauerfrage, das Zuschauerthema, glaube ich, jetzt ausführlich beantwortet. Oder habt ihr noch irgendwas zu dem Thema? Eigentlich nicht. Wie auch so ist es durch. Genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder so, wie ihr dazu steht. Aber schwierig, aus meiner Sicht. Dann eine Zuschauerfrage. Wieder sehr IT-mäßig. Werden in Zukunft ARM-Chips, also wie es jetzt zum Beispiel Apple, gemacht, oder Apple einsetzt, sich durchsetzen? Oder wird die Zukunft der ARM-Chips, den ARM-Chips zugeordnet sein? Ja, mei. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es cool, was Apple gemacht hat. Und man hört ja auch, wir hatten, glaube ich, Tobi, du hast es vorhin erzählt, dass du auch schon gehört hast, dass die wohl sauschnell sein sollen von den Arbeitskollegen. Und das liest man und bekommt man auch mit und ist auch irgendwie nachvollziehbar. Man muss aber auch immer überlegen, der ganze Code, alles muss ja erst mal angepasst werden. Also schwierig. Aber es gibt sicherlich Anwendungen. Man hat es ja früher beim Raspi gesehen. Da war das früher schon eine sinnvolle Geschichte. Also das hat früher beim Raspi auch funktioniert. Und ja, vielleicht ist es wirklich eine Geschichte, die sich durchsetzen wird. Aber du musst halt viel noch anpassen. Und ja, das ist so meine Denke, dass ich sage, da muss noch viel nachgeholt werden. Und die Smartphones funktionieren ja auch schon. Aber die Frage ist halt, so ein klassischer Büro-PC läuft halt auf einer X86- oder X64-Architektur, ob das halt sich so schnell ändern wird. Auch wenn man sich das Gaming anguckt. Wir haben ja vorhin über Gaming geredet. Wir sind ja alle irgendwie auch Gamer. Und da ist halt auch die Frage, letztendlich, ja, wird es da Armspiele geben? Sicherlich, aber jetzt nicht sofort. Und es wird halt auch sehr viel Geld verschlingen, das dann auf Zweigleisten eben zu entwickeln. Könnte ich mir vorstellen. Ja gut, da hechte ich jetzt mal mit Entwicklung und dem ganzen Zeug mal mit rein. Ich habe mich dann auch mal mit dem ganzen Ding ein bisschen beschäftigt. Was halt vor allem das große Problem ist, was ich auch mitgekriegt habe, dass teilweise Windows und Linux, ich glaube Windows aber hauptsächlich, wahnsinnig Probleme haben wird, das Ganze auf ARM zu portieren überhaupt. Weil die Code-Barsen, auf denen das Ganze läuft, einfach dafür nie gedacht waren. Beziehungsweise dann auch so Zeug wie Word und so weiter. Alles erst mal nicht auf ARM läuft. Und diese ganze Struktur umzubauen, das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Was ich mir vielleicht noch vorstellen kann, dass man es ähnlich wie jetzt bei Linux spielemäßig, dass man so eine Art Compatibility Layer baut. Weil es ist dann auch wieder, jede Layer, die du dazwischen schmeißt, bremst halt das Ganze aus. Ob das halt dann immer noch schneller ist, ne? Mit den Zukunft der ARM-Chips, wenn man jetzt mal die Frage direkt beantworten will, ich sehe die eher in Mobilgeräten. Also in einem Smartphone, in einem sehr flachen Laptop oder Ultrabook. Vielleicht auch in Zukunft in irgendeinem Kombigerät. Also wer weiß, was die Zukunft bringt, dass du halt einen, ich sage jetzt mal, einen Formfaktor-Smartphone mit dir rumträgst, dass du halt dann über eine Dockingstation einen Bildschirm mit einer Maus- und Tastatur ranhängst. Und dass du halt dann halt die Performance von einem normalen Mobilgerät, also vom Ultrabook oder was liefern kannst. Ja, wie gesagt, die Technik, es ist immer wahnsinnig schwer zu sagen, ist es jetzt die Zukunft, ist es ein Gimmick? Ja. Also wo ich jetzt auch so ehrlich gesagt die Zukunft sehe, ist halt auch bei Tablets. Ich habe gerade mal meins geschnappt. Ich habe mir jetzt so ein Samsung Convertible mal geshoppt letztes Jahr. Das ist ein Android-basierendes Tablet von Samsung. Und da sehe ich halt auch wirklich die Stärken. Du hast halt da mittlerweile die Möglichkeit, das Ding wie in Linux zu betreiben. Du hast halt Apps, weil halt Android draufläuft. Und du hast halt auch die Möglichkeit, viele Sachen, die du vom Desktop kennst, die kannst du halt dann da auch verwenden. Und ja, da sehe ich ehrlich gesagt eher so die Stärke, aber weniger jetzt in Form von, ich nutze mal das Ganze auf meinem Desktop. Also bei Windows sehe ich es überhaupt noch nicht. Ganz ehrlich, bei Linux, ja schwierig. Also vielleicht irgendwann, aber dann wahrscheinlich auch eher in mobilen Endgeräten oder so. Oder irgendwelchen IoT-Geräten. Da könnte ich es mir vielleicht auch noch vorstellen. Aber das sind ja alles Anwendungsbereiche, sage ich mal, die weit von dem Produktiven weg sind. Oder man muss es halt mit irgendwelchen Krücken dann nutzen. Aber so wirklich sehe ich das im Moment noch nicht. Und man muss ja auch überlegen, die Server-Architektur, die läuft ja auch noch nicht auf dieser Schiene. Du müsstest ja auch die ganzen Server-Applikationen anpassen. Ich denke mal, dass die als letztes rankommen. Und wenn ich mal so gucke in unsere Betriebe, was da teilweise für Software am Start ist, wie alt die ist und wer die entwickelt und so weiter und so fort, dann kann man sich sehr schnell vorstellen, ja, wie lange sowas dauert, bis es einfach überall aus den Unternehmen verbannt ist, so all das Zeug. Und ja, aber das ist jetzt einfach nur so ein Gefühl, was ich habe, wenn ich an ARM denke und als Hauptsystem oder so. Ich glaube, ein bisschen schwierig noch. Gut. Da muss ich auch nochmal einhaken, weil ihr gerade gesagt habt, ARM und Microsoft. Tatsächlich ist Microsoft dabei, ARM einzuführen. Zum Beispiel bei der Surface-Reihe, da gibt es jetzt, glaube ich, mindestens zwei Surface-Arm-Laptops und da ist Microsoft eigentlich schon gut dabei. Die haben auch eine Emulation eingeführt für diese X64-Applikation. Okay. Entschuldigung, genau, das war was anderes, was ich, genau, danke, dass du mich daran erinnerst. Das war Linux, das ist ein Konto wegen der Architektur und Microsoft, entschuldigung, habe ich falsch gelegen, ja, bin auch nur ein Mensch, genau, Microsoft-Lizenzen gibt es offiziell keine für die ARM-Systeme. Das war das. Du kriegst diese Lizenz, ARM-System nur, indem du dir eines dieser Surface-Geräte kaufst. Und es ist also normal, diese Lizenz zu bekommen über jetzt Microsoft oder ein Keystore oder irgendwie sowas, ist nicht möglich. Das war das, genau. Ja gut, Microsoft-Lizensierung ist sowieso sehr wild. Da gibt es die tollsten Kombinationen und was man da beachten muss. Aber letztendlich, ja, die Surfaces gibt es, stimmt. Da hatte ich auch sogar schon mal Kontakt mit so einem Ding. Aber es ist halt wirklich, es ist nicht angenehm. Und da läuft halt, also gerade dieser ganze Business-Stuff, bis der wieder angepasst wird, da geht sehr viel Zeit ins Land. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, da mal eben auf ganzen Applikationen entweder zu verzichten oder die zu emulieren. Ich glaube, im Zweifel wird der, ja, der Büromensch auf eine X64-Architektur einfach zugreifen und dann funktioniert es. Aber jetzt, wenn man sich mal so, mal weit aus meiner Filterblase rausdenkt, also eher in Richtung Kreativität und eher in Richtung, ja, irgendwelche Agenturen, da könnte ich es vielleicht schon vorstellen. Also wenn du jetzt wirklich in so einer Agentur arbeitest, ein bisschen Web-Entwicklung machst, vielleicht ab und zu mal ein Bild bearbeitest, in Photoshop oder mal ein Video in Premiere schattest oder vielleicht in der, wie heißt es von Apple Final Cut, wenn du in so einer Blase bist und da, denke ich mal, funktioniert es. Und wenn du vielleicht sehr viel auf Web-Anwendungen setzt, das sind so die ersten Sachen, die wahrscheinlich super funktionieren werden oder auch jetzt schon funktionieren. und auch die großen Unternehmen wie Adobe und so weiter, die haben sich darauf eingestellt, die bringen eigene Versionen dafür raus und das wird alles fluppen. Aber somit, wie du halt irgendwelche Spezialanwendungen hast, die sind halt einfach für ja, für ARM geeignet und die laufen eben halt unter Windows, leider Gottes. Und ich glaube, da wird es sehr schwierig, außer du baust halt wieder virtuelle Maschinen ein und so weiter und so fort. Und dann ist halt die Frage, wie gut das funktionieren wird, schwierig. Deswegen werde ich mir auch kein neues MacBook mehr kaufen. Ich habe aktuell noch eins, aber da kann ich eben halt auch normal virtualisieren. Wenn ich jetzt auf ein neues mit M1-Tipp gehen würde, dann könnte ich halt auch meinen Windows nicht mehr so virtualisieren, wie es aktuell funktioniert mit VMware und so weiter. Also eher nervig. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch kein MacBook mehr mehr holen, aber ja, der Ausflug war mal ganz nett und ich muss auch ehrlich sagen, es war auch kein schlechtes Gerät oder ist es bis heute auch nicht. Jo. So. David ist auch wieder da. Oder nicht? Nee, ist noch nicht da. Ja, so halb. Ich habe gerade ein bisschen Probleme, weil er, wie gesagt, mir gerade irgendwie meine Ausgabe nicht so hinbekommt, wie ich soll. Genau. Hast du zum Thema Arm noch was rauszulassen? Ja, Arm dran oder Arm ab. Ja, nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich denke auch, dass der normale, gerade so eine ITLR auf die 64-Bit-Architektur zugreifen wird, muss und dafür laufen halt auch die meisten Anwendungen. Klar, es ist eine coole Möglichkeit. Ich bin ja auch viel auf Linux unterwegs, viel mit dem Beiß und so, aber man merkt halt da doch auch durchaus, zumindest momentan, noch die Limitierungen. Ja. Gut. Zuschauerfrage, würde ich sagen, beantwortet. Dann gehen wir mal zur nächsten. Hattet ihr schon mal Streit innerhalb vom Team oder haben deshalb schon mal Leute euer Team verlassen? Interessante Frage. Na ja, gut, also wir waren uns auf jeden Fall nicht immer alle einig, das ist ja klar, aber es gibt selten, sage ich mal, große Streitigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. na ja, gut, ich meine, es gab einen, der das Ganze hier mit gegründet hat, der ist irgendwann mit raus, weil er mit Personen hier nicht ganz klar kam und dann hat er halt gesagt, okay, also wenn die Personen noch da bleiben, dann bin ich weg. Das gab es tatsächlich, das ist schon vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kennt der User das auch oder will darüber anspielen. Ja, das gibt es auch, das gab es vor Jahren, aber das war okay, man hat sich dann doch eher im Guten getrennt und ja, habe auch immer noch Kontakt. Letztendlich war das halt seine Entscheidung, dass er gesagt hat, hey, mit der Konstellation, um konkret zu sagen, mit der Führungsebene oder mit der Projektleitung von Kurs of You, da möchte ich nicht zusammenarbeiten und dann war das halt auch okay und auch so der Weg war eben halt auch nicht so recht, wie das Ganze gegangen ist und ja, ansonsten, ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche größeren Sachen erinnern. Ich weiß noch klar, wenn irgendwelche stressigen Situationen sind, dann ist manchmal der Ton ein bisschen rauer oder auch Gamescom 2003 gab es auch so den ein oder anderen Moment, wo wir uns nicht immer so alle einig waren, aber letztendlich, also das ist mir jetzt im Kopf geblieben, weil es halt sehr, ja, man halt darüber im Nachgang auch noch geredet hat, aber letztendlich so fällt mir da jetzt nichts ein. Gut. Mir fällt da schon noch eine Sache ein, das betrifft unsere Minecraft-Server. Ja, das war ein bisschen unangenehm damals. Stimmt, du warst ja damals aber glaube ich, wäre für mich sogar. Ja, sehr für uns alle, das war für uns alle sehr, sehr unangenehm. Ja, ich habe mein Haus mal verloren und was weiß ich alles auf Minecraft-Server. Wir mussten sehr viel aufräumen, sagen wir es mal so. Aber da hatte auch eine andere Person, die mit N anfängt und mit O aufhört, die hatte ja auch schon mal die ganze Map unter Wasser gesetzt, das war ja auch noch in der ersten Minecraft-Version, wo wir dann mit Schwemmen alles erstmal trockenlegen mussten. Das war... Place active water. Genau. Das war sehr, sehr speziell, aber letztendlich, ja, gut, das sind alles so Sachen, im Nachhinein, ihr merkt schon, wir können mittlerweile drüber lachen und ich meine, man wird ja auch erwachsener, wir reden da von vor zehn Jahren oder so oder vielleicht vor sieben, acht Jahren und da denkt man natürlich da noch anders drüber und mittlerweile, ja, also, ganz selten, dass wir mal, aber es ist auch manchmal, sorgt es ja auch für eine gewisse Produktivität, wenn der Ton manchmal ein bisschen rauer wird und wir haben ja jetzt auch hier bei der Aufnahme hatten wir ja auch einen ziemlichen Stress gehabt und das funktioniert auch noch nicht alles ganz rund, aber letztendlich, wir geben das auf, wir sind da weiterhin hart am Hasseln und dann geht es mal so. Aber das gehört auch, glaube ich, dazu, ich meine, ich kann mich noch erinnern, wo wir auf der Gamescom waren, da gab es ja auch mal so eine, naja, kleine Auseinandersetzung, weil gewisse Leute nicht irgendwo zum bestimmten Event hingehen wollten, sondern sich lieber was anderes angucken wollten, wo wir dann gesagt haben, ja, wir sind halt aber irgendwie hier für Gamescom, für Aufnahmen und nicht um uns irgendein Konzert oder so anzusehen, ja, ist halt manchmal, aber das gehört, glaube ich, dazu und inzwischen, ich meine, man wächst sowas auch, man wird ja älter, wie du schon gesagt hast und dann löst man sowas auch, vielleicht eine Stunde oder so auf den anderen ein bisschen eingeschnappt, aber ja. Man darf ja auch nicht vergessen, letztendlich haben wir nicht alle irgendwie einen Background, sag ich mal, so im Journalistischen oder so, also wir zwei schon, du hast ja damals auch Radio gemacht und so weiter, ich habe ja auch Schülerzeit und was weiß ich alles mitgemacht und Blogging und was weiß ich noch, damals in der Jugendzeit, sag ich mal, und da war man ja dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, so einen Tunnel hatte man dafür, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier Content produzieren und so weiter und wenn dann jemand Neues dazukommt, der da eher aus dem Event-Charakter sieht, dann ist das halt schwierig, da muss man sich erst dran gewöhnen. Letztendlich, wir hatten ja auch letztes Jahr, nee, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, hatten wir ja auch auf der ITSA Praktikanten, Mensch, das ist schon wieder so lange her, dabei und letztendlich muss man halt den Leuten einfach sagen, okay, es ist Zeit hier, weil wir jetzt hier was produzieren wollen und nicht, weil wir jetzt hier einen Ganztag Party machen und dann uns abends die Hucke vollsaufen, das machen Giga, das machen wir nicht. Giga Games hat das ja früher ganz gerne mal gemacht, dass es sich auf Gamescom, ETC richtig einen reingegeben haben, aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen Events, die ja nach so einer Messe noch stattfinden, wird mich da selbst wiederfinden, weil ich da irgendwie, da komme ich, da bin ich viel zu platt am nächsten Tag, da kriege ich dann kein Interview mehr hin, dann wären das alles so Interviews mit dem Lars Fricke, dann, weil ich da nichts mehr rausbekomme und schwierig. Aber letztendlich, ja, so viel dazu. YouTuber des Jahres, wir müssen ein bisschen Gas geben, wir sind jetzt eigentlich schon bei der Halbzeit, zeitlich, aber wir haben noch nicht mal die Hälfte des Skripts durch. Ich habe es dir vor dem Stream gesagt. Ja, ja, ganz ruhig. Ja, wir geben Gas. YouTuber des Jahres, ich mache es ganz kurz, Joey Jenkins, der macht so ein bisschen Klaviervideos, habe ich entdeckt, ich bin kein großer Klassik-Fan oder so, aber der macht teilweise auch so aus Serien, aus Memes, irgendwelche Mucke oder so lustige Aktionen wie Queen Songs for the Queen, also das ist ein Engländer und der ist dann eben halt auch vor den Buckingham Palace gefahren mit einem Klavier und so weiter, bis er von der Security abtransportiert wurde und solche Geschichten. Also ganz witzig auf jeden Fall und den habe ich irgendwann durch Zufall entdeckt, fand ich ganz cool. Dieses oder letztes Jahr neu entdeckt ist Udo und Wilke, das ist, also wirklich, wenn man Gehirn ausschalten möchte, kann man sich das gerne mal geben. Da geht es, da wird ein Platzwart von einem Fußballverein begleitet bei allen möglichen Sachen und der Wilke ist halt eigentlich, also Udo ist der Platzwart und Wilke ist ein Influencer aus dem Dorf, der ihn halt mit der Kamera begleitet und teilweise auch noch ein bisschen nervt und so. Da kommen echt lustige Situationen zustande. Also es ist wirklich, wenn man auch ostfriesischen Humor mag, dann ist das genau das Richtige, aber ich feiere das einfach und das ist wirklich zum Runterkommen, ist das eine super Geschichte. Dann Metalcore, also Metal, Leercore heißt der YouTube-Kanal. Das ist ein Kanadier, der Bock dann, klingt jetzt nicht so kanadisch, ist aber ein kanadischer Channel und der berichtet regelmäßig über neue Mucke aus dem Bereich Metal, teilweise auch, sagen wir mal, außerhalb vom Metalcore und macht es wirklich ganz gut und covert teilweise auch selbst. Also der kann auch selbst ganz gut singen und screamen, also das ist echt eine coole Geschichte, macht so, was ich rausgekriegt habe, irgendwie auch gerade ein Studium im Bereich Medien, Mediendesign, irgendwie sowas und das siehst du halt auch den Videos an. Also das ist nichts, mal eben schnell mit einem Taschenrechner gefilmt und dann reingeballert, sondern es ist schon wirklich hochwertig produziert. Ja, der andere, auch hochwertig produziert, ist das Bauforum. Dadurch, dass ich aktuell ja hier sehr viel umbaue, habe ich den Channel wirklich schätzen gelernt. Ich habe auch sehr viel Werkzeug mir in der Gangenheit jetzt besonders, durch den Umbau, Renovierung, etc. Und da ist es echt ein super Kanal und die Jungs geben da richtig Gas und machen Tests und was ich auch cool finde, ist die Reihe On The Job, wo sie dann eben irgendwo in Firmen reinfahren. Ist zwar jetzt nicht unbedingt direkt mein Business, aber die zeigen dann halt auch irgendwelche Baumaschinen, Bagger und so weiter und das ist schon ganz cool. Oder auch die Sanierung vom Frankfurter Flughafen, irgendwie von der Rollbahn oder so. Das sind echt coole Reportagen, die die da drehen und auch der André Brockschmidt, wie er heißt, der ist ja der Gründer und Hauptmoderator von dem Channel. Der hat einfach eine coole Art, muss ich mal wirklich sagen, wie der das präsentiert. Das ist einfach ganz cool und auch seine Crew außenrum, das passt einfach, dieses Paket. Und das sind meine YouTuber des Jahres. Arvid, YouTuber des Jahres. Was hast du denn? Ich habe gerade extra nochmal durchgeschaut, dass ich auch nichts vergesse. Dann gehen wir mal weiter zum Georg. Achso, ich habe schon. Achso, du hast schon. Alles gut. Wenn du noch Zeit brauchst. Ich habe nicht geschaut. Naja, alles gut. Es sind fünf Stück, aber ich hatte nur eigentlich mit dem Sinn, deswegen. Ja, ich bin ja, vielleicht weiß der eine oder andere ja auch recht viel mit Autos unterwegs und so Autocontent, also JP Performance für mich halt auch wieder. Ich meine, er hat dieses Jahr wieder die Bombe rausgehauen und jetzt trotz Corona irgendwie ein Automobilmuseum auf die Beine gestellt, was auch eine echt krasse Sache ist. Ja, dann das nächste wäre Joshua Bartwell. Das ist ein amerikanischer YouTube-Kanal, der, also Joshua Bartwell ist sehr bewandert, was FPV-Drohnen angeht, kennt sich da sehr gut aus, macht sehr viele Videos, wo er gerade auch die ganzen Produkte testet. Für die Leute, die es nicht wissen, FPV-Drohnen, also First-Person-View-Drohnen, jetzt nicht wie so eine DJI-Mavic oder so, sondern eine Drohne, wo wirklich eine Kamera vorne drin ist, die fest ist und man fliegt die mit Videobrillen. Also eigentlich eher so aus Spaß, sondern man kann damit dann theoretisch auch Aufnahmen machen und ja, der macht dann eben hauptsächlich viele Testberichte. In dem Zusammenhang auch der Kanal Rotor Riot, die, wo er unter anderem auch mitwirkt, das sind mehrere, ja, FPV-Piloten aus Amerika, die immer ziemlich crazy Sachen machen und ja, schon echt ziemlich, ziemlich geiler Content, den die da raushauen. Dann andere Themenbereich, hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, ist 3D-Druck, also Philips 3D, das ist ein Deutscher, der hat, macht auch ziemlich viele Videos über 3D-Druck, über am Anfang getestet, auch 3D-Drucker und dann natürlich Optimierung, jetzt seinen eigenen 3D-Drucker gebaut und inzwischen auch einen Shop, wo er Teile verkauft und dann ebenso auch noch CNC-Kitchen. Der Stefan, auch ein Deutscher, macht aber Videos nur auf Englisch, ist immer ganz lustig, weil man hört halt, dass er eigentlich ein Deutscher ist, aber halt echt super Content und hat halt auch einen riesengroßen, geilen Keller mit CNC-Fräsmaschine, Drehmaschine, etliche Drucker, hat richtig viel Ahnung in dem ganzen Bereich und ja, sehr, sehr qualitativ hochwertige Videos und das macht dann auch echt Spaß. Da schaue ich dann auch gerne mal ein bisschen länger. Ja, das wär's so für mich. Genau, dann Georg, was hast du denn für YouTuber dieses Jahr gefeiert? Ich hab's eigentlich von einem Channel, nämlich von dem Game Channel Polygon, da gibt's einen Redakteur, der nennt sich, warte mal, Brian David und der macht die Reihe Unraveled und die ist teilweise so irrwitzig, wo er zum Beispiel den, wie heißt die, den sexiest Gegner von Castlevania irgendwie herausfindet oder da macht er so Ranks von den sinnvollsten Robotern aus Mega Man oder hat sich alle Skyrim-Bücher durchgelesen und hat dann die besten fünf herausgeschrieben. Das macht es teilweise so dermaßen bescheuert, das ist einfach bloß hilarious. Genau. Jo, dann Tobi. Jo, ähm, dann fangen wir an, ich hab auch ein paar, ähm, einmal, den schau ich zwar schon länger, aber der hat, äh, dieses Jahr auch vor allem mit Corona und so ein bisschen, äh, mir auch teilweise ein bisschen aus der Seele gesprochen, äh, es ist Urstertyp, wenn irgendjemand hier was sagt. Ähm, ist ein relativ, ist ein relativ kleiner, eigentlich Filmkritik-Kanal, aber, ähm, also kann ich nur jedem empfehlen, der hat auch teilweise schon Videos mit David Hain und einem, äh, Siegesmund gemacht. Ähm, ein extrem witziger und interessanter Typ, von dem man eigentlich, wenn man, wenn man ihn mal anguckt, erwartet man nicht, was der für Content macht. Also der Typ ist der, der letzte Wandschrank, äh, bei, ähm, ja, wie gesagt, schaut ihn euch mal an, ist, äh, ein echt interessanter, interessanter Keil. Dann, ähm, Binging with Babish, beziehungsweise, äh, das, äh, jetzt mittlerweile Babish, ähm, culinary, universe oder irgendwie so, ähm, es ist ein Kochkanal, äh, von einem Amerikaner, der hauptsächlich, ähm, so, ja, ich sag jetzt mal, aus, ne, aus Filmen oder Spielen Essen nachkocht. Das ist geil. Ähm, dann teilweise auch die Rezepte anpasst, also bei irgendeinem Zeug, wo du wirklich, äh, zwar theoretisch essen kannst, aber halt schmeckt, äh, wie, geradezu. Und, ähm, das andere, also das ist dann der letzte, der mir eingefallen wäre, es ist auch, hat auch wieder mit, äh, Warhammer zu tun, und zwar, ähm, Baltimore's Guide to Warhammer. Das ist ein, glaub ich, ein Amerikaner, was bei dem cool ist, er macht halt so ein bisschen Lore-Videos zu dem ganzen Universum, was aber dann entsteht, er macht zusätzlich, ähm, noch selbst Hörspiele da mit rein, also, auch selber geschrieben, die auch recht gut produziert sind. Ähm, da kann man auch durchaus mal, wenn man eh gerade mal Figuren bemalt, da mal ein paar Stunden rein versenken. Ja, das sind ja oftmals dann auch so YouTuber, die man so nebenbei gucken kann, das ist halt manchmal auch ganz praktisch. So. Mir ist noch einer eingefallen, den ich gerade noch anbringen wollte, weil ich ihn echt geil finde. Äh, Shai, also S-H-I-E-Y, ich weiß nicht, ob man das genau so ausspricht, ich glaube, das ist einer aus Ukraine oder irgendwie der Gegend, der macht, ähm, ja, sehr viel so Trainsurfing, äh, im Sinne von Auf-Güter-Züge, der halt dann teilweise durch ganz Europa, äh, oder jetzt aktuell, was die neuesten sind, durch ganz Kroatien durchfährt. Die Videos sind in der Regel eigentlich immer mindestens 20 Minuten lang und durch, auf denen bin ich eigentlich aufmerksam geworden, weil, ähm, der mit zwei anderen Verrückten, ähm, im Winter oder auch letztes, davor schon einmal, ähm, eine Tour illegal natürlich nach Chernobyl gemacht haben, also quasi, da wirklich auch durch den radioaktiven Fluss durchgeschwommen sind, als sie da hinkommen an den ganzen Gates und so vorbei, dass sie nicht erwischt werden, haben dann in Pripyat, äh, übernachtet, nachts und, ähm, ja, ziemlich, ziemlich verrückt, also, würde ich keinem empfehlen, sowas zu machen, würde ich auch selber nie tun, aber ich finde es halt hochinteressant, spannend zu sehen und das ist halt schon, also echt sketchy, was die zum Teil machen, aber irgendwie packt's einen halt dann doch irgendwie, also, es packt einen halt irgendwie, finde ich, ich finde es saugeller Content und, ähm, man sieht halt auch doch einfach Orte oder Plätze, wo du halt nie im Leben eigentlich hinkommen würdest. Ja, die sind so ein bisschen lebensmüde auch, aber letztendlich, das ist ja das Coole, dass du das dir dann angucken kannst, das ist ja auch diese deutschen Lost Place YouTuber, die es da gibt, äh, die guckt man sich ja auch an, ich persönlich würde jetzt bei manchen Lost Places jetzt nicht unbedingt mehr reingehen, aber, äh, dadurch, dass man sich das da angucken kann, echt eine, eine schöne, spannende Geschichte, die habe ich heute mal oder dieses Jahr mal rausgelassen, ich habe auch so ein paar Lost Place YouTuber geguckt, äh, wir hatten letztes Jahr schon, ähm, welche mit dabei, also zum Beispiel jetzt Marvin oder so, deswegen habe ich die dieses Jahr mal rausgelassen. Gut, wir sind, wir sind auf zwei eingefallen, äh, hau raus, und zwar einmal, äh, Overly Sarcastic Productions, ähm, das sind zwei Amerikaner, äh, ein Amerikaner und eine Amerikanerin, ähm, die machen hauptsächlich so, ja, äh, Breakdown-Videos von, ähm, wie heißt das, also Folklore-Geschichten, ähm, also auch so Zeugen wie, äh, wie Beowulf und, äh, auch anderes Zeug, und, äh, Geschichtsvideos, und, ähm, was auch da in dem Zusammenhang, was ich über die, äh, kennengelernt habe, ist, äh, Hildegard von Blingen, nennt sich der, äh, Kanal, und, ähm, es ist ein Kanal, der moderne Pop-Songs im Stile Mittelalter, oder, äh, Fake-Mittelalterlichen Minigesangs macht. Und, äh, das ist sehr interessant, wenn man sich das mal anhört. Ja, das, äh, klingt auch sehr interessant. Ähm, ja, wie gesagt, alle Channels, ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, was ihr gerade gesagt habt, das packen wir natürlich wieder in die Shownotes, ähm, weißt, ähm, und dann könnt ihr das dann in der aufgezeichneten Fassung dann nochmal anklicken. Wir machen ja nicht nur den Livestream heute, sondern es gibt dann auch wie gewohnt immer noch eine, ähm, Audio-Podcast-Folge davon. Und, ja, da könnt ihr das dann nochmal nachgucken. Ähm, habt ihr noch was oder kann ich zur nächsten Zuschauerfrage umswitchen? Hau raus. Die ist wahrscheinlich eher Richtung, äh, ja, meine Wenigkeit gerichtet. Welche Kunden habt ihr bei eurer Firma, also bei Kurs of View Services? Ähm, hauptsächlich sind, also sehr viele sind mittlerweile so im Bereich Medien unterwegs, aber wir haben auch, äh, kundenkritischer Infrastruktur. Ich werde natürlich jetzt hier keine großartigen Namen nennen. Wir haben aber auch teilweise den kleinen Unternehmer um die Ecke oder so, je nachdem für Projekte, ähm, ja, also das ist bunt gemischt, aber letztendlich haben wir schon einen gewissen Fokus auf IT-Sicherheit und Dienstleistungen in dem Bereich oder auch im Bereich Schulungen oder, ähm, Cloud und Security. Ähm, das sind so die, eigentlich unsere Hauptthemen, die wir betreuen. Äh, plus natürlich, was bei YouTubern immer ganz nett ist, dass wir halt auch, äh, die Seite eines YouTubers kennen. Das heißt, wir können die halt anders raten einfach. Wir können anders mit denen reden. Wir verstehen denen ihre Probleme, weil wir sie selber auch haben. Oder wir können da eben auch aus eigener Erfahrung reden. Und das fehlt, glaube ich, halt, äh, manchen, also wenn jetzt ein YouTuber, sag ich mal, oder ein Streamer, der bei uns Kunde ist, wenn der jetzt zu einer anderen IT-Clitsche geht, ja, die müssen da erstmal gucken. Die haben da vielleicht Leute sitzen, die seit 30 Jahren IT machen, die aber halt mit sowas noch nicht in Kontakt geraten sind. und das ist halt einfach so jetzt, äh, ein Vorteil in der Geschichte. Und, ja, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Letztendlich, äh, viele Kunden, also gerade im IT-Sicherheitsbereich, die wollen ja gar nicht, dass, dass es bekannt ist, äh, über wen sie sich beraten lassen und, und wie das alles abläuft. Also, das, äh, da werden wir einen Teufel tun und da irgendwelche Sachen ausplaudern. Ähm, ja, dann nächste Zuschauerfrage, äh, was waren eure größten Fehler, die ihr in der IT gemacht habt? Ähm, also wahrscheinlich diesmal auch euch mit eingezogen, nicht nur mich. Ähm, da habe ich schon überlegt, was war denn so ein großer Fehler? Also, ich habe in, ich mache ja schon, ja hier der Dinosaurier ja gerade im Stream, ich mache ja seit über 10 Jahren IT, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal, ähm, in meiner Schulzeit noch für einen Bekannten eine Website gehostet hatte, ähm, ja, und da ist kein Backup und dann ist das ganze Ding um die Ohren geflogen und dann mussten Sachen wirklich manuell nachgepflegt werden. Das ist natürlich was, das prägt einen natürlich und dann weißt du, okay, Backup ganz wichtig und Backup muss gemacht werden und so weiter und so fort, ähm, ist vielleicht der Grund, ähm, oder einer der Gründe, warum ich halt eben in der IT-Sicherheit nicht so zu Hause fühle, äh, wenn es ums Thema Compliance und solche Geschichten geht oder Monitoring und so, weil man da einfach belastet ist. Auch das Thema, äh, erzähle ich gerne in meinen Schulungen, wenn ich mich vorstelle und so, oder bei Vorträgen, ähm, ähm, dass ich in die IT-Sicherheit ja auch gekommen bin, äh, durch eine eigene Vireninfektion auf dem System damals. Das war so eine ganz billige Ransomware, äh, die damals meinen Rechnerlarm gelegt hat und, ähm, ähm, ja, letztendlich bin ich so halt dann auch, oder das hat das Interesse für IT-Sicherheit dann bei mir geweckt und, ähm, ja, das war so, äh, die Geschichte. Meine Fehler, ähm, ähm, ansonsten passieren immer wieder kleinere Fehler. Wichtig ist halt, dass man heutzutage dann, wenn man in dem Business arbeitet, einen doppelten Boden hat, Backups, Snapshots, ETC, lange Downtimes vereinbart oder, ähm, realistisch. Das ist auch was, jetzt muss man ein bisschen Werbung machen einfach, jetzt, wenn ich die Bühne schon mal hab, das ist auch was, was mit unserer Firma, was wir uns auf die, auf die Fahnen schreiben, dass wir eben nicht versprechen, was wir nicht einhalten können. Und, ähm, wir können vielleicht dadurch manches nicht machen oder sind erst mal skeptisch, aber letztendlich ist dem Kunden das auch lieber und wenn man dem Kunden transparent sagt, hey, wir wissen nicht, ob das 100% funktioniert, wir können es probieren, äh, vielleicht tragen wir das Risiko auch zur Hälfte mit, lieber Kunde, aber es kann halt auch mehr kosten, weil es dann länger dauert, ähm, und dann ist es eine faire Geschichte und bisher haben die Kunden das auch immer akzeptiert und, gut, dann geb ich mal in die Runde, eure größten IT-Failer. Würde ich mal weitermachen, ich hab, ähm, zweieinhalb, sag ich jetzt mal, äh, die mir jetzt einfangen, der, nee, dreieinhalb, ähm, der erste ist, äh, Anfang der Corona-Pandemie, ähm, hab ich auch, wir benutzen auf der Arbeit einen Test-Server noch zusätzlich, ähm, da hab ich einen Sync-Upload, also auf meinen Test-Server verkackt und hab, äh, das Route-Verzeichnis, äh, des Linux-Test-Servers gekillt, also meinen, nicht den Server-Route, sondern halt den User-Route, ähm, ja, kommt vor, es war jetzt nix Großes, mussten wir halt den Garten Spaß neu aufsetzen, aber, ja, wenn du ein Backup hast, dann hast du halt ein Backup, ne, dann kannst du was machen. äh, gebackupt ist das eh nicht, das hat eigentlich nur damit zu tun, dass da, ähm, äh, wie heißt Interpreter und so Zeug drauflaufen, die, äh, auf dem normalen, ja, drauflaufen, alles. Ähm, dann, äh, hab ich ne LED-Matrix wahrscheinlich gebrickt, äh, durch ne Überschwung, aber das geht, das geht bei so Zeug ja mal relativ leicht, ähm, ja, hat halt, äh, das Ganze wahrscheinlich nicht ganz so, äh, ja, das Ganze so vertragen, ähm, und jetzt der letzte, ich sag jetzt mal direkt, IT-relevante Sachen, das war, glaube ich, in der dritten oder vierten Lehrwoche, ähm, hab ich, bei uns, hab ich bei mir in der Firma, den, Hitzing-Branche in Mastermerged, da ging das noch. Kann man machen. Aber, äh, Gott sei Dank nix gepusht und so weiter, also das war, ähm, äh, also da hab ich dann das, und ja, der, der, der halbe, halbe Fehler, ähm, ja, dass ich den ganzen Scheiß überhaupt das Studieren angefangen hab und nicht ja, irgendwann wird jeder mal schlau, ne, das ist ja so. Das stimmt wohl, ja. Ja, äh, ich würd mal weitermachen, wenn du fertig bist, Tobi. Ja, ja, ich bin, ich bin soweit durch. Das wusste ich schon immer. Nein. Ja, äh, bei mir recht, also, das ist ja recht ähnlich, äh, auch recht am Anfang noch als Azubi, ähm, bei unserem Großrechner ist, äh, ein Job abgebrochen und, ähm, der quasi normalerweise läuft und gewisse Dinge macht. Ich kann es ja keine Details verraten. Auf jeden Fall hab ich halt einfach blind, wie ich war, gedacht, weil ein Kollege meinte, ja, bestimmte Jobs kannst du einfach wieder draufschmeißen, die, äh, wenn die wieder abbrechen oder wenn was ist, brechen sie wieder ab und ansonsten passt alles. Das war aber einer der Jobs, wo man das nicht machen kann. Ähm, der ist dann wieder abgebrochen und hab mir gedacht, ha, da steht, äh, dass die Datei schon vorhanden ist, dann lösst du die halt einfach weg. Ist ja nicht so schlimm, ne, die wird ja wieder erstellt. Ja, blöd nur ist, dass das eben, ich hab das ein bisschen falsch interpretiert, da stand nicht, dass die Datei neu erstellt wird, sondern dass die bestehende Datei modifiziert wird und ich hab dann eine sehr wichtige Datei komplett weggelöscht. Ähm, und ja, es gibt Backups, aber ist natürlich ein Riesengeschiss, das wieder einzuspielen, weil der Job natürlich dann gelaufen ist und gesagt hat, ja, da ist nix drin, also verarbeite ich nix, also sind hinten da rückst ganz, ganz viele andere Sachen nicht gelaufen. Ähm, das war ein bisschen doof. Ähm, ja, und ein anderer war auch, wo ich so einen Job restartet hab und der ist dann einfach die ganze Zeit im Loop laufen, bis, also es war Freitagnachmittag und der ist bis Montag geloopt. Das hat ein bisschen viel Prozessorleistung gekostet und, ähm, wenn man so am Mainframe arbeitet, äh, ja, da wird halt alles mit CPU-Time irgendwie bemessen. Das kostet dann natürlich auch ein paar Taler. aber, ja, ich mein noch, also das ist keiner von mir, aber von meinem Azubi, der hat natürlich auch, das war echt der Brüder, Einführungstage, also auch jetzt schau dazu oder so, Warum da bist du denn raus? Äh, ne, Einführungstage, die Jungs haben hier Laptops neu bekommen, ich hab damals bei den, ähm, Einführungstagen auch mitgeholfen und hat eben die Leute, die neuen Azubis mit eingeführt und was macht der, der liebe Azubi an seinem allerersten Tag, kippt eine Cola über seinen Nagel ein neues Lenovo-Laptop. Ja, das war halt echt, da sitzt er alle Scheiße an so, das hat er jetzt nicht gemacht am ersten Abendstag. Ja. Solche Einstände hatte ich noch nicht bei Azubis, aber es gibt immer wieder mal Überraschungen, also es gibt positive Überraschungen, aber es gibt auch, ähm, den einen oder anderen, wo du dich schon fragst, okay, interessant, ähm, kann natürlich jetzt keine Namen nennen, aber da gibt's auch schon die ein oder andere peinliche Story. Was aber nicht heißt, dass ich, äh, im Azubi-mäßigen Bereich alles immer so, ähm, zufriedenstellend oder so, da fällt mir noch was ein, siehste, ich hab einmal, hab ich mit einer, das ist ja jetzt, Kollegen sind schon gar nicht mehr da, die das damals gemacht haben, jetzt sitze ich an dem Hebel, ich hab damals mal mit einem IP-Adressen-Konflikt den Core-Router rausgeballert in der Firma. Das, ähm, das weiß ich noch, wir hatten damals, versucht auf Linux irgendwas zu konfigurieren, haben uns, äh, das würde jetzt auch an dem Agen-Thema NAC-System und so, Network-Access-Control, aber wir haben damals uns, ähm, an so einen, ähm, normalen Switch angesteckt, haben eben eine IP, ähm, uns vergeben und haben halt einfach eine IP-Adresse vergeben, die es schon gab. Das war leider, Gottes blöderweise, war das halt der Core-Router und, ähm, dann war halt dieses eine V-Land erst mal nicht geroutet mehr oder zumindest über unsere Plains geroutet, die aber dumm war, weil wir gar nicht wussten, wie wir das Ding jetzt richtig einstellen können und dann hat es halt richtig gebröselt. Ähm, ja, das war damals auch so eine Aktion. Im Nachhinein betrachtet natürlich etwas peinlich ist, aber, ja, mei, man lernt nie aus, ne, und ich meine, ähm, vielleicht ist es auch mal ein Ansatz für so eine Firma, dann, ähm, ein, ja, ein Testsystem für Azubis oder irgendwie sowas bereitzustellen und nicht sagen, hier, macht mal, macht mal einfach hier, macht mal hier mit und ihr könnt mal was ausprobieren, sondern eine eigene Umgebung halt für Azubis. Ähm, ja, soweit im Text. Ich geh mal wieder zurück. Ja, ich, äh, hätte Ahnung, ein paar Sachen. Georg, Mensch, Ich habe zwei Sachen, die was mit Switchen zu tun haben. Das erste Mal, äh, das erste ist, ich hatte, Switche, die ich eingerichtet habe und ich habe aus irgendeinem Grund vergessen, die Config zu speichern. Jetzt kommen die natürlich auf der Baustelle an und so, ja, da ist ja gar nichts eingespielt. Aber das ist wirklich nervig, also wenn du vor allem dann halt nicht das abspeicherst und der dann in der anderen Boot-Config hochfährt, ne, das ist auch kacke. Also ist mir auch schon öfters passiert, irgendwas eingestellt, Switch neu gebootet, Config weg, scheiße, speichern vergessen oder falsches Profil wird gebootet, dann geht es ja noch, dann ist es ja noch da. Aber wenn du dann vergisst, das generell in den Speicher zu schreiben, das ist blöd. Ja, und das andere Mal war dann auch wieder mit dem Switch, der sollte dann, äh, ich sollte die Server quasi einpacken und ich sollte auch die Switche runterfahren. So, jetzt habe ich vorne auf den Knopf gedrückt, hm, fährt sich nicht runter. Dann habe ich mal ganz lang drauf gedrückt, bis mir dann irgendwann gedämmert ist, das ist der Reset. Das ist jetzt der, ja, das hat ein Reset durchgeführt. Und dann habe ich noch geschwind vom anderen Switch dann die Compi angepasst, also kopiert, angepasst und auf dem anderen geschrieben. Bei HP Switches ist das ja relativ komfortabel, da kann man das ja relativ gut machen, zu meiner Erfahrung. Aber, ähm, gibt auch welche, die sind ein bisschen zickiger, wo du das nicht so schnell einfach einfügen kannst und machen, also gerade so diese ganzen Billigheimer, äh, wenn du dabei im Small Business Bereich unterwegs bist, das ist, boah, das ist sehr schlimm. Also so Netgear und Konsorten, ähm, da, äh, kannst du kotzen bei solchen Switchen teilweise. Gut, Georg, hast du noch was, oder? Nö, das war alles. Das reicht ja auch. Aber zumindest hast du keinen Core Switch oder sowas mal abgeschossen. Äh, nee, sowas nicht. Oder auf dem Minecraft-Server so gewisse Sachen gemacht. Ähm, gut, dann, wo würdet ihr gerne... Da haben die User mehr gewusst als ich. Ja, neue Frage, äh, von unseren Zuschauern, ähm, wo würdet ihr gerne mal wohnen? In welcher Stadt, in welchem Land, äh, ja, wer fängt denn an? Da fang ich einfach mal schnell an. Bobby. Ich hab ein paar, ähm, ich würd, äh, zweimal eher unrealistischere Sachen, das wär, äh, wegen Land, also einmal, äh, Landstrich wär Baltikum. Also, ähm, wenn das irgendwie mal funktionieren würde, also falls, äh, baltische Softwareentwickler zuschauen, ich, äh, wär dieses Jahr mit der Ausbildung fertig. Wenn ihr jemanden braucht, ich geh gern hin. Ähm, die Niederlande wären dann da noch dabei. Und, äh, jetzt Stadt, beziehungsweise was am realistischeren ist, äh, äh, früher oder später wär ich wahrscheinlich mal schauen, dass ich in Nürnberg eine, äh, so eine Stelle und halt, äh, Wohnort bekomme. Ja, mach ich weiter einfach mal. Relativ einfach. Ich meine, die Leute, die mich kennen, die wissen das schon. Irgendwie Skandinavien, Finnland, Norwegen, Schweden, so die Richtung, Dänemark eher weniger, aber so die Länder, ähm, Kanada, das ist so, dass, wenn es um Länder geht, ähm, ähm, ansonsten Deutschland, da bin ich nicht so festgelegt, ähm, ich hab teilweise, ähm, so ein bisschen Probleme in so manchen Gebieten, wenn es um die, äh, hauptsächliche politische Gesinnung der Leute geht, ähm, das mal vor sich auszudrücken, da hab ich dann schon so ein bisschen Abstand, nehm ich da vor, ja, nix gegen die Leute, die dort, sag ich mal, normal unterwegs sind, aber irgendwie schwierig, wobei, da gibt es auch ganz, ganz nette Städte, äh, aber letztendlich bin ich da nicht so festgelegt, aber wenn es jetzt wirklich um Traumländer geht, dann halt eher, wie gesagt, Norwegen, Schweden, Finnland, Kanada, das ist so, wo ich mich sehe, gar nicht mal unbedingt so im Süden, aber, ähm, einfach grandios, Norwegen, Landschaft und so weiter und auch, äh, Finnland ist cool und die Leute sind da auch, äh, ganz cool drauf, ähm, ja, und Kanada ist halt eben auch ganz, ganz nett. Gut, äh, Georg? Ja, also mich würden eher so Schweden, Japan oder Amerika sogar, auch wenn es da mit der politischen Gesinnung momentan ein bisschen schwierig ist, aber ich denke, so ein paar Jahre Amerika wären schon interessant, und, äh, Ja, ähm, also, wenn es jetzt im Land geht, äh, sowas wie Kanada, würde mich auf jeden Fall auch mal reizen, ähm, Amerika weiß ich nicht, ich glaube, da würde ich lieber Kanada nehmen, ist die Entschärftvariante davon und trotzdem cool, äh, Ich würde sagen, also ich finde Schweiz auch sehr interessant, ähm, und was mich auch auf jeden Fall reizen würde, ist, äh, Seul, also hier, äh, Hauptstadt Südkorea. Ähm, ist halt schon, äh, echt krasse Stadt, und, äh, wenn man sich mal so anschaut, was da so abgeht, aber auf jeden Fall Südkorea, nicht Nordkorea. Genau. Ja, muss ich sagen, habe ich wenig Reize, also Amerika ja, als Urlauber mal ja, auf jeden Fall, definitiv, ähm, gab's ja auch hier schon Leute aus dem Team, jetzt nicht aus der Runde, zumindest weiß ich davon nix, aber gibt auch Leute bei uns, die da auch schon dort waren, aber es ist auf jeden Fall sehenswert, aber dort leben, ne, also, kann ich jetzt nicht so nachempfinden. Ne, für ein, zwei Jahre wäre es, glaube ich, schon interessant, also nicht dauerhaft. Ja, ne, auch nicht dauerhaft, ich meine, wirklich halt so, vorübergehend. Wichtig ist halt für mich, so, es steht und fällt alles auf, genau, es fällt immer mit dem Internet, und da sind natürlich die Länder ganz oben im Norden, die sind natürlich da prädestiniert, äh, das, das wird definitiv laufen, also da, Schweden zum Beispiel, da brauchst du keine Gedanken machen, da hast du einfach in deiner Ferienwohnung, Gigabit, Synchron, und kein Problem, also, das ist alles kein Thema. Gut, ähm, weiter zu einer, also, zu einer Top-Liste mal wieder, was ist eure Technologie des Jahres? Hab ich ehrlich gesagt, ein bisschen überlegen müssen, vielleicht sogar wirklich von Apple, der, äh, im 1-Chip, ähm, äh, aber ich finde auch dieses Jahr, ist krass, was, wir haben es ja jetzt erst gemerkt, was Livestreaming so alles, äh, gemacht hat dieses Jahr, oder auch in letzter Zeit, gezwungenermaßen natürlich, aber letztendlich, äh, ist es auch eine Geschichte, ähm, wo ich sagen muss, Respekt, und, ähm, es läuft, ich meine, es gibt hier und da immer noch Sachen, aber wir hatten es ja in der Pre-Show auch schon darüber, die Technik, die wir jetzt hier am Start haben, die hätte vor einigen Jahren noch 10.000 Euro irgendwas gekostet, und jetzt alles aus freier Software zusammengedengelt, klar, ist noch nicht perfekt, man muss da noch Sachen optimieren und alles, aber letztendlich allein die Möglichkeiten, die wir jetzt durch diese Plattform haben, durch die eigenen Server und so weiter und so fort, das ist schon mega geil, und wir können halt hier, ähm, jetzt auf YouTube rausgehen, rausstreamen, wir sind auf Twitch gerade live, wir sind auf Elymotion live, und, äh, wir hätten auch noch auf Facebook live gehen können, aber wie, aus Bequemlichkeit haben wir einfach gesagt, ach komm, Facebook, das sind doch sowieso nur die Leute, die sich über Merkel beschweren, also von daher brauchen wir da nicht weiter, letztendlich, das ist so, muss ich ehrlich sagen, die Technologie des Jahres, ähm, Audio ist eigentlich so gut wie zu Ende entwickelt, aber ich sehe halt im Streaming-Bereich, da können wir noch einiges machen, und, ähm, was ich auch, was mir noch so einfällt, ist halt jetzt dieser neue, heißt das RMA-Impfstoff, äh, dass man halt einfach jetzt anders an die Impfungen herangeht, ist eigentlich auch eine coole Errungenschaft, äh, des Jahres, muss man wirklich mal so sagen, also des vergangenen Jahres jetzt, und vielleicht auch von 2021 dann, ja, aber, äh, David, was ist denn deine Technologie des Jahres? Ja, ist ja vielleicht kein, kein unbedingtes Geheimnis mehr, für mich ist es 3D-Druck, ähm, ich weiß nicht, ja, gedroppt habe ich das eigentlich noch nie, aber vielleicht hat es der eine oder andere mal mitbekommen, gelesen oder so, ich habe, äh, Nebengewerbe gegründet, mit, äh, 3D-Druckdienstleistungen und 3D-Design und so weiter, und, ja, das ist für mich so die Technologie dieses Jahres, ich beschäftige mich natürlich sehr viel damit, bin da natürlich auch ständig dabei, äh, sag ich mal, Drucke zu verbessern, und, ähm, ja, mich da auch auf dem Laufenden zu halten, weil da passiert ja auch sehr viel, und ich glaube auch, dass es, ähm, also ich meine, es gibt es jetzt schon ein bisschen länger, aber ich glaube auch, in der Zukunft wird es auf jeden Fall sich nicht mehr wegzudenken sein, weil es halt einfach, gerade für Prototyping und so weiter, die viel kostengünstigere, schnelle und einfache Alternative ist, ähm, als mal irgendwie ein Teil aus dem Vollen zu fräsen, was natürlich im Materialaufwand sehr hoch ist, wenn ich jetzt nur, sag ich mal, eine Schaudummy oder sowas brauche. Ja. Da kann man mal sagen, so, Hashtag Werbung, accurate-3d.com, das ist deine Adresse. Ich wollte es nicht selber machen, aber ja, danke. Wenn ich es mache, dann ist das okay. Ähm, ne, also wenn ihr da wirklich mal was braucht, äh, das ist jetzt mal eine unbezahlte Werbung, hier aus dem Team, hier bei Kurs of You, ähm, dann guckt da mal vorbei, accurate-3d.com, da werdet ihr geholfen, ähm, beziehungsweise 3D oder gedruckt, genau, da wird vor euch gedruckt, ähm, man muss ja auch sagen, das ist jetzt vielleicht noch als Dämpfer der Werbung, ähm, es macht manchmal schon Sinn, dass man sowas drucken lässt, aber manchmal macht es vielleicht auch Sinn, wenn man viel, wenn man sich vielleicht auch damit auskennt oder so, äh, dass man vielleicht sich selbst einen 3D-Drucker kauft, aber es gibt dann durchaus so, ich meine, du hast dich damit beschäftigt, und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe hier was gesehen, das gibt es zu drucken in 3D, aber ich habe null Ahnung, ich habe keinen 3D-Drucker, nix, und ich brauche nur dieses Teil, und dann gehst du zu David hin und sagst, hey, mach mal, ich schicke das, und dann kriegst du ein Angebot, und dann geht es los, also das ist so, sag ich mal, der Benefit von so einem Druckdienstleister, weil das ist ja immer so die Frage, was macht man noch selbst, was lässt man machen, und, äh, die Reise habe ich mir sagen lassen, die sind auch okay, ähm, also von daher, äh, eine Technologie des Jahres kann ich voll und ganz verstehen, also, ich habe nur leider keine Zeit dafür, und jetzt habe ich ja jemanden, der meine Sachen druckt, ähm, und dann passt es auch wieder. Und ja, dann, äh, Georg, Technologie des Jahres. Also da muss ich dir eben zustimmen, Steffen, also, ich glaube, wenn es eine Technologie des Jahres 2020 gibt, dann ist es wirklich die mRNA-Technik. Ja. Also das ist, glaube ich, äh, in der Medizin auch einer der größten Fortschritte, die wir letztes Jahr überhaupt erreicht haben. Ja. Ich frage mich halt so, ich meine, ich bin da jetzt nicht so drin, ne, kein Arzt, kein irgendwas, Sanitäter, sonst was, ich habe keine nur Erste Hilfe und solche Geschichten, ähm, ähm, aber letztendlich, äh, frage ich mich halt, warum jetzt, gerade jetzt, ne, also war das schon so lange in der Schublade und man hat sich jetzt gedacht, funktioniert, äh, für Corona machen wir das mal, oder ich habe keine Ahnung, also, ich weiß es nicht. Ja, definitiv eine sehr, sehr gute Technologie. Hast du noch was, oder gehen wir da zum Beispiel? Ne, das war alles, weil, so wirklich viele Technologien würden mir das Jahr gar nicht mehr einfallen. Ja. Okay, dann, äh, zu meinen Technologien des Jahres schnell, äh, ja, auch definitiv, ähm, die RNA-Impfung. Ich interessiere mich auch ja persönlich ein bisschen für Medizintechnik, aber jetzt, äh, eher im, in anderen Sinnen, also auch so Zeug wie, äh, ne, also nicht Bioinformatik, sondern, ähm, was sagst, Neuroprothetik und der ganze Zeug und auch so ein bisschen was, äh, wäre auch eine, in, also in die Richtung, ähm, biomedizinische Technik, was eventuell immer noch ein Studium wert gewesen wäre. Von daher muss ich sagen, ein Chapeau, was die Leute da geleistet haben. Äh, dann auch hier, wie Steffen, äh, Streaming, beziehungsweise ich sag jetzt mal die ganze Homeoffice-Technik, ähm, um jetzt hier mal beispielhaft zu nennen, zum Beispiel Microsoft Teams. Äh, das war ja von, vor ein paar Jahren, äh, vom Jahr noch, äh, absolut unnutzbar. Dann war es mal eine ganze Zeit lang halbwegs gut. Jetzt ist es eher wieder so ein bisschen unnutzbar. Ähm, ja, aber allein, äh, wie schnell man so ein Ding zusammengenagelt hat und auch dann doch halbwegs stabil das Ganze hingekriegt hat. Und auch, was ich da vielleicht auch sagen kann, dass, äh, oder was man sagen kann, ist, dass, äh, ja, es plötzlich auf einmal möglich war, äh, ja, jetzt machen doch alle Homeoffice. Und, ähm, ja, also die Technologie dazu und, ähm, ja, zu meiner persönlichen, sag ich jetzt mal, persönlichen Technologie 2020, äh, habe ich mir aufs Ende noch ein paar Earbuds mit Noise Cancelling bestellt fürs Büro, wenn, dann mal wieder irgendwie meine Arbeitskollegen Meinung sind, Bugfixing über meine Kopf hin machen zu müssen, ähm, und du dann irgendwann schon nimmer deine eigenen Gedanken hören kannst, äh, ja, hilft sowas. Keine schlechte Entscheidung, ähm, Tipp von mir, ich habe ja auch welche mir gegönnt, dringend Firmware-Update installieren. Ich hatte das Problem, dass die Verbindung öfters abgerissen ist, die Bluetooth-Verbindung, und, äh, habe schon geärgert, scheiß Earbuds und so weiter, dann habe ich gelesen, lad dir die offizielle App runter, mach von den Kopfhörern, oder mach mit den Kopfhörern Firmware-Update, läuft besser, läuft wirklich besser, hab kaum mehr Abbriche, eigentlich fast gar nichts. Nee, nee, bei mir, ich habe die, die Dinger gleich nur mit, äh, also mit der offiziellen App und, okay, und Firmware durchradern lassen. Ja, gut, ich bin halt da noch ein bisschen oldschool, denk mir, hey, hier, Bluetooth-Kopfhörer, äh, mach Bluetooth an, verbinde, peer den Scheiß, und dann ab geht er. Ähm, auf der, da ist jetzt Firmware-Auflauf. Auf der Bedruckseite bei einschlägigen, äh, Online-Versandhäusern steht ja auch extra drauf, dass du bitte die App verwenden sollst. Wer lest? Komm, Ja, ich lese mir sowas durch, weil ich dann für Geld ausgebe. Ja, ist okay, ist okay. Auf jeden Fall nach dem Firmware-Update, falls Leute das gleiche Problem haben, läuft alles. Also, merke, auch Kopfhörer-Updaten in 2021 ist eine gute Idee. Gut, ähm, ja, dann haben wir eine Zuschauer-Frage, ähm, was für Fragen kommen die eigentlich? Auf welches Teammitglied könnt ihr am leichtesten verzichten? Soll ich die beantworten oder was? Mhm. Eigentlich auf keinen, weil letztendlich, gut, wir haben, ähm, das kann man vielleicht auch sagen, wir haben einige Leute, die sind sehr inaktiv, das sind so diese freie Redakteure, die bei uns irgendwann mal was gepostet haben, was geschrieben haben, die vielleicht alle Schaltjahr mit uns mal einen Dreh haben, die wir aber immer noch, sag ich mal, auf Hotz dabei haben, wenn wir irgendwo mal jemanden brauchen, ähm, okay, da könnte man vielleicht sagen, okay, den einen oder anderen, aber letztendlich hier, alle wichtig, ähm, und, äh, ja, also, im Tech-Org vielleicht noch am ehesten, äh, auf Felix, weil er ist ja eh selten dabei, aber letztendlich hat er auch im Hintergrund eine tragende Rolle und, äh, keine Ahnung, also verzichten. Ich finde halt, das ist jetzt mal so ein, so ein verstecktes Lob hier intern, ähm, ich finde halt, irgendwie hat es schon was, dadurch, dass wir ja alle zwar aus dem gleichen Hauptbereich kommen, IT und so weiter, viel mit IT machen, aber irgendwie hat ja jeder trotzdem eine andere Sicht auf die Dinge und ist in einer anderen Situation, der eine entwickelt mehr, der andere ist eher in der Systemintegration, IT-Sicherheit, der andere mehr Linux, der andere mehr Windows, äh, das ist glaube ich auch ganz gut. Dann hast du auch bei den, bei den Gaming-Sachen Leute dabei, die komplett völlig andere Welten bedienen teilweise, ähm, optimal eigentlich, so muss es eigentlich sein und dann erwischst du vielleicht auch Leute im Podcast, die da Bock drauf haben, die sich dafür interessieren und ja, das ist einfach die, die perfekte Geschichte. Ähm, ja, dann würde ich mal, oder habt ihr jemanden, auf den ihr verzichten könnt? Auf mich wahrscheinlich kommt jetzt oder so. Ja, Ne, Messen der Zukunft ist das nächste Thema. Äh, ich glaube, also hatten wir nicht schon mal drüber geredet jetzt irgendwie, ich glaube in Verbindung mit der digitalen Gamescom und so, ich glaube wir hatten da ein Thema gehabt. Ja, haben wir darüber gesprochen. Ja, da würde ich mal grob darauf verweisen, aber ich bin, ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht, ich glaube nicht, dass die klassischen Messen so, ähm, komplett verschwinden werden, aber ich glaube, dass es eher genutzt wird, um vielleicht die Sachen zu machen, die man jetzt nicht digital machen könnte. Also, dass man vielleicht, ähm, so dieses, ich präsentiere was Neues auf der Messe, äh, auf einer Pressekonferenz oder so, dass es eher weniger wird. und das wird dann halt bei uns auch weniger, äh, wo wir dann auf den Messen irgendwelche Pressekonferenzen gefilmt haben oder irgendwas gemacht haben, weil letztendlich das dann eh irgendwann, äh, komplett auf Stream auswandern, dann könnte man sich halt wieder neue Formate vorstellen, dass wir halt eine Art React-Stream auf eine Pressekonferenz von beliebige Firma hier einsetzen machen. Und, ähm, das wäre vielleicht dann sogar ein Vorteil für uns, weil wir müssten jetzt, weil Kurs-of-view.com ist ja ein ehrenamtliches Projekt, äh, wir müssten da nicht überall hinreißen, um da mal eine Pressekonferenz irgendwie zu begleiten oder für euch davon zu berichten. Ja, das hat auch Teile. Und, aber so reine Community-Events wie die Gamescom oder wo sehr, sehr viel Community am Start ist, glaube ich nicht, dass es auch sterben wird. Ganz ehrlich. Oder wie seht ihr das denn? Ich denke auch nicht. Nee, aussterben wird es auf keinen Fall. Was ich vielleicht noch, was ich mir vielleicht noch denken kann, bei so technischen Messen, äh, dass halt wirklich, äh, ich wahnsinnige technische Neuerungen, wo dann auch, äh, irgendwelche Ingenieure das halt auch begutachten wollen, irgendwie vielleicht noch loyal, äh, gezeigt wird, keine Ahnung. Was mir jetzt einfällt, was vor Jahren Jammer war, war, äh, auch wieder hier zum Beispiel mit 3D-Druck, also metallischer 3D-Druck und so Zeug, äh, dass man so fast vielleicht mal, aber dann auch wahrscheinlich eher weniger messen, sondern eher so, ja, keine Ahnung, lädt halt Siemens mal, äh, so potenzielle Kunden ein, sich das Ding mal anzuschauen. Hausmesse halt dann. Ja, Maker Faire gibt's ja. Und, äh, der Rest ist Fußvolks, äh, darf sich dann Stream davon anschauen oder so. Ich meine, da gab's, ja. Und Community, äh, Events, die sind ja in dem Sinne Community Events, also, da denke ich nicht, äh, und selbst wenn dann so eine Gamescom oder sowas zumachen würde, würde sich halt einfach wahrscheinlich wieder was Neues bilden. Glaube ich auch. Also es gibt ja schon, ich glaub, gibt's, heißt die Mac in Leipzig oder Erfurt oder so, die gibt's ja auch, das ist ja auch so eine, äh, YouTuber slash Community Online Gaming LAN Party Messe, wie auch immer, die gibt's ja, oder, ähm, dann, ähm, gab's ja noch diverse andere, die eine fällt mir jetzt nicht mal ein, die ist relativ bekannt, relativ groß. Meinst du die Dreamhack? Yes, genau, die Dreamhack, ähm, die meine ich und, äh, die findet ja auch statt und da wird ja auch das, sag ich mal, das Klientel bedient, ähm, was jetzt so, sich solchen Community Events hingezogen fühlt, ähm, ja, und letztendlich, dann gibt's halt vielleicht irgendwann auch mal die Video Days, mal wieder, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, bestreiten, aktuell sieht's ja nicht danach aus, muss man ja ganz ehrlich sagen, also, es ist irgendwie, jetzt aktuell nicht so, dass die Video Days wiederkommen werden, aber, könnte passieren, ne, aber, ja, also, ich glaube, die Zukunft der Messen, also Messen wird's weiterhin geben, aber man wird sich sicherlich genauer überlegen, wann man Messen veranstaltet, und es wird sicherlich auch vielleicht die ein oder andere Firma geben, die dann nicht mehr da zur Verfügung steht für so eine Messe. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, die CeBIT ist in meiner, sagen wir mal, IT-Karriere schon kaputt gefahren worden, äh, hat man ja gesehen, was da in den letzten Jahren auf der CeBIT abging, ähm, und wie die dann immer mehr, ja, ja, in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht ist, oder einfach nur für irgendwelche großen Business-Castler interessant war, aber, ähm, das finde ich halt sehr schade, weil letztendlich, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, und wenn ich das sage, ne, mit meinen nicht mal 30 Jahren, da war die, ähm, da war die, ähm, CeBIT auch für Privatleute, da hast du IT-interessierte Senioren dort getroffen, ähm, was ja durchaus okay ist, und da hast du auch noch einen richtig bunten Mix gehabt an Unternehmen, so, jetzt am Ende war die CeBIT 90%, oder jetzt mal nicht so viel, aber sagen wir mal 10% Telekom, 15% SAP, dann noch 10% Salesforce, und dann die Software AG vielleicht, und Microsoft noch Ding, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, sondern du möchtest ja auch vielleicht die kleinere Unternehmen kennenlernen, und so weiter, und da sind solche Megamessen sowieso eher, ähm, ja, nicht so der richtige, die richtige Plattform, oder auch, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es gut ist, dass die ITSA immer größer geworden ist, ähm, wir hatten ja den einen Startup-Gründer im Interview gehabt, das war ja schon 2017 mittlerweile, und der hat ja auch sich auf Kameras sehr kritisch, äh, zu dieser ganzen Startup-Kampagne der ITSA geäußert, und hat einfach gemeint, letztendlich bringt ihm das relativ wenig, und so viel Geld, wie er da reinbezahlt hat, und so weiter, gut, man muss immer vorsichtig sein, das war jetzt noch während der Messe, man weiß natürlich nicht, wie viele Kontakte dann am Ende trotzdem noch rumspringen, äh, und sich vielleicht Monate, oder vielleicht Jahre später mal melden, und sagen, hey, ich habe deine Karte wieder gefunden, ich habe gerade ein Problem, das könntest du für mich lösen, und dafür zahle ich dir Geld, ähm, ja, aber ich glaube halt, dass dieses Thema Messen, ähm, das wird es weiterhin geben, das kann ich mir nicht anders vorstellen, also, Online-Messen, gerade, manche Sachen, die möchtest du einfach, äh, zusammen machen, vor Ort, das ist einfach so, gut, äh, dann würde ich sagen, geh mal weiter, außer ihr wollt noch irgendwas loswerden, zum Thema Messen, ähm, ja, dann war eine Zuschauerfrage, was sagen eure Eltern zu eurer YouTube-Tätigkeit, ähm, ja, meine, also, sind natürlich sehr kritisch, die wissen aber, dass ich damit nicht mein Brot und meine Butter verdiene, also, letztendlich, ähm, ist das ein Hobby, und das ist, glaube ich, mittlerweile auch akzeptierter, wir hatten es in der Pre-Show ja auch erst besprochen gehabt, ich glaube, YouTube ist mittlerweile eher akzeptierter als früher, früher warst du da so ein bisschen Alien, und, äh, ich kann mich ja noch an meine Schulzeit erinnern, da war das, ja, ein bisschen, sehr kritisch beäugt worden, oder noch kritischer als jetzt, und mittlerweile ist auch so das Thema, ja, diese Begriffe wie YouTuber, Influencer und so weiter, die sind älteren Leute mittlerweile ein Begriff, weil die überall auch im, im linearen Mainstream-Fernsehen rumgondeln, mittlerweile die größeren halt unserer Zunft, äh, von daher, oder gibt's bei euch irgendwie, oder wie, wie reagieren eure Eltern drauf, wissen die davon? Also, äh, ich fang jetzt einfach mal an, äh, ja, fang einfach mal an, ich war, ich bin ja auch bei dem ganzen Haufen auch schon früher dabei gewesen, mit Gaming-Videos und so weiter, ähm, ja, das war halt immer so ein bisschen auf die Art, mein Vater ist auch Informatiker, von daher, äh, und ich hab mir, also YouTube war auch relativ früh bei mir im Begriff, also so, die Anfänge von YouTube-Deutschland, so Zeug wie Gronkh, und, äh, wir hatten Vereine, hat man dann, äh, doch mal gesehen, oder, äh, oder, 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 wie hieß der Kerl, äh, die, dieses uralt COD-Zeug, ähm, muss dann halt irgendwann nicht mehr gab, aber egal, ähm, ja, die, die, die ganze Aussage war halt, Krieg auf YouTube, ähm, die, die Aussage meiner Eltern dazu, früher zumindest, wie ich halt noch jünger war, war halt, naja, äh, mach halt keinen Scheiß, äh, du musst halt damit rechnen, dass das alles irgendwann mal wieder, äh, irgendwo ans Wachslicht kommt, und ich behaupte jetzt mal, okay, es war halt ein bisschen Jugendzünden, was man da aufgenommen hat, und, äh, um mal bei der, vorne zum Jugendwort zu kommen, ein bisschen cringe, wenn man so, äh, sagen möchte, ja, und jetzt mittlerweile, ähm, ist das denen relativ Wurst, äh, ich hab, äh, ich hab, ich mach eine Ausbildung, wie ich gesagt, nebenbei, ich hab ein Studium nebenbei gemacht, das ist halt ganz einfach so, ja, ein Hobby wie jedes andere. Ja. Ja, ja, ich würde mal anschließen, also, bei meinen Eltern auch gar kein Thema, ähm, auch damals schon nicht eigentlich, ähm, ja, mit dem wir zurückkommen, wie Steffen eben schon sagte, das war damals so ein bisschen, äh, wo man noch in der Schule war, äh, keine Ahnung, haben sich dann die Klassenkammer drüber lustig gemacht, ha, schau mal, der macht irgendwelche Videos auf YouTube, weiß ich noch, ähm, ich hab ja damals auch schon vor etlichen Jahren auf YouTube selber, als ich noch, teilweise ohne Kurs auf You, dann aber auch teilweise, wo ich schon bei der Kurs auf You war, war, war einfach auf meinem eigenen Kanal, irgendeinen, keine Ahnung, äh, teure, äh, Server bei Apple konfiguriert hab und das einfach mal hochgeladen hab oder so, ähm, natürlich da auch so ein bisschen Hate zu spüren bekommen hab, aber das war ja halt so, du warst halt echt so ein bisschen so ein Alien, was das anging, ähm, ähm, ja, aber was, was ich ganz razzustig fand, weil Tobi sagte, ja, mach halt keinen Scheiß, fällt auf dich zurück, das war bei mir ziemlich lustig, bei mir ist ein Kurs auf You Video auf mich zurückgefallen, aber nicht im negativen Sinne, ähm, ich war doch sehr erstaunt, als ich, ähm, beim Bewerbungsgespräch, bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, gefragt wurde, ich habe doch in einem Interview erzählt, dass ich eigentlich in den Medienbereich gehen wollte, warum ich dich ja jetzt in der IT bewerbe und ich war also aus allen Wolken gefallen, hä, was, wieso, wo habe ich das gesagt, ja, da gibt es so ein Video von Ihnen, da sitzen Sie im Botanischen Garten München mit einem anderen Kollegen und der fragt Sie so ein bisschen, ich so, hä, ich habe keine Ahnung, wovon Sie gehen, das war das nochmal, das ist der Ewigkeit, ja, irgendwie von QSO4U oder so, ich so, ach, das Video, und ich hatte gar nicht dran gedacht, und die haben sich das ganze Video, das war ja bestimmt auch, glaube ich, 15 Minuten oder sogar länger, keine Ahnung, das war ein ausführliches Interview, eine Vorstellung von, ja, deiner Person halt einfach, ne? Genau, und das haben die sich komplett reingezogen und die wussten echt viele Details aus dem Video, was mich ein bisschen irritiert hatte, aber, man hat es halt nicht mehr so auf dem Schirm, also, wenn jetzt auch Leute mich ansprechen auf irgendwelche Aussagen im Podcast, ich meine, wenn es letzte Woche war oder vor zwei Monaten, okay, aber, wenn es halt länger her ist, dann könnte das unter Umständen schon schwierig werden, also jetzt nicht so das Thema, was stört mich mein Geschwätz von gestern, sondern eher so das Thema halt, man, gibt ja trotzdem nicht mal so ein paar Sachen, Privatpreis, wie jetzt hier, Renovierung und so, habe ich ja auch Sachen erzählt, wo man dann jetzt nicht mehr unbedingt so weiß, dass man das überhaupt öffentlich erzählt hat, dann, dass es so ein Thema war. Ja, was mir noch ganz kurz einfällt, bevor wir dann weitergehen, zum Georg, ist auch das Thema, dass mein Vater mittlerweile auch auf YouTube unterwegs ist und auch am Anfang hat er sich hauptsächlich so TV-Mitschnitte angeguckt, weil er halt nach den üblichen Verdächtigen geguckt hat, was er halt früher so geguckt hat, oder Andrea Berg. Nee, der ist ja Dell-Eisenbahner, der hat halt eher so Eisenbahnsachen und Modellbau und so weiter. Gibt es hier sogar MärklinTV oder sowas? Mit Sicherheit. Ich meine, wir haben was gesehen zu haben. Und da hat er sich bewegt und dann hat er jetzt auch so YouTuber entdeckt, die halt einfach seine Hobbys bedienen und guckt er da halt YouTuber. Ich meine, der guckt uns nicht, aber das ist ja auch nicht so wichtig letztendlich und er ist ja auch kein ITler, aber er findet da auch Leute oder wenn es auch um das Thema Heimwerken gibt, da gibt es ja auch Kanäle und da kann man sich dann teilweise auch, und das ist ganz witzig, auch ein bisschen austauschen, wenn man mal zusammensitzt und isst und so und dann redet man über YouTube und das ist halt klar, für manche Außenstehenden ist das ein bisschen befremdlich, weil die sagen, hey, dein Vater ist doch schon über 60 und so, YouTube, hä? Aber ja, ist so und ich meine, die ist halt sehr knickbegeistert und hat jetzt auch mit Arduino angefangen und so weiter und da guckt er sich Videos an, warum nicht? Also das ist doch ein cooles Problem. Ich finde es voll cool auf jeden Fall. So, Georg. Ja, also meine Eltern, also mein Vater, den interessiert es überhaupt nicht, meine Mutter, ja, der hat sich damit abgefunden, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das wirklich überblickt habe, was ich hier eigentlich mache. Das ist so auf die Art, ja, ja, der weiß schon, was er da tut. Der macht da irgendwas im Internet, irgendwas mit Computer, ne, so. Ja, irgendwas mit Computer halt. Schau mal, der ist im Fernsehen. Genau. Da ist es eher interessant, wie zum Beispiel, also aus meiner Sicht interessant, weil es halt eine große Abweichung ist, wie meine Oma dazu steht und das kann ich schwer beantworten, weil ich glaube, sie versteht gar nicht, was hier passiert und auch, ich habe ihr mal erklärt, Podcast, was es ist, was wir hier machen oder so, aber es ist halt irgendwie nicht so greifbar für sie und das ist, glaube ich, eher noch ein anderes Thema, aber ich meine, über 80, deswegen muss man wirklich sagen, Respekt, sie hat WhatsApp und so weiter, sie hat auch ein Notebook und guckt damit hauptlich ich Mediathekenbeiträge im Internet, aber letztendlich, sie hat ein Notebook und sie ist digital unterwegs. Finde ich trotzdem cool und ich finde es auch immer gut, wenn sich Leute dafür interessieren, auch im grobenen Alter. So, gut, dann machen wir weiter, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Frage und dann würde ich mal eine kurze Pause einberaumen, zehn Minuten so und dann geht es weiter mit dem Endspurt, aber wir haben noch ein paar Sachen, keine Sorge. Kann man euch mal treffen? Die Frage ist, glaube ich, ganz gut kurz beantwortet. In Battlefield. Genau, ihr könnt uns in Battlefield gerne mal treffen oder wir treffen euch. Nein, keine Ahnung, wie das kommende Jahr jetzt aussieht. Wenn wir wieder auf Messen gehen können, werden wir es sicherlich auch tun. Wenn uns so jemand irgendwo erkennt, ich glaube, das spreche ich auch für euch, na ja, dann sprecht uns halt an, meine Güte. Aber bitte dann nicht irgendwie total cringy irgendwie, sondern einfach, hi, du bist doch der und so weiter. Ganz einfach offen zugehen. Ist immer ganz witzig, kommt selten vor, klar durch unsere Größe, aber wenn es vorkommt, hat es mich immer wieder gefreut. Manchmal erfährt man dann durch Zufall, dass Leute mich schon seit längerer Zeit über YouTube wissen oder kennen oder wie auch immer und dann sprechen die halt irgendwann einmal drauf an, dann ist es immer ganz nett. aber ja, sprecht uns einfach an. Ich kann da jetzt keine genauen Daten nennen, weil wir wissen selber nicht, was da abläuft. Keine Ahnung, ob 2021 eine Gamescom stattfindet. Ich glaube eher nicht. Itza vielleicht noch eher als eine Gamescom. Keine Ahnung. Und ja, letztendlich meldet euch. Was ich sehr witzig fand, ist immer noch die Szene damals, wo wir auf der Gamescom oben auf diesem Plateau gedreht haben, vor dem Boulevard. Mit der Losziehung? Sind wir angesprochen. Losziehung? Von den Tickets für den Videoday? Nee, nee, da war damals Felix dabei. Das war die erste Gamescom mit Felix und Georg, glaube ich. Ah, da war ich nicht dabei. Ach, du meinst doch oben beide in den Rolltreppen, oder? Genau, wo der eine Typ dann auf den Zug kam und so weiter. Ja, genau. Das war super. Also, falls du noch Zuschauer bist, Zuhörer bist, schöne Grüße, gehen wir raus. Habe ich nicht vergessen, war echt nett, da sich mal zu unterhalten. Deswegen, schreibt uns einfach an, ihr kriegt es ja auch mit, wenn wir auf irgendwelchen Messen sind und bei uns in unserer Größe ist es ja jetzt noch nicht so, dass es irgendwie groß uns nervt in unserer täglichen Arbeit, in unserem Privatleben, sondern das ist für uns halt aktuell vielleicht einer in ein paar Monaten mal oder so, wenn überhaupt. Also, von daher alles noch gut und ja. So, was auch gut ist, ich brauche nämlich mal ein Heißgetränk namens Kaffee und wir machen jetzt mal eine kurze Livestream-Pause, ich switch mal hier um und ihr kriegt noch ein bisschen Mucke auf die Ohren und ja, und dann hören wir uns, würde ich sagen, in circa 10 Minuten wieder und könnt ihr auch mal die Zeit nutzen und dann sind wir wieder in all der Frische da. Bis gleich. Du Serien, Filme des Jahres? Ich habe einen Film des Jahres tatsächlich, der ist aber auch schon ein bisschen älter, der nennt sich Seven oder auf Deutsch Sieben und der ist mit Morgan Freeman und der ist, das ist so ein Thriller und der ist so gut gemacht, also das ist so ein Psycho-Thriller, der ist so dermaßen spannend und das Ende ist auch so genial. Also, kann ich einfach nur fehlen und dann als Serie, was habe ich mir denn gerade aufgeschrieben? Ach, keine Serie, sondern auch wieder im Film, das war Soul von, äh, eine Partnerarbeit von Pixar und Disney und der war ziemlich unterhalten. Also, kann ich auch bloß empfehlen. Das kann ich so unterstreichen. Den habe ich auch letztens, also, ich glaube an dem Tag, wo er rausgekommen ist, haben wir den geschaut und fand den eigentlich auch echt gut, vor allem, weil er halt auch mal so ein paar andere Themen beleuchtet und war eigentlich echt ganz nice. Und der Humor war halt auch einfach on point. Also, der hatte schon manche Sachen, ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, bist du fertig oder? Ja, ich bin fertig. Dann, äh, also, ich hätte das sonst auch genannt, aber alternativ noch, ähm, was wir jetzt angefangen haben oder wo wir es jetzt die ganze Zeit geschaut haben, war halt Castle, die Serie, fand ich eigentlich auch ziemlich, äh, nice. Sind es da aber auch schon fast wieder am Ende. Und was meine Freundin geschaut hat, war ich, glaube ich, A Handmaid's Tale, heißt sie, glaube ich. Die ist ein bisschen, ähm, ja, Brain Fuck. Sagen wir es mal so, läuft auf Prime. Aber ein bisschen, ein bisschen sehr speziell, aber an und für sich ist sie gut, aber wenn du die, teilweise die Videos, oder wenn du die schaust, die einzelnen Folgen an, denkst du dir so, äh, okay. Schon sehr verstörend, aber gut, auf jeden Fall. Ich habe einen, einen Film noch, der, in meinen, also wo ich wirklich sehr enttäuscht war, das war der, der aktuelle Borat-Film. Das ist, äh, Was hast du denn erwartet? Sagen wir mal so. Also ich habe nicht erwartet, aber selbst das würde nochmal, äh, unterboten. Also der ist wirklich, der ist Müll, also tut mir leid, vieles funktioniert halt auch nicht mehr, dadurch, dass er ja jetzt, dass man ihn halt erkennt und so weiter, aber es ist einfach, es ist nix. Also das Ding ist einfach, äh, dann nochmal auf die, auf der gleichen Story, äh, Basis nochmal da aus den Fingern sich irgendwas zu saugen, ähm, funktioniert in meinen Augen halt nicht. Und, ähm, also ich glaube, das Ding ist einfach totgeritten. Aber das nur mal, das ist mir, ich habe noch einige Filme geguckt dieses Jahr, oder letztes Jahr, aber ich kann mich an keinen mehr so erinnern, dass ich sage, der war top, deswegen kann ich da jetzt auch weiter nix mehr empfehlen, aber das Ding war einfach rotz, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach nix. Gut, haben wir noch Filmeserien, oder können wir weitermachen mit der nächsten, äh, Frage von einem Zuschauer. Der hat uns gefragt, ob wir ein, äh, ein Management haben, oder ob wir in einem Netzwerk sitzen. Äh, Management, äh, sitzt hier gerade, plus, äh, Felix noch, der halt, ähm, jetzt gerade nicht da ist. Aber, ähm, letztendlich tun wir alles selbst. Und, ähm, Netzwerk, ähm, pfff, wir kennen, also ich kenne zumindest genügend Storys von Leuten, die in Netzwerken sind, von aktiven YouTubern und Influencern, die alle vor, äh, davor abraten eigentlich im Prinzip. Und, ähm, das Einzige, was halt wirklich Sinn macht, ist halt ein, ein richtiges Management, aber das macht halt auch bei unserer Größe noch keinen Sinn. Auch wenn wir jetzt im, im On-Demand-Audio-Bereich einige, also wirklich eine Vielzahl mehr von Zuhörern haben, als auf YouTube zum Beispiel. Ähm, ähm, aber letztendlich dafür ein Management ist einfach völlig übertrieben. Ähm, ähm, ja, das nur mal so am Rande. Ähm, ähm, dann kam noch eine andere Zuschauerfrage. Wie viele Folgen wird es noch geben vom Podcast? So viel, wie wir Lust haben, wie sich was ergibt. Ähm, da gibt es aktuell noch kein Staffelende oder so, keine Ahnung. Ähm, das, wir werden das Ding ja auch weiterentwickeln. Wir haben ja jetzt auch das Thema Video jetzt mit reingenommen, Streaming mit reingenommen. Und das Ding wird sich immer weiter verändern und so weiter und so fort. Ähm, und auch das Thema Podcast, ähm, ich sehe leider so ein bisschen schwarz, weil ich glaube halt, dass das klassische Podcasting immer mehr in Hintertreffen gerät und immer mehr, äh, Plattformen sich da exklusiv irgendwas sichern wollen bei den Großen. Ähm, aber letztendlich Podcast ist immer noch ein spannendes Thema und, äh, finde es immer ganz cool. Und was ich halt auch ganz nett finde, ist jetzt so, nicht weil wir es heute gerade machen, sondern allgemein, das ist halt immer mal auch so, was Besonderes gibt wie ein Livestream, ne? Also, wenn das jetzt jedes Mal live wäre, hm, wäre vielleicht jetzt nicht so, ähm, ja, reitvoll für die, für alle, weil das halt dann immer live ist, aber dass man immer mal zwischendurch mal sagt, okay, irgendeine spezielle Folge, irgendwas, ein Thema, man macht dazu mal eine Live-Folge oder so, ähm, das macht die Sache ja auch spannend und, ähm, ja, also das, die Geschichte von Kurs of Views auf jeden Fall noch nicht zu Ende erzählt. Dann, äh, nächste Frage, ähm, Zuschauerfrage, wart ihr 2020 eigentlich im Urlaub, äh, nee, eher weniger, also Urlaub zu Hause, äh, viel umgebaut und renoviert und gemacht, aber ich war nicht fort, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wart ihr irgendwie? Also, äh, äh, schnell, technisch gesehen war ich weg, äh, ich war halt bei meinen Eltern, ähm, also physikalisch gesehen, äh, ja, ich, ich war nicht an meinem eingetragenen Wohnort, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, ja, aber, äh, Urlaub kann ich mir eh nicht leisten und, äh, jetzt Urlaub zu machen ist, äh, ja, nennen wir es mal, ähm, suboptimal. Ja. Äh, gut, dann. Dann mach ich weiter, weil ich war da, genau. Ja, also ich war weg, ich war, ähm, in Italien, äh, so, wann war das? Ende Juli waren wir, glaube ich, also das war auch noch Corona-Zeit, aber, ja, also ich fand es interessant, weil mich hat es fast nicht gewundert, dass es Italien so hart getroffen hat, wenn man sieht, wie die Menschen da zum Teil mit den, äh, sagen wir mal, Vorgaben umgegangen sind, also auch die Italiener selber zum Teil, fand ich sehr spannend, äh, das ist gerade so, wir wollten auf den einen Berg hochfahren, äh, am Gardasee, und das ist so eine riesige Gondel, wo 80 Leute reinpassen, ja, und statt 80 sind halt dann nur 50 drin gewesen. Wow, ich meine, okay, die haben halt überall hier mit, äh, mit Fieberthermometer gemessen und pralala und schlag mich tot, ähm, und überall waren so Tablets mit so einer Wärmebildkamera und irgendeiner App und du bist vorbeigegangen und dann hat die immer auf Italienisch irgendwas gesagt und ich wusste aber nicht, was es war und sie hat auch nichts angezeigt, so, ja, was jetzt, zu warm, zu kalt, was ist falsch, ähm, fand ich auch spannend, wir waren am Berg oben und, und um wieder runterfahren zu können, musst du auch dich mit so einem Ding da scannen lassen, ja, und dann kam halt zu oben und gedacht so, ja, was ist jetzt, wenn du dann hochfährst, oben die ganze Zeit in der Sonne spazieren gehst, deine Birne natürlich total aufgewärmt ist und dann meckert das Ding rum, das zu heiß ist, ja, dann hast du halt auch ein Problem, von dem Berg wieder runterzukommen, aber ansonsten war es echt gut, es war halt nichts los, alles leer, also, was das angeht, war es top, ja, hätte ich nicht gemacht, aber, ähm, wie gesagt, wenn es funktioniert hat und du hast ja auch kein, kein Virus heimgebracht, nein, äh, von daher alles gut, ja, es war, wir haben, es war halt so ein bisschen, wir hatten ursprünglich Hamburg geplant, dann kam Corona auf, wir hatten Karten für Musicals, dann haben wir uns überlegt, nun, was machen wir jetzt, fahren wir trotzdem, fahren wir nicht und dann haben wir uns entschieden, ja, wir halten die Tickets doch, das wird schon nicht so mit Corona das Problem werden, dann war es dann doch so und dann haben wir gesagt, dann, ähm, wollen wir die Tickets dann bitte gern zurückgeben und, äh, bis heute sagen die halt, ja, nee, also, du kannst einen Gutschein bekommen, aber was anderes gibt's nicht und es sind halt irgendwie auch 400 Euro oder so, ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich sitz auch noch, äh, äh, im Moment auf, ähm, ja, Konzerttickets, ich mein, du weißt das ja, glaub ich, auch noch vom Party Drive, ähm, sitz ich immer noch drauf, wir wissen immer noch nicht, wann wir dann das, äh, wahrnehmen können, aber es ist auch okay, ich mein, ich soll das erstmal alles safe machen und alles, ja, es ist ja auch, es ist ja auch niemandem geholfen, wenn dann das zu einem Superspreader-Event wird, ähm, und das bringt ja auch nichts, aber da sitz ich immer noch auf den Karten, also letztes Jahr wäre halt ein krasses Konzert und Festivaljahr gewesen, eigentlich hatten wir ja auch intern mal drüber gesprochen, äh, Papa Roach, dann war das Thema im Pericon Festival im April, dann war das Thema Parkway Drive, äh, Rock im Park war auch ein Thema und, äh, natürlich die Messen waren auch ein Thema, das war so, also mein, mein Urlaubsjahr in Anführungsstrichen und, äh, dann hätte ich vielleicht spontan nochmal irgendwelche Trips gemacht, aber, ähm, letztendlich hat sich da halt jetzt nichts ergeben, äh, ist jetzt auch nicht so schlimm, ich hab die Zeit hier gut genutzt und, äh, wenn man jetzt nicht so beengt, wohnt irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, dann fällt einem auch so schnell nicht die Decke auf den Kopf, es ist halt einfach so, das sind, man muss, man muss es ganz klar sagen, die Leute, die halt Eigenheim haben, die haben bei der Corona, in der Corona-Zeit definitiv, definitiv einen großen Vorteil, Müllwagen, ja, jetzt, um mal den Running Gag aus der letzten Folge wiederzunehmen, aber, die haben definitiv einen Vorteil und die können halt einfach besser, ähm, sich irgendwie mal entspannen oder aus dem Weg gehen oder wie auch immer. Gut, äh, Georg, hast du urlaubsmäßig was am Start gehabt oder Balkonien? Nee, also ich war auch nirgends im Urlaub und, also im Sommer, da habe ich höchstens Ferienarbeit gemacht, aber ansonsten. Ja. Gut, ähm, dann habe ich ein Kategorie, äh, Buch des Jahres, ich weiß gerne, habt ihr was vorneweg schon mal, habt ihr was oder soll ich nur vorstellen? Ihr habt was, okay. Ja. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dieses Jahr versucht hier auch, ich wollte ja was ändern und da habe ich gedacht, okay, ein bisschen mehr lesen und habe mir da jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Ich fange mal an, ich habe es natürlich auch wieder hier, ne, ich habe mich vorbereitet, wie sich das gehört, ich muss gerade mal die Alben des Jahres zur Seite packen. Also das Erste, was ich wirklich sehr spannend fand, ist 1000 Zeilen Lüge von Juan Moreno, da geht es um diesen Betrug bei Spiegel, um den Reporter, ähm, Relotius hieß der, glaube ich, genau, äh, um den, äh, Relotius, der da eben zigtausend Leute getäuscht hat, der hat irgendwelche Artikel erfunden, der hat, ähm, Reportagen erfunden, die es nie gab und Interviews und solche Geschichten und es ist damit jahrelang einfach durchgekommen. Das ist krass. Und, äh, ja, es ist wirklich krass und es kam dann eben halt raus vor ein, zwei Jahren, ich meine, und, ähm, dann ist der, dann ist das Ganze halt aufgedeckt worden, was da eigentlich Sache war und das ist halt wirklich sehr interessant, weil dann kriegt man auch mal mit, also es ist wirklich wie ein Thriller geschrieben, äh, was da alles abgegangen ist im Hintergrund und wie der sich dann auch, ich meine solche, äh, Redaktionen wie der Spiegel, die haben natürlich Redaktionen, die prüfen, die haben eine Qualitätskontrolle, die haben Lektoren, die haben, äh, zig Mechanismen und wird halt auch beschrieben, wie er es geschafft hat, durch diese ganzen Mechanismen durchzukommen und so weiter und was natürlich jetzt auch so die Quintessenz ist, wie man da am Ende damit umgeht und, äh, das fand ich halt wirklich sehr spannend, weil mich Journalismus eigentlich schon immer interessiert hat, neben IT, ähm, und auch der Grund ist, ähm, und auch der Grund ist, warum wir halt hier Kurs of a Youth so umgebaut haben, wie wir es halt jetzt haben, weil mich halt Journalismus interessiert und ich das gerne mache und für andere Leute halt Sachen berichte und so, äh, und recherchiere und, ähm, deswegen einfach ein spannendes Buch aus meiner Sicht. Bevor ich zum nächsten komme, einer von euch, was habt ihr so an Büchern das Jahr? Also, ich, äh, krieg mich da einfach mal komplett aus, ich, äh, hab dieses Jahr an sich viel zu wenig, äh, gelesen, aber, was ich gelesen hab, war hauptsächlich uninteressantes Zeug, wie, äh, Computer-Netzwerke oder irgendwelche Pen-and-Pay-Regeln oder Tabletop-Regeln oder einfach nur irgendwelchen Quark im Internet. Oder Netzwerke, ist doch interessant, das ist doch wichtig, Tobi. Ja, genau. IPv6, oder? Ne, 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 insgesamt, insgesamt, äh, wegen Ausbildung und so weiter, weil, äh, wie gesagt, Entwickler, äh, du, du steckst ein Kabel in den Router, das andere in den Rechner und dann muss es gehen. Ja, genau. Ja, äh, hat noch jemand ein Buch? Achso, ja, dann mach ich kurz weiter, äh, äh, ja, äh, Angstgetrieben von Jean-Pierre Krämer, eigentlich so seine Biografie. Ziemlich, äh, krasses Buch, ähm, auch inhaltlich, ähm, sehr emotional und, ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Genau, könnte vielleicht sogar noch was sein für meine Liste, weil, ähm, den hab ich auch so ein bisschen im Bilde. Ja, hab ich auch gleich am Anfang, äh, bestellt und ist wirklich echt, äh, echt krass. hat ihm, glaub ich, auch viel, ich sag mal, Arbeit und auch Schmerz gekostet, weil es schon echt, also, krass ist, was da so drin steht, aber auf jeden Fall eine Empfehlung und, ja. Ist auch, hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist halt auch ein sehr interessanter Mensch, was der auf die Beine gestellt hat und, ähm, ja, das ist schon heftig, kann man, äh, nur auch beglückwünschen, was er da mittlerweile geschafft hat. Aber wer viel unternimmt, der hat auch viel Leiden. Klar. Das weiß ich auch, als Unternehmer ist schwierig, also ist halt einfach so. Gut, dann mach ich mal weiter, ich hab nämlich noch zwei, ähm, einmal das Buch Neustart, da geht's um, ähm, Gesetze und, also, das klingt jetzt sehr trocken, ehrlich gesagt, man könnte denken, Felix hat das vorgeschlagen. Nein, da geht's da drum, dass eben Abgeordnete sich Gedanken gemacht haben, was läuft bei uns im Staat eigentlich falsch und was sehen wir. Das ist ja immer so das Ding, wo ich dann auch immer sage, warum sieht es keiner in der Politik, ähm, merken die nicht, dass sie da auf dem kompletten Holzweg sind oder dass da was gemacht werden muss und da wird halt, ähm, das libertäre FP-Sprech, denken wir neu, da wird der Staat halt von Grund auf mal komplett neu gedacht, also neue Gesetze, ähm, Sachen, 103 Vorschläge sind da drin, was man anders machen könnte und, ähm, von Abgeordneten und Experten und die fangen bei sich selbst hin, also die hinterfragen Sachen, also dieses Klassische, das habe ich schon immer so gemacht, deswegen mache ich es die nächsten 30 Jahre noch so, das wird da hinterfragt und deswegen fand ich das halt, äh, sehr, sehr spannend und, äh, kann ich nur empfehlen, Neustart heißt das Buch und, ähm, ist zwar ein ordentlicher Schinken, aber, ähm, wenn man das in Etappen liest, dann ist das manchmal ganz nett und denkt, ah ja, das ist, das ist auch noch ein Problem und das kann man so machen und da ich ja auch mich für Politik interessiere, ja, war das für mich eigentlich eine Frage, das mal zu lesen und ich habe ein Interview, ähm, in einem Podcast oder ich glaube auf YouTube von der Autorin, äh, mir angeguckt, angehört, äh, war auch ein bisschen Ausschlag geben, muss ich der Fairness halber sagen. So, ich glaube, Georg, du hattest noch was, oder? Genau, ich hatte noch was, das ist, äh, aber in diesem Fall ein Roman, der nennt sich The First Fifth in Life of Harry August von Claire North, ähm, wenn man es grob zusammenlassen will, es geht eben ein bisschen um was, wegen Zeitreise, bloß anders, wie wir es kennen. Da ist nämlich, ehrenter, die Zeit, du hast Leute, die werden immer wieder geboren, du hast eine ewige Wiedergeburt und die können sich immer daran erinnern. Und, ich finde, äh, das Buch macht es auch relativ cool, weil du hast mal ein Kapitel, wo was beschrieben wird und dann wird was beschrieben aus nächstem Leben, was vielleicht irgendwie drei Leben später ist. Und dann kommst du wieder zurück zum Mainplot. Und, das haben sie einfach relativ cool umgesetzt. Klingt ganz interessant. Ja, ich muss sehr ehrlich sagen, ich bin, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich bin weniger der Romantyp, wenn ich Bücher lese, dann meistens eher, äh, weniger zum Unterhalten, doch vielleicht auch, aber eher, um halt irgendwie den Horizont zu erweitern oder so, ich weiß es nicht, ich bin einfach nicht der Typ dafür, ich bin eher so im Fach- und Sachbuchbereich. Lach- und Sachgeschichte. Und vielleicht halt auch sowas Autobiografisches, also wenn ich jemanden interessant finde, äh, ich habe zum Beispiel noch nicht gelesen, aber ich habe auch von Montanabek die Autobiografie hier, äh, wenn ich mal Bock habe, dann werde ich mir die mal reintun. Äh, auch von, äh, dem Philipp von den Real-Life-Guys habe ich auch das Buch hier, ähm, das habe ich noch nicht gelesen, das ist der, äh, wir hatten schon mal drüber geredet, der wirklich, äh, todeskrank ist, also der nur noch ein paar Wochen zu leben hat, oder Monate, sagen die Ärzte, ähm, äh, und, äh, äh, das ist ganz interessant, weil die machen ja mit den Real-Life-Guys, machen die ja so verrückte Bauprojekte und, äh, haben ja schon mehrfach empfohlen, die Videos, wo sie dann eine Achterbahn durch den Hornbach bauen und solche Geschichten, also völlig wild und lustig, das Zeug von denen, äh, 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 und das ist ganz interessant, mal so die Hintergründe von, äh, ja, von ihm kennenzulernen, auch wenn ich jetzt nicht überall mitgehen kann, also ich bin ja auch sehr religionskritisch, das wissen ja unsere Zuhörer, und, ähm, er beschreibt halt auch, also der Untertitel ist halt auch, äh, meine Real-Life-Story und die Geschichte mit Gott, so, und das ist halt der Part, wo ich halt oftmals sehr aussteige, wenn es dann um irgendwelche Begegnungen geht und, äh, über natürliche Sachen, aber letztendlich, äh, finde ich trotzdem, was ich bisher gelesen habe und ich bin noch nicht durch, aber finde ich es trotzdem sehr lesenswert und, äh, der Typ hat meinen vollsten Respekt, wie der damit umgeht, äh, super Sache und deswegen fand ich das ganz interessant und habe mir das auch deswegen mal gekauft und, ja, es ist halt auch, YouTuber bringen Bücher raus, ne, das ist halt auch so eine Geschichte, muss man oftmals auch bei manchen Büchern einfach mit, ähm, ja, einfach mit einbeziehen, also zum Beispiel hatte ich letztes Jahr, äh, auch von einem YouTuber hier das Buch gehabt, das, ich weiß mal, wer wann, das, äh, egal, auf jeden Fall, das war jetzt nicht so der Bringer, aber es war halt Hauptsache, ein Buch rausgebracht, ne, aber das ist anders, das ist, du merkst halt, es gibt welche, genau, du merkst, es gibt welche, die bringen ein Buch raus als Merchandise und Geld und es gibt welche, die bringen ein Buch raus, weil es Inhalt hat. Ja, genau. Gut, äh, habt ihr noch was in die Runde? Nope. Sehr gut, dann können wir weitermachen. Ähm, ja, wenn ihr euch einen YouTuber mit ins Team wünschen könntet, welcher wäre das dann? Ähm, wahrscheinlich beim David JP Performance. Na, aber, ja, das würde aber nicht ins Team passen, nee, nee, deswegen. Ja. Ich würde wahrscheinlich jemanden wie, ähm, wie heißt der denn? Äh, keine Ahnung. Felix Bar. jetzt darauf wollte ich hinaus, äh, Felix Bar, also das wäre halt, äh, auf jeden Fall, weil vor allem, weil der halt auch in dem Sinne mit Technik zu tun hat, weil JP ja, auf jeden Fall, aber ist halt Auto und wir haben hier nichts mit Auto am Hut. Wenig, sehr wenig. Oder wenig, ja. Ja, also denke ich auch, also eher so die Richtung, vielleicht, äh, Felix Bar oder Julian Völzke, also, wie ist denn nochmal? Own Galaxy, glaube ich, heißt der YouTube Channel. Ich glaube, ja. Und als Head of Production, äh, Felix von der Laden. Das wäre so wahrscheinlich mein, mein Dream Team, ähm, andere YouTuber, äh, der Typ von Semper Video. Ja. Der könnte bei uns bei der Hals auf dem, ganz, ganz oben. Genau. Der Typ von Semper Video, genau. Und natürlich noch, äh, damit wir guten Cashflow haben, Bibi, ich meine, verschimmelte Handyhüllen für 133.000 verkaufen. Das ist heftig. Ja, also da habe ich mir auch, äh, gedacht, okay. Haben sie ja nicht verkauft, und sie haben ja das Angebot rausgenommen. Was ich ja wirklich sozial finde, sie haben ja genannt, äh, oder sie haben ja gesagt, hey, das kriegt, äh, diese Hilfsorganisation. Genau. Sie spenden das einem einmal, äh, Kältebus und dann noch irgendwas mit Kindern, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich finde das halt schon ein bisschen assi, dann das zurückzuziehen, das auch im Video noch zu zeigen. Und da ist ja dann auch noch, ja, der werte Bruder da, oder wer das ist da? Ray Fox, oder wie heißt der? Ja, das ist der Ding, der von München, der in München da mit seinem anderen Cousin mal einen YouTube-Kanal hatte. Ja, genau. Ja, aber der ist ja irgendwie von Bibi irgendwie der Cousin. Cousin oder sowas, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall war der auch mit dabei gewesen am Start, und er ist ja, das war auch der Typ, der damals das Video gemacht hat, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich habe Corona. Einer der ersten YouTuber, und dann, äh, doch nicht. Ähm, ja, wunderbar. Also, war sehr lustig, auf jeden Fall. Vor allem, wir haben im April sehr drüber gelacht, wie das hier alles losging. Äh, unglaublich, solche Leute. Gut, ähm, ja, die angekündigten Spotify-Interessen eurer Hörer, habe ich natürlich vorbereitet. Ich, ähm, mitsche mal kurz in meine Ansicht. Es ist sehr interessant. Also, ich habe ja auch schon angeteasert, ähm, dass wir, ähm, mehr Zuhörer haben, als zu sehr. Das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Dann mache ich es hier nochmal, solange wie hier meine, meine Notizen laden. Ähm, unser Top-Land, oder wo wir den meisten Zuwachs bekommen haben, sind unsere Schweizer Kollegen. Na, also, die Schweizer haben jetzt irgendwie bei uns zugenommen, und, äh, deswegen, äh, hat das unsere Statistik rausgehauen. Also, Schweiz um 200 Prozent, gut, das war vielleicht keine Kunst, weil wir nicht so viele Schweizer hatten. Aber, äh, Deutschland hat auch mit 16 Prozent zugenommen. Und wir haben auch sehr viele Länder, äh, auf dem Globus. Also, wir werden aktuell auf, äh, sechs, oder in sechs verschiedenen Ländern gehört. Vielleicht auch, äh, wohnen bedingt, also irgendwelche Auswanderer. Und, äh, wir haben uns auch im letzten Jahr ordentlich gesteigert. Also, Spotify gibt da auch recht interessante Statistiken. Also, wir haben zum Beispiel, ähm, 175 Prozent, äh, äh, mehr Streams, also mehr Views, würde man auf YouTube sagen, oder auf Twitch, whatever. Ähm, wir haben 76 Prozent mehr Stunden, also die Leute hören länger, wahrscheinlich auch durch die Pandemie, oder Leute haben Podcasts jetzt erst verstanden. Ähm, und wir haben 61 Prozent mehr Follower bekommen, im Vergleich zum Jahr davor, und 40 Prozent, äh, mehr normale Hörer, die halt so mal reinhören. Das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Statistik. Ähm, was auch ganz interessant war, wir haben letztes Jahr 14 Folgen veröffentlicht, und 1741 Minuten Material haben wir in 2020 auf, ähm, ja, Spotify hochgeladen. Ähm, was auch noch interessant ist, die, ähm, das mache ich jetzt mal ganz kurz in Echtzeit, weil ich habe das scheinbar nicht gescreenshottet. Mal 1700, wie viele Minuten? 1741. Das sind ja dann, glaube ich, 26 Stunden oder so, ne? Krass. Ja, wenn du überlegst, wir haben ja Podcasts immer so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Stund. Alter, da kommt schon was zusammen. Ich gucke jetzt mal in die aktuellen, äh, Statistiken, was die Interessen angeht, weil das ist ja auch mal so ein Ding, was, wie sind unsere Follower unterwegs, äh, was hören die so, und das will ich gerade mal in Echtzeit abrufen, wenn mich Spotify gerade lässt, ähm, Audience, da haben wir es doch, ähm, und zwar haben wir, das finde ich halt krass auf, ähm, Spotify selbst, ähm, haben wir 100% Männer, also zumindest geben die Leute das so an, äh, in ihrem Profil, ähm, und altersmäßig bewegen wir uns hauptsächlich im Bereich, also der größte Bereich ist zwischen 23 und 27, also eigentlich unsere Altersgruppe, äh, geht aber hoch bis zu, ähm, 60, also da haben wir auch Leute, die, äh, bei uns mit, ja, mit, mit, äh, hören, ich mache gerade mal die Statistik an fürs ganze letzte Jahr, also konkret sieht es so aus, die Verteilung ist von 0 bis 17 Jahren 2%, von 18 bis 22 Jahren 30%, von 23 Jahren bis 27 14%, ähm, und von 28 bis 34 24%, von 35 bis 44 9% und von 45 bis 59 19% ähm, das sind so die, die Jahresverteilung, ähm, was ich interessant finde, bei den, ähm, Bands haben wir eine große Parallele und die ist Eskimo Callboy. Das finde ich ganz interessant. Die, die Band ist auf Platz 1, ähm, die haben wir auch schon mehrfach besprochen oder irgendwo mit, durch die Tätigkeit von Hand of Blood und so weiter haben wir ja schon öfters mal drüber geredet. äh, dann kommt Smash Into Pieces. Das ist, glaube ich, so eine Rockband, oder? Bin ich soweit ich das... Oder ist das jetzt die übelste Deathcore-Battleband? Warte, warte, wie heißt die? Smash Into Pieces. Aber ich denke so, dass es so Antenne Bayernmusik ist. Das hätte ich mal so gedacht. Das ist eine schwedische Rockband. Ja, Rock halt. Also, jetzt nicht abwertend gemeint. Ich glaube, die haben auch... Ja, Rock halt. Nein, es ist jetzt nicht abwertend gemeint. Scheiß Musik. Dann haben wir viele Leute, die TKKG hören über Spotify scheinbar. Okay. Also, ich sehe, ohne Scheiße, ich sehe auch einige meiner, ähm, Follower auf Spotify, die das hören. Also, in meinem Bekanntenkreis. Also, scheinbar ist das mittlerweile wieder ein Trend zu Hörspiele. Dann Ariane Grande ist bei uns auch mit dabei. Die ist ja auch sehr erfolgreich. Und ABBA, lustigerweise. Das sind dann die 19 Prozent, 45 bis 59-Jährigen. Die hören dann ABBA bei uns, in der Audience, wie es so schön heißt. Ja, dann bei den Ländern nochmal ganz kurz die Verteilung. Also, Deutschland auf Platz 1, dann kommt die Schweiz, dann kommen die USA tatsächlich. Also, scheinbar Auswanderer oder so. Oder Leute, die halt Deutsch sprechen können wahrscheinlich. Oder das live mit Google Translator versetzen lassen. Das ist, glaube ich, eher weniger. Aber, ja mei, ne? Also, wer Bock hat, dann kommt... Ich wollte gerade sagen, wenn der Google Translator unser fränkischer Mischmasch so vernünftig rausbekommt, dann Chapeau, Leute. Dann kommt Indonesien, lustigerweise. Sind das irgendwelche Bots? Australien. Also, das glaube ich jetzt schon eher. Bei Australien könnte es vielleicht wirklich noch sein, dass jemand da irgendwie ausgewandert ist. Frankreich, dann Slowakei, Mexiko, Brasilien, Niederlande, Schweden und Portugal. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das wirklich alles irgendwie Auswanderer sind, Leute, die da mal im Urlaub waren oder einen VPN da benutzen. Das kann ich sagen, ja. Die haben alle NordVPN. Was wir ihnen natürlich nicht verkauft haben. Was wir natürlich nicht empfohlen haben. Ihr habt es in der letzten Folge gehört. Genau, aber so viel zu unseren offiziellen Statistiken. Wie sieht es denn bei uns auf Spotify aus? Wir haben natürlich, man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass wir relativ breit unseren Podcast ins Netz rausblasen, uns kann man ja auf iTunes hören, uns kann man über Radio.de hören, uns kann man über TuneIn hören, über Deezer, über, ja, das sind die Sachen, die mir spontan einfallen. Also, wir sind sehr breit aufgestellt und es hat nicht jede Plattform so eine Statistik. Das heißt, wir wissen gar nicht so 100% genau, wie viele Leute uns hören. Was man halt sieht, dass die Upload-Zahlen schon oder die Download-Zahlen, unsere Upload-Zahlen, eure Download-Zahlen schon nach oben gehen und es freut uns natürlich und man hat auch den Eindruck, dass viele Leute von einem Video-Feed auf YouTube oder auf Dailymotion eben auf Audio umgestiegen sind, einfach weil es kein Bild gab. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Und ich höre ja auch gerne Podcasts so und beim Aufräumen, wenn ich unterwegs bin, irgendwo, keine Ahnung, bei der Gartenarbeit oder so, dann haue ich mir da auch mal einen Podcast rein und dann habe ich ja nichts, wo ich gucken kann. Von daher irgendwie auch verständlich. So. Ich hätte noch ganz kurz eine Sache anzubringen. Ich habe eben eine freundliche Nachricht bekommen von einer Freundin, wie gesagt, unsere Statistiken können nicht ganz richtig sein. Als sie das letzte Mal zugeschaut hat, war sie noch weiblich. Also dementsprechend... Ja, sie hat zugeschaut. Aber sie hat nicht auf Spotify gehört. Das weiß ich nicht, das müssten sie mir sagen. Spotify-only Statistiken. Ja, dann ist das richtig, wahrscheinlich. Ja, ich meine, letztendlich, ich weiß nicht, kannst du einen Account erstellen, ohne ein Geschlecht anzugeben? Vielleicht... Kannst divers angeben. Aber dann wird das divers aufgeführt. Dann wird es, genau, ja. Also, ja, egal. Also, ich glaube jetzt Spotify einfach mal. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat es das über YouTube geschaut. Genau. Oder über Lisa oder iTunes, je nachdem. So, wir machen schnell weiter, weil die Zeit drängt. Ja, dann schreibt einer Zuschauerfrage. Frohes Neues, Jungs. Wie habt ihr gefeiert? Also, ich, Familien, kleinen Kreis, nichts Besonderes. Weiter. Feuerwehreinsatz um 0.36 Uhr. Exakt der gleiche wie exakt vor einem Jahr. Also, auch an Neujahr. Exakt an der gleichen Adresse mit exakt mit der gleichen Einsatzmeldung. So viel dazu. Gibt Leute, die überraschen, immer wieder, ne? Ja, das war die Heizungsanlage. Exakt das gleiche wie vor einem Jahr. Den Hersteller würde ich nicht mehr kaufen. Nein. Jo, dann hau ich schnell rein. Ja, kleiner Kreis mit der Familie. Wie, glaube ich, irgendwie so jeder, jeder deutsche Raclette um alkoholfreies Bier. Ja, und wir haben ganz simpel eigentlich, wir haben einfach, wir haben uns zusammen gehockt, haben ein paar Bratwürste gegessen und das war es eigentlich. Also, nichts Besonderes. Das Ding ist halt, diese Frage dieses Jahr zu stellen oder 2020, 2021 zu stellen, ist halt irgendwie schwierig. Ja, ich habe über meinen Nachbarn gefeiert. Ja, ich war auf Frankreich, diese Riesenfeier. Ja, ja, genau. Ich war da in Frankreich in diesen Riesen-Scheunen-Bunker da und habe da mit 3000 anderen Leuten gefeiert. Nein, es ist, da, ihr habt ja auch schon im letzten Podcast gemerkt, dass wir ja eher auf der Seite der Wissenschaft stehen und da auch sehr, ganz natürlich ernst nehmen und da auch keinen Scheiß machen. Person des Jahres, Eure Person des Jahres. Für mich auf jeden Fall der Drosten, definitiv. Also, ich finde es gut, dass sich so ein Wissenschaftler einfach in einem Podcast der ganzen Nation stellt. Also, auch, dass dieser Podcast aufgebaut wurde, ist natürlich jetzt ein, er hat das natürlich nicht alles selbst gemacht, ganz klare Sache, aber finde ich durchaus berechtigt, finde ich cool. Wer auch einfach aus Solidarität mein Person des Jahres ist, ist einfach, ja, Bill Gates, weil, was der dieses Jahr, wofür der dieses Jahr überall verantwortlich war, für Zwangsimpfungen und Chips und was weiß ich alles. Der Typ, der sitzt wahrscheinlich in seiner Villa irgendwo und denkt sich, Scheiße, während er gerade die Schecks unterschreibt für Spenden an seine Hilfsorganisation. Also, letztendlich völliger Gugolores. Ja, und irgendwie auch Elon Musk, weil letztendlich der Typ, der ist und bleibt einfach verrückt, aber hat irgendwie richtig krasse Sachen am Start und das ist auf jeden Fall interessant, was er so treibt und allein mich an das Satelliten-Internet denke und so weiter und solche Geschichten, was ja sinnvoll ist und was da alles möglich ist, also ist auf jeden Fall auch eine Person of the Year für mich aus meiner Sicht. Ja, dann David, JP Performance. Ja, und aber auch, also ja, auf jeden Fall und aber auch, wie du schon gesagt hast, Elon Musk. Ich fand es sehr lustig, als ich abends auf der Terrasse stand und mir dachte, Mensch, was ist das denn für eine lange Sternschnuppe? Ja, Starlink-Satelliten und so. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch allein deswegen geil, weil letztens haben ja Leute geschrieben, er ist ja jetzt offiziell der reichste Mensch der Erde und dann hat er so geschrieben, oh, lustig, naja, zurück an die Arbeit. Das ist so typischer Humor von ihm. Genau, ja, ja, was auch cool ist, da muss ich noch kurz einhaken, was ich auch cool finde, dass unser Tesla-Kit, also der Elias heißt er, glaube ich, nee, Silas, glaube ich, Silas, der hat ja jetzt ein Praktikum bei Tesla und wir hatten ja ihn mal in einem Podcast erwähnt, hab ihn daraufhin auf Instagram verlinkt, bei dem Posting, wo es eben um den Podcast ging und da hat er dann sich auch zurückgemeldet und so weiter. Also, falls du das hier hörst oder irgendwie mitbekommst, schöne Grüße und gönne ich dir auf jeden Fall auf ganzer Linie. Das ist auch jemand, das wäre nach seinem Praktikum echt mal was für ein Interview. Definitiv. Also, das ist der Typ, das Kind hätte ich schon fast gesagt, der Jugendliche, der junge Erwachsene, der mit seiner Drohne den Fortschritt in Grünheide am Tesla-Werk filmt und das auf YouTube hochlädt. Das nur mal, wer jetzt Tesla-Kit, wer damit nichts anfangen kann mit dem YouTube-Kanal. So, David, ich hab dich unterbrochen. Äh, echt? Ich war eigentlich fertig. Okay, dann ist es gut. Georg? Also, bei mir ist es auch auf jeden Fall der Christian Dorsten. Also, der hat es ja, der hat sich dieses Jahr bewiesen. Also, der hat so viele Informationen rausgehauen und der hat so gut informiert. Also, echt Respekt und echt Solidarität auf den ganzen Scheiß, den er durchmachen musste, wegen die, auch wegen der ganzen Bild-Kampagne gegen ihn, also. Ja, ja, natürlich. Das Ding ist halt auch, so ein Wissenschaftler, der kann sich auch mal irren und oftmals ist ja auch irren der Weg zur Erkenntnis. Jetzt hat man mal wieder hier einen rausgehaut, aber es ist halt leider so, dass man ganz oft mal Sachen probiert oder erst erforschen muss und so weiter. Und ich fand es halt auch spannend, mal so, jetzt mal diesen Beruf kennenzulernen, weil vorher, die gab es zwar, diese Leute, aber letztendlich hat es uns halt nicht interessiert, weil Pandemie ganz weit weg und so weiter und Viren, ja, habe ich auf dem PC, aber jetzt nicht unbedingt in der realen Laufbahn, zumindest nicht so in der Form, dass sie mich jetzt tagtäglich beeinträchtigen oder mein normales Leben beeinträchtigen. Und da fand ich diese Einblicke definitiv sehr spannend und auch wichtig. Und es war ja teilweise auch so viel Content, dass man das auch nicht alles weghören konnte. Und das war auch teilweise das ist sehr, sehr interessant, gebe ich dir recht, wo ich dann auch wirklich, wo ich dir so nebenbei gehöre, nee, das musst du jetzt mal wirklich dir dann Zeit nehmen und das hören, dass du es auch richtig verstehst. Aber ja, und ich habe auch festgestellt, es gibt sehr viele Parallelen zwischen Computer Malware und echten Viren. Also das hat man dann auch so festgestellt. Jo, dann Tobi, was sind deine Personen des Jahres? Also wie eigentlich glaube ich schon letztes Jahr habe ich in dem Sinn keine. Personenlos glücklich sozusagen. Ja, personlos glücklich. So Elon Musk, jetzt glaube ich, sage ich ja immer mal, wenn der wieder kommt, ich halte den Typen immer noch für einen Real-Life-Bond-Bösewicht, aber ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie lange es dauert, bis es sich eine Vulkanbasis in einem Yellowstone ausbaut. Du musst dir mal das Video angucken, da hat er so einen Testflug von einer Rakete gemacht und dann watschelt er dann durch diesen riesen Berg von Schutt einfach so dazwischendurch und guckt sich das, ah, ist ja interessant, ach ja, okay, da ist auch was in die Luft geflogen und so. Weitermachen, okay, schieß die nächste hoch, scheißegal, wie viel es kostet. Oder auch, wenn er dann twittert, wenn wieder so eine, wenn wieder so eine Trägerding runterkommt, dann hat das nicht geklappt. Jo, mei, passiert halt. Genau, der lebt halt so den Lifestyle wirklich zum Erfolg irgendwie, da gehören halt Rückschläge dazu und das ist, und ganz ehrlich, so jemand ist halt, das ist halt auch jemand, den traut man das auch wirklich, du, diese Story, dass er auch mal in der Fabrik auf dem Boden geschlafen hat, weil eine Förder, oder eine Fertigungslinie einfach nicht weiterging oder nicht funktioniert hat oder wie auch immer. Also, der ist einfach der Typ Mensch dafür, dem traust du das zu. Und, ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie weit Tesla unsere Automobilindustrie platt macht, wir werden sehen, was die ganzen Projekte von ihm machen, Starlink und wie sie alle heißen, das kann man im Moment sehr schlecht abschätzen. Letztendlich hat so viele Feuer im Eisen, irgendwas wird schon anbrennen, also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn es nicht schon angebrannt ist, teilweise. So, Tools des Jahres. Da fange ich mal an, also ich habe jetzt dieses Jahr keine Software gepickt, ich habe einfach, und ich habe es leider gerade nicht griffbereit, den Toolcheck von Vera. Vera ist ein Werkzeughersteller, falls jemand gar nicht weiß, wovon ich gerade rede. Und es ist eben ein super kompaktes Bit-Sortiment mit einer kleinen Ratsche drin, mit einem Bit-Halter drin und so weiter. Und es ist ultra kompakt, passt irgendwie in jeden Werkzeugkoffer, in jeden Rucksack, wenn man irgendwo unterwegs ist. Super praktisch. Ist jetzt nicht so billig, aber es ist halt Qualitätswerkzeug, 70 Euro, glaube ich, 80 Euro oder so. Und ich habe hier ja Möbel aufgebaut und so weiter. Und da hatten wir das Ding wirklich den Allerwertesten gerettet, weil jeder Torx, jeder Bit einfach vorhanden ist. Und du kannst jetzt super arbeiten. Also absolute Empfehlung dieser Tool-Check von Vera. So, eure Tools des Jahres. Programme, Werkzeug, was auch immer. Habt ihr da was? Ja, da möchte ich diesmal anfangen. Gerne doch. Genau, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen entdeckt. Das nennt sich Cold Turkey Blocker, ist ein Programm. Und damit kann man sich auch quasi so Zeiten einstellen, wo halt bestimmte Webseiten quasi gesperrt werden oder bestimmte Apps oder sogar der komplette PC, was auch schon mal schiefgegangen ist. Warum würde man sich das selbst antun wollen? Warum man sich das selbst antun? Erstens, weil man Sachen voranbringen muss, wie eine Seminararbeit. Und dann machen wir doch vielleicht etwas zu viel auf YouTube rumgammelt. Oder dann sagt, ach, eine Runde geht noch. Und dann stehst du um vier Uhr in der Früh da und denkst dir, doch ein bisschen spät. Da habe ich einen Trick für dich. Machst du wie ich, schreib die Seminararbeit einfach in der Nacht vor der Abgabe. Habe ich gemacht, hat geklappt, elf Punkte. Ich war super. Nein, natürlich keine Empfehlung. Bereitet alles super gut vor. Nee, also ich würde es auch gar nicht schaffen, weil ich bin ein relativ lamsanger Mensch. Also ich bin wirklich lamsing im Denken, lamsing im Schreiben. Das ist, ich bin da irgendwie auf einer anderen Zeitlinie. Aber auch, muss man auch mal sagen, sehr gewissenhaft. Wenn du Georg irgendwas gibst, ich kann mich noch an die Bilder erinnern von den Gamescoms oder so, der hat die nicht vorher rausgerückt, bevor die nicht perfekt bearbeitet waren. Da muss ich noch, da muss ich noch, das muss noch gemacht werden. Und ich finde, sie ist immer noch nicht perfekt gemacht. Perfekt ist nie was. Ja. Letztendlich, das ist halt auch so was, dranbleiben und so, das schätze ich halt hier auch bei Kurs U4U, dass viele Leute halt nicht einfach irgendwas hinballern und sagen, ja, passt schon. Felix ist ja da auch jemand von der Linie, der dann wirklich tausendprozentig da irgendwelche Sachen fertig kriegen möchte. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es einfach gut, um was voranzubringen, was qualitativ hochwertig ist. Ja, weiter im Text, würde ich sagen. Tobi, hast du noch ein Tool? Im Grunde nicht der Tool, aber halt auch wieder Competibilitili, Competibilitili, Müllwagen, 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 Proton, so, Ende, die Proton, Ende, weitermachen, weitermachen. Ja, gut, mach ich weiter. Mein Tool des Jahres ist der BL Touch, das ist ein Auto-Bet-Leveling-Sensor, also im Prinzip ein kleiner Sensor, den ich am Druckkopf anbringe, vom 3D-Drucker und der automatisch das Bett quasi vermisst, weil das Problem ist ganz oft bei Druckern, dass die Druckbetten nicht exakt plan sind und das ist ziemlich blöd, weil dann die erste Schicht nicht richtig haftet oder in der Luft druckt und der funktioniert halt irgendwie aufs tausendstel Millimeter oder so und misst halt vorher 25 Punkte auf dem Bett und passt es dann genau an. Bestes Tool ever. Ja, also was ich dieses Jahr vielleicht das noch als digitales Tool, wenn man es so nennen kann, aber was ich dieses Jahr halt vermehrt gemacht habe, mich tiefer mit Linux zu beschäftigen, um halt so diverse Probleme zu lösen, die wir mit QSO4U haben und bei manchen Sachen, wo ich vielleicht in der Vergangenheit eher so einer Laufsoftware tendiert wäre, habe ich jetzt mittlerweile Open Source Linux Software im Einsatz. Nicht immer schmerzfrei, definitiv nicht, aber ja, die zwei Linux Experten, David und Tobi, die sitzen ja hier oder Fanboys von Linux. Ne, ich kann es nachvollziehen, definitiv und da habe ich mich viel mit beschäftigt und ja, deswegen Linux picke ich da auch mal mit als Tool des Jahres. Ich hätte noch eine Sache, aber ganz schnell ist die HK500 Petromax Starklichtlaterne. Ich liebe dieses Teil. Es hat eine sehr schöne Vergaserlampe mit richtig Bums 500 Watt Leistung. Das Ding ist so hell, da kannst du nicht reingucken ohne Sonnenbrille und das ist halt einfach geil, wenn du draußen hier auf der Terrasse was arbeitest, machst du zwei von den Dingen an, du hast Licht und es wird warm und es ist einfach geil, weil alle Nachbarn rauskommen und denken, Alter, was ist das für ein Feuerdrache? Das Ding so am Fauchen ist, das ist abhartig. Ach, der Leuchtturm in München, das ist dann da, wer den... Ja, die Flugzeuge landen bei mir auf der Straße. Verbrechst der Kerl schon wieder weiße Phosphor im Vordergrund? Damals im Krieg hat man die noch als Landebabeleuchtung benutzt. Ja, das glaube ich. Ne, also da vielleicht noch als, ich weiß nicht, ob ich es letztes Jahr schon gepickt hatte, von Makita, das Akkusystem, ich bin ja da drin, David, du bist ja bei Bosch Professional drin, letztendlich das System ist sehr empfehlenswert, man muss sich halt für eines mal entscheiden, Makita ist ein bisschen preiswerter, hat bei manchen Sachen vielleicht Abstriche, dafür hat Bosch auch so den ein oder anderen Ding, wo du sagst, nimm, aber letztendlich beides sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe dieses Jahr die Erfahrung gemacht, dass ein Akku-Rasenmäher, wirklich ein Rasenmäher mit Akku, dass der wirklich funktionieren kann und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. also jetzt nicht als Roboter, sondern so ein richtig klassischer Elektro-Rasenmäher mit zwei 18 Volt Batterien von Makita drin, das Ding performt wie Schwein, wenn du dir noch zwei weitere Akkus kaufst und ein ordentliches Ladegerät, dann kannst du ohne Unterbrechungen über 1000 Quadratmeter mähen und das ist schon wirklich häftig. Überlegst, was du sonst für Geschiss hast mit Kabel oder mit Benzin und so, schon fett. Für mich war, oder für uns war halt hier zu Hause entscheidend, dass wir halt eben mehr oder weniger ohne Benzin großartig rumfuhrwerken und so weiter, das war für uns halt sehr entscheidend und ja, deswegen ist es eine ganz gute Lösung. So, jetzt kommen wir dann nochmal zum paar Userfragen, die habe ich jetzt auch in Eifer des Gefechts übersprungen. Userfragen, welche Werbeanfragen habt ihr schon bekommen, habt ihr auch schon welche abgelehnt und ja, ich habe ja in der letzten Folge darüber geredet, dass wir eine VPN-Geschichte bekommen haben, die war jetzt nicht so ultra seriös, aber es gibt immer mal wieder irgendwelche Tools, also Tools jetzt in Bezug auf Software oder irgendwelche Online-Dienste, Anonymisierungs, Verschlüsselung, also so ganz kleine Buden, wo wir halt auch nicht wirklich abschätzen können, ja, ob das überhaupt seriös ist, ob das überhaupt alles sicher ist, also sicher zu einem Grad, wo man sagt, also ganz sicher gibt es natürlich nie, aber zu einem Grad, wo wir sagen, das können wir unseren Usern anbieten oder das würde ich selbst auch benutzen und das ist halt eher schwierig und deswegen definitiv vorsichtig bei solchen Sachen und ja, VPN war so der Klassiker, aber es gibt immer wieder Sachen aus China, irgendwelchen Elektroschrott, der uns da angeboten wird, wo wir dann irgendwelches Affiliate-Zeug verhökern sollen auf YouTube, ist einfach nicht unser Metier. Gut, ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt dazu relativ wenig sagen, weil die Anfragen kommen zu mir rein, was definitiv eine recht gute, seriöse Geschichte war, das war die Sache mit HP Instant Inc., seriöse Geschichte, stehe ich nach wie vor, dazu benutze ich selber hier auch, aber es gibt halt viele Kooperationen, die man sich eher verkneift, vor allem, wenn man jetzt noch nicht diese riesen Reichweite hat und dann kriegst du halt wirklich unglaublich viel Schund zugeschickt und da macht man sich dann keine Gedanken drüber, ja, ob das überhaupt sinnvoll ist für uns. Ich hätte noch eine Anfrage, die nicht Cruze for You bekommen hat, aber ich jetzt und mein Nebengewerbe, das habe ich dem Steffen auch schon erzählt, da hat mich eine Firma angeschrieben über einen Account von einem Mitarbeiter über Instagram, ob ich denn nicht Filament, also das Material, was ich zum 3D-Drucken verwende, ob ich dann nicht das Filament von denen testen möchte, ich muss es kaufen, eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und dann bekomme ich mein Geld wieder. Nein! Ich glaube, das ist noch nicht mal legal, aber ja, gibt es durchaus öfter solche Sachen. Ja, also, wie gesagt, da muss man einfach drüber stehen und wir wollen ja unseren, also unsere Zuschauer nicht vergraulen damit und irgendeinen Scheiß verhökern und dadurch, dass es halt bei uns jetzt nicht um absolute Gewinnmaximierung geht, ja, ist es einfach für uns relativ einfach aktuell, da irgendwelche Sachen abzulehnen, vor allem wir leben ja nicht davon, dann ist es einfach eine andere Geschichte. Ja, dann User-Frage noch, die ihr eingeschickt habt, was sind ihre Lieblings Kleidungsmarken? Ich fange einfach mal an, also ich habe sehr viel Band-Shirts an, auch wie jetzt gerade, letztendlich kann ich keine Marke benennen, aber ansonsten, ja, Nike natürlich so, also eher sportliche Sachen, aber auch, also so wirkliche Favoriten habe ich nicht, außer dass ich halt sehr viel Nike-Zeug einfach gerne trage, kaufe und ja, das ansonsten, ach ja, Kahat ist jetzt auch so ein, das ist vielleicht was, wo ich jetzt aktuell so ein bisschen ganz geil finde und Vans schon immer irgendwie, aber ja, ansonsten habe ich da nicht viel mit am Hut und ist eher, würde ich meinen, ja, Kleidungsziel eher als durchschnittlich und nicht besonders irgendwie bestreiten. Weißt du, wie es euch geht? Ja, Gucci vom Dorf halt, Engelberg und Strauß. Das geht immer, Engelberg und Straußachen geht immer und ansonsten, also ich bin da jetzt auch nicht, ich achte da auch echt nicht drauf, ich ziehe Klamotten an, damit ich was anhabe und die Leute mich nicht nackt sehen. Ich bin da eher so funktionell veranlagt, mir ist das relativ Bums, was da draufsteht, solange es halt qualitativ gut ist. Also ich kaufe jetzt nicht bei Wish oder so Klamotten ein oder bei Primark oder so, das ist jetzt nicht so mein, aber ja, ansonsten Hikes, weil das halt einfach eine Top-Schuhmarke ist und weil das auch noch eine Firma ist, die in Deutschland sitzt und da auch produziert und man auch noch seine 20 Jahre alten Hikes zu denen geben kann und die halt neu besohlen. Das hast du halt nirgendwo mehr oder fast nirgendwo mehr. Da muss ich auch betonen nochmal ganz kurz nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, ich kaufe die Marken nicht der Marken wegen, sondern weil ich von den Sachen hatte, die mich überzeugt haben und dann habe ich gesagt, okay, dann, und da gibt es auch Unterschiede, wo ich dann sage, okay, bei der Marke eher das T-Shirt, bei der Marke eher die Schuhe, bei der eher die Hose und das ist eher so ein Erfahrungsding, wo ich über die Jahre hinweg einfach so erfahrungsmäßig einkaufe, wo ich sage, okay, das hat einfach einen Komfort für mich und weniger, dass da einfach nur die Marke draufsteht. Das ist mir eigentlich relativ Bums und da habe ich auch schon öfters gewechselt, wo ich gemerkt habe, hey, da lassen die nach oder da macht es einfach nicht mehr so, wie es mal war oder wie auch immer. Ja. Georg, Kobi, wie sieht es bei euch aus? Ja, dunkle Farben und muss passen. Da reicht es ruhig. Ja, kann man eigentlich nichts dagegen sagen, ne, Georg? Ja, ich bin der andere so der Markentyp. Ich gehe halt dann in Geschäfte rein, sehe irgendwas, was mir gefällt und dann kaufe es. Ja. Aber ich bin sowieso nicht jemand, der sich so regelmäßig Klamotten kauft. Das ist bei mir vielleicht alle drei Jahre. Ja, oder sehr spontan bei mir teilweise auch. Das ist so, ach ja, da ist was, okay, sieht gut aus, ist, passt, perfekt. Ja, und dann wird es gekauft, perfekt. Also, ihr merkt schon, es ist ein Technik-Channel hier. Also, was habt ihr hier erwartet? Dass wir über Gucci und sonst was reden. Hä? Du hast gesagt Gucci vom Dorf. Ja, genau. Also, Informatiker Engelberstrasse sieht man eigentlich auch häufig. Ja, muss auch wirklich sagen, jetzt mal unabhängig davon, ich bin ja immer noch auf der Suche nach, wir wollen ja vielleicht mal wieder so ein paar Team-T-Shirts drucken lassen. Wir hatten ja mal vor einigen Jahren von Fruit of Loom hatten wir ja mal so ein paar drucken lassen von einer Druckerei, die Werbekooperation mit uns hatte und da bin ich gerade auf der Suche und Engelbert Strauß ist da in der engeren Auswahl, weil die haben scheinbar auch so Worker-Shirts, die halt einfach druckt werden lassen können und so weiter und nicht mal so teuer und die Qualität, ich habe jetzt von einer anderen Firma als Werbegeschenk von Engelbert Strauß eins bekommen, das ist top, also wäre wirklich eine Idee, ist jetzt natürlich sehr viel interner Quatsch, deswegen will ich das jetzt nur weiter im Podcast ausführen, aber kann ich nachvollziehen. So, weiter im Text, Userfrage, glaubt ihr, wir können durch Corona mehr digital nutzen, Online-Shopping-Center, ETC? Ja, wir haben es ja vorhin schon beantwortet im Prinzip, also ich glaube jetzt nicht, dass sich so viel verändern wird. Es werden ein paar Unternehmen sterben, ein paar Läden zumachen, aber ich glaube nicht, dass die Masse allein schon durch die ganzen Hilfen, auch wenn die vertögert, irgendwie ausgezahlt werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann keine Shopping-Center mehr haben oder so. Das Einzige, was ich, also wo ich ein bisschen Bedenken habe und mich auch nicht wundern würde, wenn es so kommt ist, wenn das, ich sag mal, so einfach vorbei sein wird, Corona nicht, aber ja, Digitalisierung in Schulen, ob die dann nicht wieder mal hinten hinterm Stuhl runterfällt, weil das läuft ja jetzt schon nicht so optimal und ob das dann weiterverfolgt wird, wage ich mal zu bezweifeln, aber es wäre eigentlich mal eine gute Sache. Ja, vor allem, man muss ja auch überlegen, die Thematik mit der Schule, wir reden da teilweise davon, dass Schulen sagen, ja, in fünf Jahren sind wir soweit, ja, in fünf Jahren ist uns Corona hoffentlich egal, aber in fünf Jahren haben wir dann mal einen Internetanschluss, mit dem wir dann arbeiten können. Das ist eigentlich, wenn du mich fragst, ein Unding, also sowas macht mich fassungslos, aber ja, das ist halt Deutschland und es war natürlich auch in Berlin wieder mal, das ist klar, meine Lieblingsstadt in Deutschland. So, habt ihr mitbekommen, dass John McAfee im Knast sitzt? Was? Ja, das hat jemand geschrieben, scheinbar als Hinweis, weil wir den ja öfters mal durch den Kakao ziehen, also wer den nicht kennt, der Gründer von der tollen AV-Lösung McAfee, John McAfee, ich weiß nur, der hatte mal irgendwie ein Verfahren, weil er seinen Nachbarn erschossen haben soll und sowas, ist aber schon Jahre her und dann ist er, also der Typ ist auf jeden Fall sehr durch, ich weiß nicht, warum er im Knast sitzt, vielleicht kann einer mal währenddessen gerade googeln, aber interessant. Dann nächste Userfrage, war 2020 für euch ein schlechtes Jahr? Ne, anders, also natürlich hat es schlechte, ein Geschmäckle, definitiv, wie man in Bayern sagt, aber letztendlich, ich habe viel geschafft, ich habe einiges gelernt, ich habe neue Sachen gemacht, die ich sonst wahrscheinlich ohne Corona nie gemacht hätte und man muss, ich bin sowieso eher jemand, der aus allen versucht, irgendwas Positives rauszuziehen und ja, also es war kein, kein durchaus schlechtes Jahr. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? War das für euch ein schlechtes Jahr generell oder sagt ihr auch? Also ich habe es ja glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der wahnsinnig jetzt sagt, ich gehe jedes Wochenende in die Disse oder so, also von daher, hat sich für mich da auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Ja klar, mal auf die Art, das eine Café in der Innenstadt ist halt zu und wie sagt ihr jetzt, Hobbystore oder sowas oder Pen & Paper und sowas geht halt offline nicht mehr oder nicht momentan. Ja, schlecht, also dass ich jetzt wirklich sage, meine Existenz hängt da dran oder so, wie es jetzt teilweise für irgendwelche Festveranstalter oder Getränkelieferanten oder was sein könnte, das ist nett, aber ja, du magst zwar, aber wenn ich mich jetzt deswegen bei einer in die Ecke setze, wird es so schnell nicht passieren. Ja, vor allem wir sind ja auch, sage ich jetzt einfach mal für uns alle, wir wissen, uns zu beschäftigen, wir haben digitale Hobbys auch ja, also und ich wohne halt auch auf dem Land, also für mich, ich habe jetzt im Sommer, meinen Sommerurlaub, meine drei Wochen, habe ich mehr oder weniger mit ID, mit Umbauen, mit Handwerken verbracht, mit Umräumen und solchen Geschichten, also es war durchaus, und wir haben ja auch weiterhin bei Kurs O4U Content produziert und so weiter, es gab eine digitale Gamescom, also ja, ja, es war alles aber jetzt nicht total scheiße, Konzerte tut mir natürlich im Herzen weh, dass wir nicht irgendwo auf einem Konzert irgendwie zusammen waren, auch alle hier mal, aber dann passiert es halt 21 oder 22, mein Gott, ist halt dann so, ja. Ja, also mein Jahr war an für sich, eigentlich, ich sage jetzt nicht extrem negativ, aber ich sage mal so, durch Corona natürlich viel daheim gewesen und auch einfach wenig Bewegung, dann Bandscheibenvorfall gehabt, ist jetzt nicht so nice, mit 23 einen großen Bandscheibenvorfall zu bekommen, kann man sich ehrlicherweise sparen, aber lag natürlich auch ein bisschen mit an mir, ist natürlich Corona alleine schuld, aber ja, auf jeden Fall das, und, naja, was halt positiv war, ich habe meine, ich habe eine Nasen-OP gehabt, nein, die war nicht krumm, auch keine Schönheits-OP, sondern meine Nase war einfach, ich sage mal, innen drin alles so zu, nice und Scheide waren krumm, dass ich von Luft bekommen habe und irgendwie aus dem letzten Loch gepfiffen habe, die ersten zwei Tage waren Hölle, weil du hast halt Tamponaden in der Nase und die Nase ist fünfmal so dick wie sonst, aber wenn die raus sind, ist das geilste Gefühl, ich kann das erste Mal in meinem Leben richtig durch meine Nase frei atmen, ohne das Gefühl zu haben, ich erschicke, das ist halt echt schon eine Lebensqualität, muss ich sagen, das war echt gut in diesem Jahr. Ja, das kann man auf jeden Fall, kann man als Außenstehende auch verstehen. Kurzer Hinweis noch an den Chat, sorry, wir wissen, dass teilweise das Bild so ein bisschen abhaut vom Ton, wir kriegen das jetzt, ohne dass wir hier den ganzen Stream unterbrechen und das Ganze noch in die Länge, sich sieht wahrscheinlich nicht gefixt, deswegen verspreche ich euch, dass das Ganze beim nächsten Stream definitiv besser wird. Bild ist zum Glück noch da und es ist ein bisschen Versatz drin, haben wir schon gemerkt und schöne Grüße noch, ich sehe hier auch Leute im Chat, die kenne ich aus den Kommentaren, also es freut mich, dass ihr jetzt zu später Stunde noch am Start seid und Tyron meint, dass der John McAfee scheinbar mit Drogen irgendwas am gut hatte. Ja, da gibt es dieses Video, wo er sich da schön durch die Nase irgendwie guxt, zieht, also. Ja, aber ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut und es war anscheinend eher in der Steuerhinterziehung, wo ihn hinter Gitter gebracht hat. Ja, gut, aber wie gesagt, der ist scheinbar wirklich hinter Gitter und, äh, habe ich nicht mitbekommen, also ist irgendwie aus meiner Filler-Bubble, aber der spielt auch irgendwie keine große Rolle mehr im T-Sec-Bereich, weil letztendlich, der bringt nichts mehr auf die Gette, der Typ, der ist durch. Gut, hatten wir jetzt schon alle? Georg, ich glaube, ich war noch nicht dran. Ich vergesse immer, sorry, es ist einfach viel zu ruhig. Ja, kein Sinn, ich bin auch ein sehr schweigsamer Mensch, genau. Ne, also das Jahr war jetzt nicht besonders schlecht, also man hat schon merkt, dass was fehlt, aber man kann sich nicht wirklich beschweren, also es ist jetzt nicht so, dass man so eingeschränkt war, dass man sagt, dass alles doof war. Natürlich wegen den ganzen Zuhause sein, Einsamkeit, das hat schon ein bisschen an der Psyche ein bisschen gekratzt, aber das hält man auch aus und ich meine, es würde auch irgendwann wieder besser, das kann ja nicht ewig so bleiben, hoffentlich. Ja, aber das ist halt genau der Punkt, dass man halt einfach dieses Ziel oder diese Hoffnung einfach nicht aufgibt oder halt im Auge behält und dann einfach sagt, okay, es ist halt gerade scheiße, ich muss gerade funktionieren und dann irgendwann kann man da auch wieder entspannen, irgendwann da lachst du drüber. Irgendwann reden wir hier, ach, damals 2020, wisst ihr noch, ja, wird dann auch wieder, also das ist ja wie so oft, dass du halt dann einfach drüber lachst dann irgendwann oder sagst, ach Gott, was war damals für eine verrückte Zeit. Gut, ja, wir hatten ja ein bisschen was übersprungen, Userfrage, werdet ihr einen Vlog über eure Corona-Impfung machen? Nein. 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 Definitiv nein. So, Userfrage, wie könnte man das soziale Miteinander im Homeoffice verbessern? PS sitze seit März im Homeoffice bei einer kleinen Firma und wäre über Tipps recht dankbar. Jo, das ist halt nicht. Ja, David? Also ich hätte eine verrückte Idee, die ist natürlich ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber sowas wie eine Oculus Quest und Spatial.io oder so, also mit Virtual Reality Meetings sage ich dir, ist schon, also wir haben es ausprobiert in der Arbeit, das ist schon eine geile Sache, aber natürlich müsste jetzt jeder so ein Teil haben, aber ich weiß nicht, ob ihr Konferenzen oder was auch immer mit Video macht, wir haben uns jetzt dazu geeinigt, dass wir eigentlich alle immer Webcam anmachen und auch wirklich auch nur darauf konzentrieren und das hilft schon viel, also wenn du alleine, also wenn Minz mehr als die Hälfte Webcam anhat, dann ist es schon eine gute Sache. Am Anfang waren das viele, so hatten keine und wollten nicht und nachdem es dann noch länger ging, haben alle Webcams auch angemacht, außer wenn man jetzt mal, keine Ahnung, das Klo muss oder so und das macht schon viel aus. Ja, ja, also ich kann da natürlich teilweise jetzt, was QSO4U angeht, haben wir natürlich dauerhaftes Homeoffice, aber letztendlich ist es ja auch so, dass man auch privat irgendwie mal was unternehmt oder irgendwas, ist natürlich jetzt, wenn man sich physisch nicht treffen kann, schwierig, aber man kann ja auch irgendwie mal was zusammenzocken und so weiter und dann gibt es halt eben diese Geschichten, ist natürlich jetzt eine reine IT-Legang-Geschichte mit dem Zocken, das ist schwierig vielleicht bei irgendwelchen anderen Firmen, wo das halt nicht so ist, aber man kann zum Beispiel auch, das habe ich von einer anderen Firma mitgenommen, die haben einen virtuellen Pausenraum, wo die Leute sich dann zum Mittagessen treffen. Das ist natürlich vielleicht jetzt erstmal ein bisschen sehr creepy und cringe, aber vielleicht ist es ja wirklich was, wo man sagt, okay, oder diese Pausengespräche, dass man die halt auch über Teams oder über irgendeine Konferenzlösung macht oder telefonisch, wie man möchte, dass man das halt einfach trotzdem durchführt und sich dann da privat unterhält. Ja, aber in der Tat kann ich das irgendwo schon nachvollziehen, dass das schade ist. Man muss da halt irgendwie verstärkt darauf achten und man muss auch dazu sagen, es ist ja schön, dass du so engagiert bist, aber ich habe halt auch oder ich denke halt auch, wenn niemand was engagiert durchführt und in die Wege leitet, passiert in vielen Firmen auch nichts. Gerade in kleineren, vielleicht auch älteren Firmen, die eher konservativer denken, da wird da nichts passieren. Wenn du jetzt selber nichts in die Wege leitest, dann wird da auch nichts passieren. Das ist so meine Erfahrung oder so mein Gedanke zu der ganzen Geschichte. Und da gibt es die wildesten Sachen, wie, was weiß ich, Online-Whiskey-Tasting oder zusammen backen, kochen. Tele-Bier. Ich wollte gerade sagen, das hat die Firma, bei der ich Arbeit, hat ein Tele-Bier mehr oder weniger organisiert. Also es wurde irgendwann Mitte des Jahres, wo es dann so wahnsinnig schlimm war, in Anführungszeichen, wurde dann auch dann mal gemacht, also wir arbeiten in einer relativ großen Firma, dass dann teilweise halt auch Leute standortübergreifend sich hätten treffen können. Ich war jetzt nicht dabei, ich habe genug Kontakte zu Ossen. Du hast genügend Freunde außerhalb der Firma. Genug Bier zu Hause. Eben, ich habe genug Bier und genügend Freunde außerhalb der Firma, da muss ich nicht mit den Leuten noch Bier trinken. Falls irgendjemand zuguckt, nee, nee, das ist alles nur Spaß. Ich bin sehr gern freundlich. Du hättest natürlich gerne die ganze Zeit mit denen verbracht. Ja, natürlich. Nur wir haben dich bei Kurs auf View davon abgehalten. Wir bösen Menschen. Und ja, also da wurde da mehr oder weniger halt ein Telebier oder ich sage jetzt mal oder so ein digitales Kneipentreffen organisiert. Stammtisch, digitaler Stammtisch. Ja, wir haben das bei uns auch mit unseren Vorständen mit Backen, haben die eben eine Backmischung geschickt und dann haben die zusammen virtuell gebackt. Ja, es ist halt auch schwierig, gerade wenn du halt jetzt nicht unbedingt die gleichen Interessen hast. Ich meine, ich kann mir das mit einigen Kollegen gut vorstellen. Da hat man sehr viele Interessen, einfach die sind identisch. Aber letztendlich muss ich jetzt nicht also mit Leuten backen. Also bin ich ganz ehrlich. Also das ist dann, das ist nicht meine Welt. Aber wer Bock auf Backen hat, warum nicht? Und wer, aber es kann ja auch einfach so ein kleiner Stammtisch sein oder wie gesagt halt auch die, oder es gibt noch ein anderes Konzept, auch von jemandem gehört, selbst noch nie gelebt, dass man ja generell so eine Art virtuelle Büros hat, wie man sie auch so hat. Dass du dann praktisch mit jemand anders immer in einem Büro bist, dass du halt einfach die Kamera immer anhast und auch immer das Mikro anhast und nur zum Telefonieren halt mutest. Und dann hat man halt dieses, ich frage mal kurz meinen Kollegen, was ist, das kann man sich halt dann virtuell irgendwie herholen. Braucht sauviel Ressourcen, aber wer da Bock drauf hat, also ich brauche es nicht unbedingt. Ich bin froh, wenn ich meine Gedanken oder die Gedankengänge meiner Kollegen nicht immer mitbekomme. Das ist halt einfach so. Aber es gibt durchaus Leute, die praktizieren das. Ich kenne es von einer kreativen Agentur. Da mag es vielleicht schon sein, dass es funktioniert und dass es vielleicht auch der Arbeit zuträglich ist. Aber wenn du irgendein Problem löst oder irgendein neues System aufbaust oder irgendwas analysierst irgendwie, dann brauche ich nicht unbedingt den Kollegen, der sich gerade zum zehnten Mal darüber aufregt, dass die Frau Meier den liebigen Namen einsetzen, schon wieder ein Ticket geschrieben hat, weil die den Firefox nicht mehr aufkriegt. Also solche Sachen halt. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir mal wieder zu was Technischen. Noch eine technische Frage von einem Zuschauer. Glaubt ihr, dass Doxis 3.1 eine sehr gute Alternative zu Glasfaser sein wird? Zu erklären ist der neue Kabelstandard also für Internet, also auf dem Kabelnetz, Kabel Deutschland slash Vodafone, Kabel BW und wie die ganzen heißen, soll sehr, sehr große Durchsatzraten, also 10 Gig Down und 1 Gigabit Up und solche Geschichten sollen dann möglich sein. Ich glaube schon, dass es ganz sinnvoll ist. Die Latenz soll übrigens auch runter. Allerdings müssen halt auch die Verteiler dementsprechend aufgerüsten werden. Also die Slams, die halt den Zugang eben ins Glasfaser, weil du hast ja irgendwann hast du ja immer Glasfaser. Also das Internet heutzutage, wenn du irgendwas abrufst, auch dieses Videosignal wird irgendwo mal über Glasfaser gehen und spätestens von unserem Rechenzentrum aus, wo unser Streaming-Server sitzt, zu YouTube. Wir haben direktes Peering, also YouTube, unser Rechenzentrum, hat ein direktes Peering über eine Glasfaser und letztendlich, da läuft es immer über Glasfaser. Egal, ob du daheim jetzt Kupfer hast oder ob du es über Mobilfunk guckst oder ob du das sonst wie reinbekommst, du hast immer eine Glasfaser irgendwo. Und das ja nicht ohne Grund, weil halt Glasfaser immer noch das beste Medium ist. Du hast, du musst dich nicht darum kümmern, dass es irgendwelche Nebensprecheffekte gibt. Also wenn es bei der Glasfaser einen Nebensprecheffekt, dann hat meistens der Bagger durchgebaggert, weil dann das Licht von 10.000 Fasern sich gegenseitig sieht, dann ist eh alles vorbei. Aber letztendlich hast du halt keine so physikalischen Beeinträchtigungen bei einer Glasfaser wie bei einem Kupferkabel oder Koaxialkabel. Also ich sehe da schon sehr, sehr viele Vorteile immer noch bei der Glasfaser. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, besser als gar nichts. Und wir müssen ja in Deutschland, wir haben ja definitiv, haben wir ja sowieso Probleme irgendwie unser Netz irgendwie auszubauen oder Breitband zu den Leuten zu bekommen. Und da ist eigentlich jedes Mittel recht, bin ich ganz ehrlich. Und vielleicht könnte es sogar für mich hier auch eine Alternative sein zum VDSL-Vectoring. Das Thema Upload ist halt für mich entscheidend. Und der Upload muss halt einfach hoch sein. Und das ist immer eine Katastrophe. Jetzt guckt ihr in München die Mnet an. Die Mnet, die baut überall Glasfaser und Zeug aus, aber hat einfach scheiß Tarife. Wir haben 50 Mbit Upload bei einem Gigabit Down. Ja super, da brauche ich das Gigabit. Nicht, wenn ich nur 50 Mbit Upload habe. Also wenn ich viel Cloud-Themen mit Cloud arbeite, dann brauche ich definitiv einen guten Upload. Und das ist halt so das Ding. Und das ist halt wichtig bei den zukünftigen Anschlüssen. Und das ist immer so ein Ärgernis. Ich meine, das haben wir bei Kurs of U ja relativ häufig. Wir arbeiten mit vielen großen Datenmengen, auch jetzt beim Streaming. Und da ist halt der Upload einfach das A und O. Und nicht unbedingt der Download. Und der war im Tabelnetz eigentlich nie das Problem. Und ich habe hier 250 Mbit Down und 40 Mbit Up. Und ich bin ganz ehrlich, ich brauche keine 250 Down. und ich wäre froh, wenn ich 100 Mbit Up hätte. Dann könnten sie von mir aus auch nur 100 Mbit hier durchschicken. Aber es ist halt leider im Moment nicht so ganz der Fall. So. Ja, Doxis 3.1. Ich weiß nicht, habt ihr euch damit schon beschäftigt? Oder ist das für euch aktuell kein Thema? Doxis? Netzwerk, schwarze Boxkabel rein, Netzwerk raus. Ja, gut. Georg wird es wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, oder? Ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ja. Und da wird ja gut. Ja, mitbekommen, aber ich schiebe ja irgendwie mehr Bits und Bytes auf irgendwelchen Großrechnern rum. Also von daher. Also auch eher weit weg von der ganzen Thematik. Ja, genau. Ja, also es ist spannend, definitiv besser als gar keine Technologie, die uns irgendwie schnelles Internet bringt. Und letztendlich müssen wir da auch kreativ werden in Zukunft. Einfach so. Wir müssen schauen, dass wir möglichst schnell viele Leute ans schnelle Internet dran bringen und eigentlich egal wie mittlerweile. Völlig egal. Wir können da nicht anspruchsvoll sein, weil wir sind Deutschland. Ist einfach so. Jo. Dann Kategorie vom Jahresrückblick. Habt ihr ein Essen des Jahres 2020? Ganz kurz indisches Essen. Ich bin seit 2020 sehr im Indisch-Game. Liegt auch daran, dass wir hier in Coburg einen guten Inder haben. Und ist einfach gut. Und ansonsten Weihnachtszeit jetzt wieder. Vieles von Schmidt-Lebkuchen aus Nürnberg. Einfach gut. Funktioniert super. Kann ich nur empfehlen. So. Euer Essen des Jahres. Ich bin gespannt. Ja, dann hau ich mal schnell rein. Ich hab einen super Sushi-Laden in Schweinfurt hier gefunden. Ja. Muss ich sagen. Der ist es. Also dieses Jahr 2020 Sushi hab ich mir jetzt schon oft genug Geld dort vorbeigetragen und weil ich auch weiterhin mache. Also wenn ich mal wieder in Schweinfurt bei dir bin, dann Sushi beim nächsten Mal. Ja, wir können auch mal schauen, wenn das mal beim Bricks rüber reingehen. Also schön Burger holen. Oder schön Burger essen gehen. Aber momentan ist ja eh. Ja, eben. Wir reden wahrscheinlich da 2022 nochmal drüber. Ach ja, schön. Oder auch nicht. Ja, die anderen beiden Jörg, David. Boah, also da hab ich jetzt eigentlich gar nichts, weil ich bin nirgends hingekommen irgendwie zum Essen. Denn dann hab ich immer bloß zu Hause gegessen. Und ich kann ja auch nicht mal schnell in den Imbus gehen, weil halt das meiste Zeug halt einfach mit Getreide gemacht ist. Und ja, da hab ich halt schon mein ganzes Leben lang Probleme damit ein bisschen. Ja, ja. Übrigens zu dem Thema bisschen off-topic. Bei uns hier gibt's einen Lieferservice, der hat eine glutenfreie Pizza. Und da haben einige Leute geschrieben in den Kommentaren, das ist gar keine glutenfreie Pizza. Und die haben dann richtig fette Probleme, also Vergiftungsentscheidungen, Müllwagen, Vergiftungserscheinungen gehabt. Und das ist halt echt kein Spaß. Also wer da so ein Mist anbietet, also da muss man es halt auch wirklich liefern. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich so was anbiete, ist es halt schon irgendwie assi. Ja, das ist allgemein das Problem, dass manche Köche irgendwie nicht so verstehen, was sie da überhaupt kochen. Ja. Also das ist teilweise, wenn du die fragst, ja, ist da irgendwie Getreide und so weiter drin? Nee, nee. Und dann siehst du sie nebenbei mit Mehl hantieren oder so. Ja, David, dein Essen des Jahres. Ja, richtiges Essen des Jahres habe ich jetzt irgendwie nicht. Süßigkeit des Jahres. Süßigkeit des Jahres. Nee, aber wenn ich sagen müsste, Bier des Jahres, Wein des Jahres, Whisky des Jahres. Nein, 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 nein. Nee, wenn überhaupt. Wobei doch, doch Getränk. Also meine Freundin hat jetzt wieder zu Weihnachten Spekulatiuslikör gemacht. Der ist schon sehr geil. Und ansonsten halt ist es so ein Nudel, Käse, Tomaten-One-Pot-Rezept mit sehr, sehr viel Parmesan. Käse ist immer gut. Oder Pizza geht auch immer. Aber ich habe jetzt kein spezifisches Gericht. Ja, das hat man ja am Anfang vom Stream gesehen. Pizza geht immer. Jo, dann, wir befinden uns im Endspurt. Die letzten Fragen unserer Zuschauer. Gibt es bald auch Merch von euch? Kurz erklärt, schwierig. Warte mal, da schreibt er sogar noch mehr. Denke da jetzt primär nicht an T-Shirts oder Kleidung, sondern mehr an nützliche Dinge wie Tassen, Stifte, Blöcke, Nummern, Schilder oder andere Büroartikel. Macht weiter so. Ihr seid die Besten. Danke, das geht runter wie Öl. Und schöne Grüße aus dem Taunus. Den Namen hat er leider nicht geschrieben. Schöne Grüße zurück. Ja, schwierige Sache. Letztendlich, weil wir müssen das ganze Zeug irgendwie handeln, bestellen. Und wenn dann nur fünf Leute sich eine Tasse gönnen. Also im Moment noch schwierig mit der Menge an Zuhörern, Abonnenten. Wenn das Ganze dann nach oben geht und so weiter, dann kann man irgendwann definitiv davon reden. Ich habe übrigens auch gerade schon aus der ehemaligen Kurs-O4U-Tasse getrunken. Die ist uralt. Da gibt es nur ganz wenige Exemplare davon. Da ist auch noch das alte Logo drauf. Und ja, die wird es natürlich nicht mehr geben. Nein, das ist leider kaputt. Ich finde die auch noch schön. Also das ist so das Logo, was Felix damals noch, das ist jetzt kein Witz, also das Kurs-O4U-Logo hier, das war von Felix mal für den Kunstunterricht eine Designarbeit gewesen. Die ist benotet worden. Da hat er unser Logo entworfen. Das ist das alte, wie gesagt, es gibt ja jetzt das neue. Und wir werden da sicherlich irgendwann mal wieder Tassen machen. Was ich mir aber vorstellen könnte, wo der Aufwand ja gering ist, lässt man vielleicht mal ein paar Tassen drucken, brennen, ich weiß nicht, wie man das nennt, wahrscheinlich eher brennen lässt. Und dann eben halt auch mal eine Verlosung macht und dann mal zehn Stück raushaut oder so. Aber so an sich jetzt als Merchandise eher schwierig. Was ich aber ganz gerne mache, wir haben ja auch oft mal so Werbeartikel wie Stifte und wir hatten auch so Schlüsselbänder und sowas. Wenn wir, früher hatten wir ja öfters mal ein Gewinnspiel gemacht, vielleicht zukünftig auch mal wieder im Podcast, dann habe ich da meistens irgendwas dazu gepackt. Schlüsselband und ein Kuli und sowas halt. Also das gibt es schon, aber noch nicht so in Form eines Merch-Stores. Ist schwierig. Ich möchte auch ordentliche Qualität haben und nicht irgendwie so ein Spreadshirt, billig gedönster aufmachen und da irgendwelchen Rotz verkaufen, sondern wenn, dann muss es halt was sein, was taugt. Da muss es hier eingelagert werden und muss dann auch verschickt werden. Man muss den Shop betreiben und so weiter und so fort und das lohnt sich halt einfach bei, nicht bös gemeint, aber es lohnt sich bei zehn Bestellungen nicht der Aufwand und die Kosten, weil letztendlich musst du ja für den ganzen Mist außenrum auch Geld bezahlen und das Geld vorstrecken. Aber ich verstehe, dass es vielleicht für den einen oder anderen ganz cool wäre, wenn er jetzt irgendwas von uns hätte, um vielleicht auf den Podcast hinzuweisen oder auf unser Projekt. Ja, wird es sicherlich irgendwann mal geben. Gut, gibt es Videos, die ihr am liebsten offline nehmen möchtet? Schwierig. Also letztendlich, weil es gibt nur noch wenige Sachen, die ein bisschen schlecht sind, wo ich sage, schwierig und die Sachen, die ganz schwierig sind, die sind schon gar nicht mehr online. da gab es aber nicht viel. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir viel gelöscht haben. Also deswegen, oder habt ihr Videos, die ihr sagt, die müssen unbedingt mal runter oder die sind schwierig oder die würde ich gerne rückgängig machen? Also ich wüsste nur auf meinem eigenen Kanal welche, aber keine Ahnung. Sonst eigentlich nicht. Also ich meine, wir haben ja, wir überlegen uns ja eigentlich vorher, was wir veröffentlichen und ich denke auch, dass wir in den letzten zehn Jahren eigentlich da immer eine gute, also immer gute Entscheidung getroffen haben und deswegen ist es eigentlich selten, dass man irgendwas hochlebt. Also ich bin ein bisschen schade, finde ich bei dem einen oder anderen Video, weil es irgendwie unscharf geworden ist von der Gamescom damals. Das kann man jetzt nicht ändern, aber das ist für mich kein Grund, es runterzunehmen. Deswegen ist es halt ein bisschen anders geschnitten als die anderen, aber Unternehmen eigentlich nicht. Ich finde halt auch gut, wenn man eine Entwicklung sieht. Also letztendlich, wenn man sich unsere Kanäle anguckt, wenn man sich allgemein anguckt, was wir gemacht haben, dass wir uns halt immer weiterentwickeln und dass die Qualität besser wird und auch beim Livestreaming jetzt, das war jetzt der erste Livestream so in der Konstellation und das wird sicherlich nicht der letzte sein und wir werden sicherlich auch viel drehen, Thema auch asynchron Synchronität, was wir schon gelesen haben und so weiter und da wird sicherlich noch einiges passieren und letztendlich, mein Gott, wir wissen ja, dass nicht alles perfekt ist und viele Sachen, die entstehen hier als Hobby und nebenbei und so weiter und wo hast du, in welchem Verein hast du das, wo immer auf Anhieb gleich alles klappt, das hast du ja nicht mal in einer Firma, wo die Leute dafür Geld kriegen. ja, so what, also ich, wir wissen jetzt nichts, es gibt Sachen, die sind blöd gelaufen, wir haben ja vorhin schon mal ausführlich drüber geredet, aber ich habe jetzt kein Video, wo ich sage, das muss unbedingt runter oder ihr beiden noch was, Tobi, Georg, irgendwie, was ist das schwierig? Ich habe es ja vorhin auch schon mal angesprochen, vielleicht so ein paar alte Gaming-Sachen, die sind vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig gut gealtert, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen müsste, das muss jetzt runter aus irgendwelchen Gründen, weil es, keine Ahnung, beleidigend oder zeitgemäß, nicht zeitgemäß oder was gewesen wäre, also. Also wir sind ja schon immer sehr verantwortungsbewusst umgegangen, sagen wir es mal so, mit dem Medium hier. Ich denke auch. Ja, also, ich habe ein Video, wo ich aber, das schwankt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, manchmal denken sie sich, ah, das ist schon ein bisschen so cringe, aber deswegen lasst es online noch und das ist es auf unserem CoolCPU Gaming-Channel, das Once a Month Weihnachtsspecial. Ja, das ist, aber ich habe mich prächtig amüsiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, wenn ihr es euch anschauen wollt, dreht das Headset leiser, also es ist wirklich sehr laut und sehr viel Gekreische und. Ja. War das das mit dem Ponyhof oder war das ein anderes Spiel? Äh, ich glaube, du meinst schon das richtig, aber es war mit dem blonden Frisuren, es war das Barbie-Special. Ah, ja, da helf ich auch. Gut, ja. Ja, ja. Also eins, was mir noch einfallen würde sonst, also es ist nicht, soll ich jetzt sagen, es müssen wir runternehmen, aber es ist so ein bisschen, finde ich jetzt im Nachhinein, Cringe, wo ich damals, wo wir auf der Gamescom waren und ich irgendwie die ganze Zeit auf der Gamescom mit kurzer Hose rumgelaufen bin und alle so dachten, so war der Typ keine andere Hose oder was ist los? Ach so. Ja, das Hosengate sozusagen. Ja. Es war auch echt warm da. Ja, lustige Anekdote auch, da gab es ja auch ein Hosengate bei anderen YouTubern. Jahrelang haben Leute auch gedacht, dass der Dner Felix von der Laden nur eine Hose hat, weil er in meinen Videos die gleichen, der hat sich halt fünf Stück davon gekauft und dann hat er die halt immer getragen, mein Gott. Aber die Leute halt so, ja, du hast doch immer die gleiche Hose an, jedes Video und so weiter. Das ist halt witzig. Ja, und man muss ja dazu sagen, wir haben uns da ja teilweise auch schon ein bisschen verkalkuliert mit dem Wetter und so weiter und es war auch wirklich sau warm. Also ich hatte da ja auch kurze Hose dann an und so weiter, aber nicht an allen Tagen halt. Aber ja, gut, mei, das ist jetzt, was vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen, was aber immer noch lustig ist irgendwie, ist unser WG-Crips, wo wir in dieser verschimmelnden Bude waren. Felix und ich, ich finde es immer noch irgendwie amüsant, weil irgendwie ist das lustig. Mittlerweile lacht man drüber. Damals, wir waren halt wirklich angepisst und wir haben dieses Video eigentlich als Beweis gedreht, um den Vermieter noch ein paar Euro hinten rauszuleiern. Es hat, glaube ich, damals nicht so ganz geklappt, aber letztendlich, wir waren halt in der Ferienwohnung, die war halt versifft und wir haben halt dann WG-Crips, Gamescom WG-Crips gemacht und das Video, ja, mei, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt sagen muss, oh Gott, das muss runter. Es ist halt, ja, wenn es euch interessiert, einfach Kurs of You, Gamescom, WG-Ein, Crips und da haben wir halt in Form eines MTV-Crips, Felix und ich, uns mal die Wohnung genauer angeguckt mit verschimmelten Wänden und versifften Badezimmer und Haaren überall und keine Ahnung was, nicht identifizierbaren Flüssigkeiten auf dem Boden und die Tassen, die als Aschenbecher benutzt wurden oder der Kühlschrank oder die Sitzflächen, die braun waren anstatt weiß, weil das war schon sehr speziell. Ja, ich möchte auch nur noch hinweisen, auch, dass der Typ, wo vorher drin war, sich gedacht hat, ach, abwaschen muss ich nicht, ich nehme einfach noch so einen alten Teller, wo Reis dran klebt und tue den einfach unter die sauberen Teller. Merkt schon keiner. Gute Idee, sowas. Oder auch der Wasserkocher, wo du dann fast so einen Mineralienbrunnen, den hat es, weil der so verkrustet war von Kölner Kalk, also nicht von dem Ortsteil, sondern von dem Kalk in dem Wasser, aber es war schon, wirklich verrückt. Ich erinnere nur daran, dass manche Menschen den Wasserkocher als Waschmaschinenersatz benutzen für ihre Unterwäsche. Tatsache. Ich weiß von Leuten, die im Büro den als Luftbefeuchter benutzen, aber den Wasserkocher, der dann einfach dauerhaft läuft, bis irgendwann mal die Sicherung rausfliegt, Storys. Ich darf jetzt hier nicht erzählen, von wem ich das habe, aber ich habe es halt irgendwo mal aufgeschnappt. Ja, da kann ich ähnliche Geschichten erzählen, also das mit dem Luftbefeuchter, die Zweckempfremdung kenne ich. Was sie bei uns damals anscheinend auch gemacht haben, ist, dass sie tatsächlich den Boden gegossen haben, aus irgendeinem Grund, um die Luftfeuchtigkeit hochzukriegen. Okay. Also ich habe hier, man sieht es jetzt nicht, aber ich habe hier so eine Schale Wasser auf dem Fensterbrett, weil hier war die Luft in der Tat auch sehr stickig und Luftfeuchtigkeit nicht in Ordnung und ja, das reicht. Also man muss nicht unbedingt mit einem Wasserkocher danach helfen, also ja, aber Sachen gibt es. Gut, ja, dann nächste Frage, wir sind fast durch, was habt ihr im letzten Jahr so verrücktes Neues gemacht? Verrücktes Neues? Viel gehandwerkelt. Ja, Anfang des Podcasts oder der Pre-Show habe ich gesagt, dass ich zum ersten Mal selbst mit einer Haarschneidemaschine Hand angelegt habe, weil Friseure, das war schwierig und letztendlich, ich habe hier dickes, wallendes Haar und das nervt halt irgendwann. Also du möchtest da halt an den Seiten, das ist halt einfach Lifestyle, ich brauche das halt, dass das einigermaßen kurz ist und das nervt halt, wenn es dann irgendwann, gerade im Sommer, wenn es dann eine dicke Mähne wird und so und ja, das war so meine neue Errungenschaft, dass es funktioniert und dass man, ich, Gottes Willen, mit wie mein Friseur wieder offen hat, dann werde ich definitiv wieder Gast werden oder Kunde, aber letztendlich so als Hilfe für die Corona-Lockdown-Zeit ist es schon echt, hat es gut funktioniert. So, was habt ihr denn Verrücktes gemacht im letzten Jahr? Also ich eigentlich gar nichts, man sieht ja auch, die Sache mit dem Scherer kann ich mir fast sparen. Du musst ja was pflanzen. Ja, Verpflanzung vom Rücken oder so hoch. Bist du eigentlich eher so ein Bär? Nee, ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich viel, also, was soll man auch groß Verrücktes machen? Also das, das auch als Gewöhnlichste war jetzt, dass ich mich halt mal auf Corona hab testen lassen, aber, mein Highlight 2020, der Corona-Test. Einmal mit dem Stäbchen durch die Nase bis zum Gehirn. Ja. Nee, also so, ja, eigentlich, aber es war ja verrückt, weil du hättest ja nie vorher gedacht, dass du mal so ein Test, Test machen wirst. Äääääh. Ja gut. Ja gut. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas? Was verrücktes Neues probiert oder gemacht, oder? Ja, genau, ja, ja, genau, so war die Frage unserer Zuschauer. Ja, ich muss jetzt, also ich muss ehrlich sagen, manche kennen das nicht so, aber die OP in der Nase war für mich jetzt schon nicht so, dass ich sag, jo, mach ich sofort. Also da war ich echt, echt zurückhaltend und vorsichtig, weil, keine Ahnung, ist ein Gesicht, eine Nase, dann hab ich gelesen und bei mir war es ja auch ein größerer Eingriff, weil sie wirklich alles gemacht haben, was man da machen kann und wenn du dann mal so schaust, wie das gemacht wird, also wenn du Videos schon auch schon schaust, dann denkst du dir, danach muss alles im Arsch sein, weil die gehen ja mit einem Meißel ran und meißeln dir die Nasensteidewand ab und das ist echt heftig und, ähm, ja, keine Ahnung, ich hab auch echt ein bisschen Muffensausen gehabt, als ich dann da quasi auf dem Tisch lag, auf dem Tisch, auf dem Ding lag, wo es dann zum OP ging, aber es war ganz lustig, weil die Kammern rein, die haben mich alle begrüßt, so ich so, ich bin ja damit, die operiert mich, dann haben sie doch ein bisschen Späßchen gemacht hier und dann haben sie mich halt, äh, ja, weggebeamt, aber das war schon, schon echt super lustig und für mich war es effektiv auch so durch die erste OP, also die andere war irgendwann Kindheit, da hab ich gar keine Erinnerung dran, ähm, war für mich schon neu und auch echt unangenehm im ersten Moment und vor allem dann das, die ersten zwei Tage danach halt, also es hat mich Überwindung gekostet, vielleicht hätte jemand anders sofort gesagt, ja, mach ich, im Nachhinein würde ich auch sagen, ja, das würde ich sofort wieder tun, aber war halt, und vor allem zu Corona-Zeiten, das ist ja auch so eine Sache, man weiß ja nicht, wie ist das, ich hatte das große, große Glück, dass mein Heiß-Nasen-Ohren-Arzt in einer Privatklinik operiert und da seine Belegbetten hat und daher war ich quasi eigentlich dann auch allein im Zimmer und, ähm, die haben natürlich ziemlich viel Personal und alles, also alles gut, aber für mich war es auf jeden Fall Überwindung. Ja. Also merke, wenn jemand operiert wird, nie vorher irgendwelche Videos angucken. Ja, keine gute Idee, auch mit Augenlasern, niemals Videos zu Augenlasern anschauen, nicht tun. Und auch, und auch, was man da noch sagen kann, Orthopäden klingen immer, es klingt immer schlimmer, äh, was wir machen wollen, als wie es eigentlich ist. Ja. Weil der, der handelsübliche Orthopäde ist gefühlt so die Mischung zwischen Metzger und Schreiner. Und ja, ich darf das, ich darf das sagen, ich darf das sagen, an mir hat einer schon öfters mal, äh, rumgeschraubt und, ähm, ich hab auch einen, äh, Verwandten, der in die Richtung, äh, das Ganze macht und, äh, der das auch von sich selber sagt. Also von daher, alles halb so wild. Ja, äh, die, die wollen ja nur helfen, die wollen ja nur spielen. Die wollen ja nur was zu tun haben. Ja, das Ding ist, man muss halt bei solchen Sachen oftmals einfach Brain-Exer ausschalten und in, in Funktionsmodus übergehen. Ähm, ja, und dann klappt das auch. Ja, verrückte Sachen. Äh, ja, ich hab mir noch gar nicht gefragt. Genau, äh, ich hab, also, ich hab dieses Jahr ein bisschen mit Sprühler kannt hier. Ich hab da auch, äh, ein Geburtstagsgeschenk für einen Kollegen gemacht. Kann ich schnell mal hier zeigen. Ah, das dürfen wir gleich sehen. Ähm, das war dieses kleine Buch hier. Auf jeden Fall. Äh, da muss man sagen, äh, er hatte dieses Jahr ein bisschen Probleme mit dem Hören, deshalb ist es auch ein bisschen ein Fiescher-Scherz. Aber, zwei bleibt es noch nicht. Äh, sondern, äh, das ist nicht nur ein Buch, sondern, ich spiel das jetzt hier mal ein. Ah, ein bisschen klein. Georg ist ja immer so nett zu seinen Freunden. Das wissen wir ja. Weil ich hab mir echt die Mühe gegeben, dieses Buch auch noch so wirklich, so ein Loch reinzumachen, dass wir ein Spiel drin sind, verstecken konnten. Geil. Hm. Okay, das ist wirklich cool. Und ihr seht mein Schreibtisch schon, also der hat ausgeschaut, wie sonst noch irgendwas. Ja, man benutzt ja auch eine Sprühfarbe im Raum, wo man wohnt. Deswegen hab ich mal Airbrush-Anlage im Keller stehen, du Nudel. Nee, nee, ich hab natürlich draußen gesprüht. Das ist das Papier, wo der hinten ist. Du siehst es dann gleich im Stream, wenn die Verzögerung weg ist. Oh ja, gut. Ey, ich find das cool. Also, es ist ne coole Idee. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte da nie irgendwie Bock, Leute so hinters Licht zu führen mit Geschenken, aber eigentlich ist es ganz cool. Also, es ist auch, ich feiere sowas, wenn Leute sich so viel Mühe machen, um halt erstmal ein anderes Geschenk, als es eigentlich halt dann letztendlich ist, da irgendwie rauszuhauen. Also, irgendwie, fänd ich cool. Fänd ich cool. Ganz ehrlich. Jo. Haben wir noch irgendwas Verrücktes? Ja, für uns alle war das ja verrückt, um mal das abzuschließen. Dann kommt eine Frage an mich. Steht auch dort. Frage an Steffen. Bist du zufrieden mit der aktuellen Situation bei, und da steht nix, also ich geh mal davon aus, Kurs O4U, ähm, bist du dankbar? Wahrscheinlich dafür. Ähm, oh, da muss ich jetzt wieder, na, also zufrieden, ähm, wenn man zufrieden ist, dann geht ja nix voran. Ne, also wenn ich jetzt sag, okay, ist alles gut, wir, wir haben jetzt hier ein paar tausend Zuhörer, über Audio ist alles okay, aber auf YouTube ist mir egal, ich bin zufrieden. Ich bin dankbar, dass die Leute dabei sind, die dabei sind, ich bin auch dankbar, dass die Jungs hier das so mitmachen, definitiv, auch Felix ist dankbar, äh, dafür, dass wir hier so das Zeug veranstalten, und dass er halt den Podcast nicht mitmachen muss, wahrscheinlich, ähm, und letztendlich, wir sind dankbar, aber wir sind nicht zufrieden, weil sonst würde es ja nicht weitergehen, sonst würde ich sagen, ach komm hier, äh, asynchron, scheißegal, machen wir halt keine Videos mehr. Ne, da wird sich dann ran gesetzt, da wird eine Lösung gesucht, und ich meine, ich habe ja auch ein Unternehmen, auch wenn es ein kleines ist, aber letztendlich, wenn ich sagen würde, hey, ich bin zufrieden, das funktioniert, ich muss immer weiterdenken, ich muss immer weiterkommen, und was macht denn die meisten Leute glücklich? Nicht, dass irgendwie die Situation so ist, wie sie ist, sondern wenn man zum Beispiel irgendein Problem behoben hat, ne, wir haben jetzt, äh, gestern noch Probleme gehabt, dass überhaupt der Streaming-Server so läuft, wie er laufen soll, funktioniert jetzt, ich habe das Problem gelöst, danach freut man sich, ähm, jetzt, sag ich mal, biologisch gesprochen, da werden Glückshormone ausgeschüttet, und so weiter, und letztendlich, jeder Mensch tickt ja so, dass er dann halt, wenn er irgendwas überwunden hat, ein Problem, dass er dann sich freut, und so weiter, und das ist ja auch Glück, so, und, deswegen, ähm, letztendlich glücklich ist für mich halt immer, ich komme weiter, und, ähm, da gehören Höhen und Tiefen dazu, und man muss halt auch hier mental verstehen, dass halt nicht immer nur alles gut ist, und nicht alles immer nur so funktioniert, und, ja, mein Gott, das ist so meine, ähm, Weisheit, jetzt haue ich noch einen abschließenden Satz raus, äh, sei, ähm, was wollte ich sagen, ähm, ja, man soll zufrieden sein, äh, 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 nicht zufrieden geben, so, das ist vielleicht so die Message, um nochmal was Philosophisches am Ende mit rauszuhauen, mit, Treffen unser kleiner Glückskeks. Ja, es ist nicht mal so, aber letztendlich, ähm, was bleibt dann denn anderes übrig, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sage, oh Gott, jetzt haben wir heute schon wieder Probleme gehabt, alles Probleme, schlimm und so weiter, ja, dann geht es hier überhaupt nicht voran, das ist ja dann immer, und wenn ich mich ständig auf vergangene Sachen beziehe, dann geht es ja im Endeffekt auch nicht voran, ne, also, wenn ich die ganze Zeit, ach Mensch, guck mal hier 2000 irgendwas, da haben wir was Tolles gemacht und so, ähm, das bringt mich auch nicht weiter, also das ist einfach, das was man mittlerweile so, was ich wirklich erst lernen musste, das ist ja was, das kommt nicht von allein, das ist was, das bekommst du halt mit, wenn du gewisse Sachen liest, wenn du dich auf gewisse Sachen weiterbildest, wenn du ein Unternehmen hast, wenn du halt, äh, mit Leuten irgendwas organisierst, wenn du Personalverantwortung hast, dann erst, wenn du solche Sachen halt hast, dann kriegst du so ein, ich sag's immer, kein aber Mindset, weil das diese ganzen, doof Schwafler auf Instagram und wo es überall sind, die reden ja auch immer nur vom Mindset, verändern und bla, zum gewissen Punkt gehe ich da mit, aber es darf natürlich auch nicht alles sein, weil letztendlich, wenn ich ein riesen geiles Mindset habe, aber daraus nichts mache und, und, äh, eigentlich nichts irgendwie berichten kann, dann ist es halt auch Bullshit. Gut, ähm, ja, sorry Leute, aber solche Fragen habt ihr gestellt, die müssen beantwortet werden. Äh, von der neuen Kontaktfunktion in der Corona-Warn-App und nutzt ihr die auch. Äh, welche Kontakte, also, wenn ich meine Zoom- und, äh, Teams-Kontakte und was weiß ich, der letzten Wochen, äh, ja, und wie gesagt, Familie hier, internem, ich pflege es nicht, pflegt ihr das? Habt ihr das schon getestet? Kontakte einpflegen? Ich pflege es eigentlich auch nicht von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, weiß ich. Und, äh, mit denen ich Kontakt habe, die ich nicht weiß, also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Einkaufen gehe oder, mal, durch die Stadt lauf, weil ich mal die Beine vertreten will und mir die, äh, wunderbar, äh, die wunderbare Innenstadt anschauen will, nicht, ähm, dann, äh, ja, wie gesagt, die, die ich kenne, bei denen weiß ich, wo ich war und die, die ich nicht kennen, äh, hab ich Pech gehabt. Ja, ähm, letztendlich, die, die du nicht kennst, dafür ist ja die App da, dass er halt dann eben den Kontakt, mit den Leuten eventuell, detektiert, falls die halt auch diese App nutzen. ja, also ich nutze die App auf maximaler, bequemer Basis, äh, einfach, dass die automatisch alles möglich erfasst, ähm, aber letztendlich, ähm, aktiv, eher weniger. Aber ich bin jetzt auch, bedingt durch Corona, nehme ich mich sehr zurück. Ich hab hier halt auch Leute, Leute, die, äh, zur Risikogruppe angehören, und so weiter, und dann, ja, schwierig. Und selbst, ich bin ja auch nicht gerade das Schlangste, und dann bin ich ja auch Risikogruppe, in gewisser Hinsicht. Ähm, von daher, ich passe da sehr auf, äh, und, ähm, bin da wenig unterwegs, und so weiter, und dann ist das jetzt nicht so mein Thema. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo von einem physikalischen Meeting ins andere gehen würde, ähm, dann würde ich es vielleicht machen. Aber sonst, ähm, ja, nicht. Aber vielleicht doch durchaus sinnvoll aus meiner Sicht, an sowas, dass sowas drin ist. Gut, die letzten zwei Fragen, dann sind wir für heute durch. Ähm, Welche Software nutzt ihr für Schnitt und Thumbnails? Also einmal für den Schnitt, äh, Adobe Premiere Pro, ähm, manchmal bei manchen Sachen After Effects, aber eher selten. Das macht dann eher bei uns, wenn es mal so ist, der Sepp, oder eben auch der, ähm, Felix, ähm, die haben zum Beispiel diese Würfelanimationen und so weiter, damit ich kenne mich damit nicht aus, das dehnt ihr mit je. Ähm, ja, und dann eben für die Thumbnails, früher war es eben Gimp, jetzt mittlerweile Photoshop, ähm, da eben auch unsere Videoschnittlösung gut mit Photoshop arbeitet, logischerweise alles Adobe kommuniziert miteinander und, äh, passt. Genau. So, und da kann ich auch noch was sagen, weil ich habe ja damals auch Thumbnails gemacht, quasi für die ganzen Kurs für Gaming, äh, ich habe auch Gimp und ich habe auch noch Affinity Designer, ist ähnlich wie Photoshop, muss man bloß einmal zahlen und ist wesentlich billiger. Ja, ja gut, wir haben auch jetzt, äh, mehr oder weniger, ähm, Schnittarbeitsplätze oder Schnittserver, die sind lizenziert mit Adobe Zeugs und da ist es halt mit dabei. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, bei Videoschnitt, ich möchte nicht wieder zurück zu Magix, äh, Video, äh, die Zeiten sind vorbei, ich schätze die schnelle Renderzeiten, also dadurch, dass wir das jetzt auf einem Server, ähm, rendern lassen, alles und schneiden, ähm, ist es aber auch so, dass die Renderzeiten ultra kurz sind, also so ein Vierstunden Podcast, der ist in einer Dreiviertelstunde gerettet, bei Magix hätte das zwölf oder 15 Stunden gedauert, ähm, weil halt eben Adobe auch wunderbar mit unserer Grafikkarte im Server zusammenarbeitet und dann eben auf der GPU auch viel berechnet, ähm, da ist halt einfach, ist halt einfach Adobe, muss man ganz klar sagen. Ja, und vor allem bei Magix, da hätte auch, wäre die Hälfte des Videos kaputt gewesen. Ja, das ist, also wir haben da einige Probleme, also ich, im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, das war halt, das war wieder so ein Punkt, da könnte ich mich drüber aufregen, da war ich damals so, ja, ich habe schon immer mit Magix geschnitten und wir haben jetzt unsere Vorlagen schon in Magix und alles und ich war so froh, dass ich dann, natürlich nicht am Anfang, aber irgendwann habe ich dann eingesehen, es war sehr gut, dass Felix mich damals so genervt hat und gesagt hat, hey, lass uns auf, damals war es zuerst Photoshop und dann, hey, jetzt könnten wir ja eigentlich auch noch im Videobereich wechseln und ich bin so froh, dass wir es gemacht haben, weil es ist einfach, es funktioniert besser, auch wenn ich auch von vielen anderen YouTubern höre, Premiere ist scheiße und so weiter, es ist nicht alles Gold, definitiv nicht und manchmal stürzt es auch ab, aber es ist bei mir mittlerweile so stabil, dass ich keine größeren Probleme damit habe und dann ist es für mich echt eine gute Geschichte und es funktioniert. Alternative, wenn man jetzt ab und zu mal was schneiden will und nicht gleich Premiere oder was auch mal kaufen will, kann ich noch empfehlen DaVinci Resolve, also für so mal schnell was schneiden, also das ist sowieso an für sich echt eine Top-Software, wir verwenden sie jetzt nicht irgendwie hier alle zusammen, aber ich, wenn ich privat mal irgendwas schnibbeln muss oder so, da ist es halt echt krass, wenn man sich da einarbeitet, da hat man glaube ich auch richtig gute Möglichkeiten und die letzte Version ist immer kostenlos, also kann ich auch nur empfehlen. Also es gibt auch einige Fernsehstudios, die mit Blackmagic arbeiten, die machen ja auch viel Videomischpulte und solche Schichten. Die Videomischpulte, genau, das ist halt nochmal ein ganz anderer Bereich, glaube ich, wo die arbeiten und die Blackmagic sind ja auch nochmal echt krass und die Software ist soll, was Colorgrading angeht, eine der mächtigsten, sag ich mal, sein, die es gibt, der ist super umfangreich und dafür, dass es kostenlos ist, muss ich sagen, das ist halt schon top. Ich meine, bei unseren Sachen ist Colorgrading jetzt nicht so, das Hauptaugenmerk haben wir da weniger drauf, aber letztendlich ist es eine gute Software, kann ich auch empfehlen. Wir hatten uns ja damals weit umgeguckt und die war in der näheren Auswahl letztendlich war der Knackpunkt die Zusammenarbeit mit anderen und den Austausch von Projekten, das funktioniert leider bei der kostenlosen Variante nicht gut, das ist wahrscheinlich bewusst irgendwie eingeschränkt, dann müsste man zensieren und dann ist man auch schnell in der Liga wie bei Adobe und dann haben wir gesagt, okay, Photoshop arbeitet super mit Premiere Pro und dann sind wir letztendlich dann zu Premiere Pro gegangen und der Vorteil ist halt, ich kann es mal ganz kurz noch an einem Beispiel festmachen, dieser Pausenscreen, den ihr vorhin gesehen habt oder auch unser, ja, Pre-Stream-Screen, wie auch immer, wie man das nennen möchte, der ist zum Beispiel teilweise in Photoshop-Design und teilweise, also das Video-Zeugs natürlich alles in Premiere und für mich ist der Workflow halt recht geil, weil ich kann einfach meine Photoshop-Datei in die Timeline ziehen von meinem Videoschnitt-Programm und ich kann in Photoshop noch Sachen anpassen und in Echtzeit wird es dann auch in der Timeline von meinem Premiere angepasst. Das sind halt so Vorteile, die schätzen wir mittlerweile sehr, weil wir können dann halt auch mit diesen Produkten übergreifend arbeiten und dieser Workflow würde halt bei Blackmagic jetzt nicht klar sein, weil letztendlich, wer eine gute Videoschnitt-Lösung sucht und möchte nichts bezahlen, definitiv eine Empfehlung und vor allem, wenn die Dateien und die Projekte alle auf dem eigenen Rechner verbleiben, Hauptsache, kann man nicht anders sagen. Gibt es auch unter Linux, also ihr könnt es auch unter Linux benutzen. Da ist natürlich, muss ich der Fairness halber sagen, also Adobe ist sehr schwach unterwegs, also ich glaube, die haben gar nichts für Linux, aber gut, ja, die meisten Adobe-Nutzer haben wahrscheinlich eh den Mac und iOS, äh, nee, macOS heißt es ja. Aber es gibt auch eine mobile Version, mit der habe ich auch schon mal ein Video geschnitten auf dem Smartphone. Hat funktioniert, also Video auf dem Smartphone schneiden, ist auch eine ganz neue Experience gewesen, aber es geht. Gut, letzte Frage, letztes Thema, dann werden wir einmal noch auf unsere Zuschauerreaktionen im Chat eingehen, aber vorab schon mal, was sind denn eure Technikvorhersagen, eure Predictions für 2021? Was wird passieren? Was denkt ihr? Was könnte passieren? Ich habe da lange überlegt, gestern, und ich habe mir so, also ein was überlegt, was ich mir vorstellen könnte, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, dass das Thema Podcasting immer mehr in den professionellen Bereich geht, es gibt mittlerweile ja auch Unternehmenskommunikation, die sowas für sich entdeckt, das heißt, Unternehmen haben immer mehr Corporate Podcasts, das ist natürlich kein richtiger Podcast mehr, da sind wir uns einig, aber auch immer mehr Plattformen wie Spotify oder so, die wollen unbedingt, dass Künstler nur exklusiv auf ihrer Plattform veröffentlichen. Ist natürlich nicht gut, also ihr merkt ja, dass wir relativ plattformunabhängig versuchen, alles zu publishen, weil wir halt einfach auch Freunde von so Open-Source-Geschichten sind und von, wie sagt man, Open-Knowledge und deswegen streamen wir ja nicht nur auf YouTube, sondern wir sind halt auch auf Twitch, online oder auf Dailymotion parallel und wir laden unsere Videos ja auch auf Dailymotion noch parallel hoch und solche Geschichten oder den Audio-Podcast gibt es auf zig Plattformen, weil wir halt eben kein Fan davon sind, uns auf einer Plattform festzulegen und da auch abhängig von zu sein, aber das wird definitiv mehr kommen und ich hoffe nicht, dass Spotify uns da sehr die Daumenschrauben anlegt und sagt hier, in Zukunft dürft ihr nur noch den Podcast hier veröffentlichen, dann ist es kein Podcast mehr. Ein Podcast, habe ich die MP3-File, die kann ich überall mitnehmen, ich kann das Ding überall hören, flexibel und dann ist es kein Podcast mehr. Was ich glaube, was vielleicht 2021 passieren wird, dass Apple, würde ich jetzt mal so vorhersagen, sich bei einem großen Cloud-Unternehmen einkauft, weil letztendlich ist ja Apple mehr oder weniger, was Cloud angeht, sehr nackt unterwegs, also die haben zwar iCloud und so weiter, ist aber alles in AWS gehostet und ich glaube mittlerweile auch bei Microsoft, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in Azure und ich kann mir vorstellen, dass sich da Apple irgendwas Großes einkauft, um dann eben eigene Datacenter betreiben zu lassen. Das ist so, das habe ich so, ich will jetzt nicht sagen Urin, aber das habe ich so im Gefühl, dass da was kommen könnte. Das ist meine zweite Prediction und die dritte Prediction ist, was ich jetzt nicht unbedingt hoffe, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann nochmal eine andere Methode des Impfens kennenlernen innerhalb des nächsten Jahres oder so, weil da eben jetzt so verstärkt dran gearbeitet wird. Also ich habe jetzt bewusst mal eine Prediction gewählt, wo ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehne, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja, dieses neue Verfahren wird auch auf andere Krankheiten angewendet, dann ist das wahrscheinlich, das ist keine Prediction, weil letztendlich wird das wahrscheinlich passieren, aber könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht nochmal ja, da irgendwie ein anderes Verfahren gibt, wo man sagt, dieses RNA ist zwar schön, aber es gibt noch was Geileres oder es gibt noch was anderes. Also neben klassischen Impfungen, muss man das dazu sagen. Ja, was habt ihr so für Predictions für 2021? Dann mache ich mal weiter. Was ich mir vorstellen könnte, gut, dass jetzt die Pandemie, der Todesstoß fürs Kino, also das klassische Kino war, das wesentlich mehr, jetzt auch auf das On-Demand, würde also noch mehr rüber switchen als vorher. War ja vorher schon groß so im, ja, im Kommen, aber jetzt ist ja dann trotzdem noch so, ja, ich gehe im Urlaub, dann halte ich mir halt Netflix oder so und dann sehen halt die Leute auch, oh, funktioniert ja und geht ja auch und dann auch mit Dingen, dass dann Kinofilme auch auf eben jenen Plattformen, jetzt sei es Netflix, Amazon oder Disney Plus oder was auch immer alles gekommen sind, denke ich mal, dass sich die Kinos davon auf lange Zeit nicht mehr wirklich erholen. Von daher, also ich schätze mal, dass mehrere Kinos wegfallen und das in 2021 wesentlich mehr im Kommen ist und was ich auch schon gelesen habe, es ist viel bei asiatischen Museen gewesen, das hätte ich vorhin bei der Einzuschauerfrage fast mit anführen wollen, mit dem mehr digitalen, ob man mehr digital nutzen kann. Es gibt mittlerweile viele Museen, größere Museen, die digitale Rundgänge anbieten und das ist denke ich auch was, wo an sich bestimmt auch nicht schlecht sein könnte, weil so schnell komme ich jetzt zum Beispiel nicht nach Japan und dann könnte man sich ja eben über den digitalen Rundgang auch mal ein japanisches Museum anschauen und eventuell, keine Ahnung, macht man dann halt irgendwie mit einem Premium oder irgendeine Spende am Ende, dass das Ding auch weiterhin offen bleibt, aber ja, also ich denke, dass sowas, ich sage jetzt mal, so eine Digitalisierung, die durch Corona gekommen ist, wird denke ich entweder auch auf andere Dinge ausgeweitet oder einfach beibehalten oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das ist meine Vorhersage für 2021. Oder die Welt geht ganz einfach unter, weil die Mayas einen Zahlendreher drin hatten. Wer weiß. Ich glaube, die Digitalisierung, die wird nicht weggehen, das ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Mit den Kinos bin ich jetzt nicht so ganz der Meinung, weil ich glaube, dass die Leute schon wieder Lust auf Kino haben. Also ich glaube, die kleinen Kinos, die wird es dahin raffen, die großen Ketten, die werden überleben und ich könnte mir vorstellen, weil du hast ja trotzdem, also es kommt immer natürlich auf den Film an, sind wir uns, glaube ich, schon mal einig, aber ich glaube schon mal, dass Kino als soziales Event, wo man sich mit Leuten trifft und einen Film guckt, vielleicht danach noch was essen geht oder so, das wird es weit geben. Das ist ja, um mal eine Analogie zur Musik zu ziehen, nach wie vor gehen wir ja auch auf Konzerte, wir streamen zwar die Musik, wir haben die überall verfügbar, aber das Live-Event ist halt doch noch was anderes und dann mit Freunden dahin zu gehen und dann da noch irgendwie soziales Miteinander zu erleben, auch bei Festivals, das ist ja noch mal eine andere Nummer. Also ich glaube nicht, dass das Kino, aber wir lassen die Predigt mal so stehen, ich glaube, also lange sich da, wird es ziemlich dünn werden, aber ich glaube nicht, dass die großen Ketten sterben werden und ich glaube halt, dass dieses Thema Kino-Neudenken weiterentwickeln, dass sowas halt eher im Fokus steht. Also irgendwie hier Zusatz-Services, wo dann halt, wo ist dann der Klassiker, irgendwie, was weiß ich, Service am Platz oder keine normalen Kinosesseln mehr, sondern irgendwie, du sitzt dann auf einer Couch oder was weiß ich, da gibt es die wildesten Sachen, Bett im Kino und so, was ich da schon alles mitgekriegt habe, ist natürlich hier auf dem ländlichen Bereich oder im ländlichen Bereich hier gibt es sowas nicht, aber in den Großstädten gibt es sowas durchaus, also Hamburg, Berlin und so, Köln gibt es solche Kinos durchaus. Ja, dann würde ich sagen, weiter mit den Predictions. David, hast du Predictions für 2021? Äh, meine Predictions gerade, dass ich aus Versehen fast meinen halben PC gelöscht habe. Nein. Ja, ne, wirklich, ich habe gerade irgendwie, irgendwie, das ist datenlos glücklich sein. Ne, irgendwie hat er mir gerade alles, was irgendwie in meinem Dokumenteordner war, in den Papierkorb. Ich habe auf Löschen geklickt und dann so, 90 GB werden gelöscht. Äh, nein. Sorry, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen? Ich denke, ja, genau, ich denke auf jeden Fall, dass jetzt im, eben jetzt im 2021, 20, ich habe mal kurz, ich habe eine Sekunde. Ja. Äh. Ähm. Was war das jetzt? Ja, weiter. Achso, ich habe gerade irgendwie eben Mumble gehört, dass ich dachte, ich habe mich einfach schon gestellt. Sorry. Ähm, ne, und zwar glaube ich, dass jetzt auch unter anderem durch Corona, dadurch, dass jetzt viele im Homeoffice sind, dadurch, dass natürlich viele Leute, ähm, auch über Videokonferenzen arbeiten, denke ich, dass deutlich weniger Geschäftsreisen innerhalb von Deutschland anfallen, weil viele Unternehmen dann doch merken, hey, es geht ja auch so, wir müssen nicht immer teure Flüge bezahlen, irgendwelche Leute quer durch Deutschland schicken mit dem Auto. So, und ich denke durchaus, dass das eine, ähm, ja, dass es eine Konsequenz davon sein wird. Ich habe da letztens auch mit meinem, ähm, Bankberater Lustiger darüber gesprochen, der meinte, er hat auch einen Kunden, der wohl in dem Luftfahrtbereich arbeitet, und der meinte, ja, die Leute, es wird der Flugverkehr wieder ganz normal wieder vor werden und so, er gemeint, nee, glaubt er ja auch nicht. Also ich glaube, das wird deutlich zurückgehen, denke ich mal, ähm, zumindest, was ich gesagt habe, so Geschäftsreisen innerdeutsch angehen. Ähm, ich meine, viele Unternehmen können sich damit Geld sparen und, ähm, was glaube ich auch kommt, ist, ähm, so Sachen wie Desk-Sharing vermehrt, weil natürlich jetzt auch dann viele Arbeitgeber merken, hey, wenn das mit dem Homeoffice funktioniert, dann kann ich ja auch, äh, ja, weniger Arbeitsplätze im Prinzip nutzen und, ähm, mir Geld einsparen. Ja, ja, ähm, aber ich finde es ganz, ganz spannend. Also ich glaube, das kann funktionieren. Äh, Georg, ja, deine Predictions für 2021. Also meine erste Prediction ist, dass Donald Trump irgendwie ein Social-Media-Unternehmen aufmacht oder irgendwie eine Nachrichtenseite. Verdammt, das wollte ich auch noch sagen. Verdammt, er macht eine eigene Social-Media-Seite. Ja, also entweder Nachrichtenseite oder Social-Media. Die zweite Sache ist, dass es irgendeinen Anbieter geben wird, der diese Sache mit diesen Sozialen im Lockdown lösen wird. Ich weiß nicht wie, aber der Gedanke ist mir gerade Komma. Weil, ich denke, da wird sich bestimmt ein Start-Up, äh, aus dem Boden hieven, das genau dieses Problem angehen würde. Okay. Ja. Weiß nicht, das ist jetzt irgendwie bloß so ein Gefühl, wo ich gerade habe. Ähm, mit Sicherheit. Also es gibt ja schon, äh, Versuche, dass man Messen irgendwie digital abbildet. Ähm, mal gut, mal eher schlecht. Ähm, warum nicht? Also... Ja, nicht in dem Bereich. Eher in das Soziale untereinander. Irgendwas, äh, ja, so, wie, dass wir einfach so diese soziale Isolation im Homeoffice einfach überbrücken können. Ja gut, du hast ja schon die ersten Ansätze mit diesen, äh, Streaming-Geschichten, dass du mit anderen Leuten zusammen Filme gucken kannst. Ähm, und dann über Videokonferenzen, über Diskutieren und so weiter. Diese Sachen gibt es ja jetzt auch, diese Plattformen. Fällt gerade der Name nicht ein, wie heißt denn das Ding nochmal, wo du zusammen, ähm, Netflix gucken kannst und so weiter. Ah, ja, das hab ich letztens auch benutzt. Watchtogether meinst du? Genau, Watchtogether. Ja. Ist es das? War das nicht das für YouTube? Äh, egal. Ja, ich glaub auch, aber das gibt's ja mehrere. Aber ihr wisst, was ich meine, das Prinzip ist klar, du kannst mit anderen zusammen was gucken und dann halt darüber diskutieren und so weiter. Das ist schon ganz nett, also muss man wirklich sagen. Ähm, ja, warum nicht? Ich mein, äh, da kann man sicherlich, wir sind ja nicht so kreativ, wie manche andere vielleicht. die dafür Geld bekommen oder, ähm, ihren Horizont mit erweiterten Substanzen erweitern. Ähm, und vielleicht gibt's da sicherlich noch das ein oder andere Konzept, um einfach dieses Thema besser irgendwie in den Griff zu kriegen. so, mit Sicherheit. Joa, Predictions. Hat einer noch was? Ansonsten würde ich noch mal zu Georg geben, dass er einfach noch mal in den Chat guckt, ob's da noch was Neues gibt. Ne, äh, bloß Grüße aus Schweinfurt. Was? Ne, Grüße aus Würzburg. Sorry, sorry, sorry. Dann, äh, grüß zurück. Genau. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch irgendwas im Chat, ich guck grad selber mal. Ähm, genau, also das Thema Doxes, äh, auch noch mal vom, äh, Vodo Wiesel, ähm, ist auch ein Stammzuschauer, Grüße gehen raus, also ich hab den öfters mal in den Kommentaren gesehen, ähm, ja, dass Doxes Potenzial hat, haben wir ja, glaube ich, schon gesagt, ähm, nur die Nodes sind halt das Problem am Straßenrand, die überlastet sind, ähm, ähm, letztendlich, ähm, ja, letztendlich ist das, was wir mal gesagt haben, dass es halt eben, man muss den Backbone halt auch, äh, dementsprechend ausbauen und aufbohren, ähm, ähm, und, ja, diese Technik ist halt, ist halt eine Legacy-Geschichte, aber wenn sie funktioniert, funktioniert sie und, äh, dann ist es besser als gar kein Breitband, definitiv, aber ich würde, wenn ich die Wahl hätte, immer Glasfaser vorziehen, ganz klare Sache, ist aber halt die teurere Technologie, muss man ganz klar, äh, so sagen. Gut, dann, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, ne, also, äh, ich würde jetzt auch sagen, wenn irgendjemand im Chat noch eine total brennende Frage hat, soll er sie noch reinschmeißen, sonst, äh, genau, weil sonst, äh, machen wir dann auch irgendwann eine Schicht. Genau, dann machen wir eben Schicht, Schicht im Schacht, äh, erst mal, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart, fangen wir mal so an, äh, und, äh, es wird natürlich, ja, immer mal vielleicht mal einen Livestream geben, wir feilen da noch ein bisschen an der Technik, ähm, das war heute eher so ein Pilot, äh, auch wenn es nicht da stand, wir haben das jetzt auch nicht groß beworben, das war halt im letzten Backtalk beworben, äh, äh, und dann haben wir es halt mal schnell geteilt, und Leute, die uns abonniert haben, die haben das gesehen, aber es, äh, wurde jetzt nicht irgendwie groß beworben, was jetzt im Nachgang noch kommt, wir werden natürlich das Ding noch als Audio rausbringen, dann gibt es eben da auch wie gewohnt dann eben, äh, die Shownotes mit den Links und so weiter, und, ja, ansonsten Feedback immer an uns, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, techtalk.kursofu.com, da könnt ihr gerne hinmailen, ähm, und, äh, euch aus, äh, 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 oder eben auch Lob ist gerne gesehen, ja, und ansonsten, ähm, ich werde langsam schon müde, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, dann können wir das Ganze heute zumachen. Denk auch, ja. In der Chat kam nichts weiter, nur mal auf die anderen Plattformen, aber da, sieht auch nicht so aus. Nee, Twitch war überhaupt nichts los. Ja, ja, okay. Ja, aber schön, dass unsere, also, dass man YouTube-Abonnenten mal wieder getroffen hat im Chat, ist ja, ist ja ganz nett, ähm, und wie gesagt, könnte in Zukunft öfters passieren, vielleicht fügen wir noch Facebook hinzu, weil wir haben ja gemerkt, äh, das Problem ist weniger der, ähm, Output von unserem Server, sondern eher, dass das Zeug irgendwie, das Signal reinwärts nicht so ganz funktioniert, von unseren DSL-Anschlüssen aus, äh, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen, joa, aber ansonsten, äh, schicke ich euch jetzt nochmal ins Outro, und, äh, dann bleibt gesund, und, Servus, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Servus. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018